In dem Laden steht ein Typ mit so einem Messer und du so viele Menschen aus den Hochhäusern gesprungen, weil sie sich das Leben genommen haben. Ich kann mich an die Geräusche noch erinnern. Ich will euch nur sagen, also ich war ein Kind. Ich wollte auch das Geld. Ich wollte auch den Benz. Ich wollte auch dies, das. Ich wollte auch wahnsinnig geworden. Das war eine ganz, ganz krasse Zeit. Kam dann dazu, dass ich das ganze Graffiti-Ding auch so gedreht habe, dass ich keinen Bock mehr drauf hatte. Das war auch der Grund, warum ich dann in den Rapper gehangen bin, aber einfach, weil mir der Anspruch, der künstlerische Anspruch mir einfach irgendwann gefehlt hat und genauso ist es auch mit der Musik gekommen. Ja, it's crazy. Es ist halt im Prinzip, wie kann man es am besten beschreiben, als jemand, der Hip-Hop versteht, das ganze Ding ist ein Loop. Und auch, wenn das ein unangenehmes Thema ist, weil wir halt alle keine Psychologen sind, ist es trotzdem so, dass sich der gesellschaftliche Narzissmus natürlich übertrieben durchgesetzt hat. Mir stand der Hip-Hop auch hier zu einer gewissen Zeit, als das ganze Ding ja per Beef eskaliert ist. Und das war ja die Zeit, wo ich gesagt habe, ich steige aus. Ich habe hier keinen Bock mehr auf den Beef, wenn Leute, wenn mir einer blöde kommt und ich halt raussehe und sage, dann komm doch rum hier. und der dann aber nicht kommt. Wo ist er ab? Und heute? Und heute? Ey, wo ist denn der, Alter? Zwölf Jahre später, D.K., stellen die sich in irgendeinen Oktagon, nehmen den Profi-Sportlern, Sportlern, die ich respektiere, die Bühne weg, tun so und machen da Rummelboxen 2.0. Haudegen ist mein Hip-Hop, weil ich meine, aber das war wie Everlast oder so. Verstehst du, was ich meine? Oder Ice-T mit Bodycount. Oder Ice-T mit Bodycount. Für mich war das jetzt nicht, oh ja, jetzt Ausverkauf oder so. Ich dachte mir, Dicker, Alter, der streckt seine musikalischen Flügel. Genau. Ich war sehr, sehr überrascht. Deswegen frage ich mich, wie ist das zustande gekommen mit Haudegen? Wusste? Also ich habe im Prinzip bei Haudegen das bekommen, wonach ich im Hip-Hop jahrelang gesucht habe. Also ich habe nach der Anerkennung und nach dem Applaus gesucht. Hab den im Hip-Hop so, naja. Gar nicht? War so, na doch. Doch, Rilla hatte schon. Rilla hatte schon dein Reflecker. Es war so gravierend, dass ich in mein Studio hier ran bin, mir meine erste goldene geschnappt habe, die rausgeschmissen habe, aus dem Fenster runter hier ran bin, auf dem Ding rum mir treten habe und gesagt habe, ist alles kaputt. Hallo, liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Rosinenbomba-Podcast. Meine Wenigkeit ist Mike, Rainer, Peter Adler. Zu meiner Linken ist heute Ranting Olli. Ranting Olli. Zu meiner Rechten ist das Original, der Rob. Und unser Stargast des Abends, oder des Tages eher, wann auch immer, bin wieder am Zeitkontinuum hängen geblieben, ist Joe Rilla, my man. Mann, du nennst echt noch den Joe Rilla, ja? Ja, aber du willst jetzt, du willst Rilla, ne? Nö, die Leute, also Godzilla? Ha? Nicht, nee, nee, auch der nicht, also den gibt es ja auch schon. Nee, ich liege bloß auf den Joe-Kinnenwert mehr. Ah, okay. Also da bin ich rausgewachsen. Nee, weil mich keiner Joe nennt, kommt ja keiner um die Ecke und sagt, ey Joe, noch nie in meinem Leben kam jemand und hat gesagt, ey Joe, die sagen alle Rilla. Rilla, ja, stimmt. Ja, und darum, ey Rilla hier und da Rilla. Ja, ey, danke, schön, Star, nehmen wir mal weg, ganz normaler Typ. Ich freue mich über eure Einladung, danke, dass ich hier bin. Wie freut uns, dass du hier bist. Und, das wird wie sicher ein spannendes Gespräch. Ja, ja, das wird passiert. Wir wollen jetzt auch nicht so Hip-Hop-Skandal oder so einen Scheiß, das interessiert uns nicht so viel. Ich habe ja auch nicht mit der Mut. Nein, nein, da gibt es schon was. Da müsste ich aber ganz tief in der Kiste. Da gibt es schon ein bisschen was. Lohnt es sich? Ja, ja, das lohnt sich, aber das hat er ja schon in 10.000 Interviews erzählt. Wahrscheinlich schon. Aber nicht jetzt von der Couleur Biggie Pack oder irgendwie so was. Nee, aber so ein bisschen Berliner Druckmache gegen Leute, die eine große Fresse haben und so. Gut, vom Frühjahr, das hatten wir schon. Aber, Dicker, wie bist du denn auf Joe Rilla gekommen damals, also als Name? Na, das war damals Marzahnzeiten. Wir haben immer gesagt, Berliner Großstadtdschungel, so, der Dschungel und da lag das nahe. Das war ein großer Dschungel wegen, ja, it's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep it going on. So, und da war es dann damals so, dass Leute auf den Trichter kamen. Das war nicht mal Icke, sondern Freunde von mir auf den Trichter kamen. Der eine hat sich Gympanze genannt, der andere hat sich Grizzly genannt, so, Grizzly und so, also diese Namensgebung und bei mir war dann halt der Joe Rilla dran, so, weil ich das geil fand, auch wegen dem Old Silverback, der Silberrücken, fand ich ganz geil. Ah, okay. Finde ich schön und war dann halt bei der Assoziation zu Gorilla, der Joe Rilla, so, und dann hab ich angefangen, über das Pseudonym dann auch Mucke zu machen und später dann erst hab ich den Joe dann abgelegt, das wollte ich bloß nochmal sagen, ich bin nicht gewöhnt, in der Gegenwart mit Joe Rilla angesprochen zu werden. Ja, gut, alle klar. Und dann nehme ich dir auch nicht übel. Ja, danke, 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 Das ist der G.I. Joe Rilla. Ja, G.I. Aber Dicker, weißt du, wo du mir das allererste Mal aufgefallen bist, das war, bevor ich angefangen habe zu rappen damals, das war auf FAB, lief dein Video irgendwie, glaube ich, Zeichen an den Bäumen oder so, wo du ein Video also gemacht hast. 220 KMH. Oder 220 KMH, genau, du hattest nur in der Textzeile die Zeichen an den Bäumen oder irgendwie sowas gehabt, wo es um Autorennen ging so im Berliner Umland, also Brandenburg, wo es ja zu der Zeit oft so diese Stichrennen gab und viele Unfälle passiert sind und so und du warst so derjenige, der darüber gerappt hat und das war so das Video, was mir extrem krass hängen geblieben ist. War das auch bei dir der Fall gewesen, dass du einen Freund verloren hast bei sowas oder wie kam es dazu? Genau, im Prinzip war das um die 97 rum. Ich hatte schon aktiv, also ich hatte aktiv Musik gemacht, hatte mein erstes eigenes Studio, habe Musik gemacht und zwei meiner besten Freunde sind damals bei einem Autounfall ums Leben gekommen und mich hat das halt gepackt, emotional gepackt und wie das halt mit Musik ist, das ist halt das Ventil und dann habe ich diesen Song geschrieben, 220 KMH, was im Prinzip dann auch mein sozusagen erster kommerzieller Erfolg war, weil da ein Verlag mit angebunden war, der dann im Prinzip auch Kohle in das Video gesteckt hat und da irgendwie ein Potenzial gesehen hat und für meine beiden Jungs habe ich den Song geschrieben und das Schöne war, dass dieser Song dann auch präventiv so an Schulen und sowas genutzt wurde und die Polizei Berlin-Brandenburg später dann halt das in so ein Präventionsvideo mit drin genommen hat, weil das ein Thema ist, was ja auch immer noch auch in der Gegenwart wurde ja mit den Drogen nicht angenehmer, das wurde ja mit den Drogen schlimmer, mit der Zeit. Da wurden sich ja sämtliche Substanzen ausgedacht, aber auf jeden Fall ist das ja immer noch ein Thema. Also auch ein Thema, ich als Vater meines Jungen beobachte das halt hoch, was da draußen abhielt. Also die Palette, von dem, was du haben kannst, ist ja riesig und auf Substanzen ist halt immer irgendwie nicht geil, ein Fahrzeug zu führen. Und im schlimmsten Fall dann halt im schlimmsten Fall ja auch, wenn Leute ums Leben kommen, die selber gar nicht am Steuer sitzen. Oh ja, das ist crazy. Das finde ich halt so das Schlimmste. Und damals war das halt wirklich ein Thema. Wir hatten damals in Rieshagen eine Disco, die hieß Kontrasse. Kennst du doch den Kontrast? Und da war auch so ein Blackfloor und haben auch schön abgeschakt mit den Mädels und da war jedes Wochenende von der Disco im Prinzip ins Stadtinnere wieder rein, war halt so eine Strecke, die schlecht einsehbar war. Da hat es jedes Wochenende geknallt. Die B1 war da, Nein, die B1 ist dann sozusagen die Verlängerung noch, aber da der Weg aus Friedrichshagen raus. Obwohl das da nicht passiert ist, sondern die Jungs, die ich verloren habe, sind Tatsache, nicht auf der B1, sondern auf der Landsberger verunglückt. Marzahn halt direkt und jedes Mal, heute auch noch, wenn ich da vorbeifahre, ist das Gefühl, wo du denkst, ich war gerade noch, wir waren in einer Kulturbrauerei damals und haben gefeiert und ich war gerade noch mit den Jungs auf der Tanzfläche, wir haben hier lacht. Und auf einmal ist alles vorbei, von einer Sekunde auf die nächste. Und ich weiß nicht, mich packt das immer noch emotional und darum bin ich halt mit diesem Song und so wie du sagst, FAB ist ja auch so ein alter Ding. Ja, FAB, ganz alt. Eigentlich müsste man so, viele halten sich vielleicht für eine Crew, aber eigentlich war das ein Fernsehsender, ein lokaler, so, ich glaube noch vor Deutsche Welle oder so, kann das sein? Nee, oder von wo haben die denn ausgestrahlt? Ich weiß nicht mehr, haben die nicht direkt vom Kudamm, vom Zoo, vom zoologischen Garten in dem Gebäude da ausgestrahlt? Gelbe Zeichen hatten die, ne? Ja, genau. Und da ist dann später die Bremer FAB-Leute gekommen, da dachte ich so, äh, war ich ein bisschen irritiert, so. Nee, aber das war crazy, als ich das Video gesehen habe, wie gesagt, bist du mir das erste Mal aufgefallen und ich fand's halt geil, dass du so ein krasses Thema auch angesetzt hast für den Song, so, weil ich wusste gar nicht, dass es dieses krasse Problem gab, so, weißt du, im Berliner Umland, so. Und das zweite Mal, also wir werden alles durchgehen, wir werden deine Solo-Sachen, deine Analphabeten, deine Agro-Berlin, die, ja, die, wir werden alles machen, so. Unsere Theatergeschichte noch und so, alles. Nee, aber, ähm, als ich dich denn das erste Mal getroffen habe, daran wirst du dich vielleicht gar nicht mehr erinnern, das war auch bei einer Hip-Hop-Party gewesen und zwar im Icon damals noch. So, das alte Icon. Und es war nicht so eine coole Zusammenkunft mit uns beiden, weil ich hatte da gerade angefangen mit Rappen und du warst halt, glaube ich, mit SMC da und mit The Natic und hattest halt Glatzen gehabt, so, ähm, irgendwie Bubblegoose getragen und Bomberjacken und so und ich weiß nicht, das weiß ja, wie Berlin früher damals war, so, ne, also ich glaube, ich hab euch angeguckt, weil ich so, ne, und dann hast du dich gleich gefrontet gefühlt. Daran kann ich mich noch erinnern. Kann sein. Aber ist nichts passiert, ist nichts, war alles okay. Aber damals war das so in Berlin gewesen, wenn du zu lange Leute angeguckt hast und so, weiß ich nicht. Ja, hast du ein Problem? Problem oder was? Begegnung noch damals so mit dir, so, ne? Und, ähm, ja, später dann fand ich halt ziemlich krass, als diese Analfabetensache rausgekommen ist, auch mit dem Curse-Feature. Das war so, denn das nächste Ding musikalisch, was mir bei dir aufgefallen ist, so, wie ist denn das mit Curse zustande gekommen? Oder vielmehr noch anders, wie sind du, The Natic und SMC zusammengekommen? Oh, also erst mal, als Icon, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, was unsere Zusammenkunft angeht, aber ich hab dich immer positiv in Erinnerung, als ein Mensch, der positiv strahlt, also, als niemand, der jetzt irgendwie, also diese DeFronte, was du gerade erklärst, das hab ich ja nicht mehr in Erinnerung so, ich weiß, dass ich da zu der Zeit auch einen anderen Film gefahren hab, also ich hatte, ich hatte viel mehr Wut in mir, also klar, heute, wenn man es rückblickend betrachtet, dann weiß man ja, wo der Frosch die Locken hat, im Aufmerksamkeit, und damals war halt eine Menge Wut drin, und Berlin war ja, nehmen wir jetzt mal, das Hip-Hop-Ding war ja nie eine Community, also ist es ja bis heute nicht, ist halt so, dass immer gefrontet wurde, so, und keiner dem anderen irgendwas gegönnt hat, allerdings hatte ich dich ja trotzdem schon auf dem Plan über die Chaos-Lose. Genau, das war dann später, das war noch vor Chaos-Lose. Das war noch vor Chaos-Lose. Digger. Wahnsinn. Das war vor Chaos-Lose. Und dementsprechend hab ich das so nicht in Erinnerung. Kommen wir mal zu der Curse-Nummer. Es ist halt so, dass wir mit Analphabeten mit die Ersten waren, die eigentlich Major-Deal an Land gezogen haben. Wir hatten damals über Alex Lacher, der die Juice gemacht hat, der auch schon einen großen Verlag hinter, also im Prinzip aber einen Print-Verlag hinter sich hatte, der hat damals Master Blaster gemacht, ich weiß nicht, ob ich es bestimmt was sagen kann, und hat auf der Juice auch schon die CDs mit drin gepackt und so. Und der hatte ein Label gegründet und der hat uns mit Analphabeten sozusagen gesigned. Und dann waren wir im Prinzip bei der Juice gesigned und hatten natürlich dadurch auch ein sehr, sehr geiles Netzwerk, auf was wir zurückgreifen konnten, weil Alex Lacher halt ein Riesen-Netzwerk hatte in den Medien und dadurch auch Kontakte zu vielerlei Leute und wir mit Analphabeten ja schon einen, ich würde sagen, einen eigenen Sound hatten, der halt darauf basierte, dass ich das produziert habe und ich halt unkonventionelle Wege gegangen bin in meinem Sampling, wie ich halt Sounds kreiere, etc. und das sozusagen schon eine geile ID war und über die Analphabeten dann im Prinzip auch nach außen getreten sind. Dann Denedik dazu mit seinen Skills an den Turntables, SMC dazu, weil SMC ein underrated MC damals war, er war in aller Munde, er war bei Savas, also Savas, MOR, die ganze Ecke hat SMC übertrieben gefeiert und wir hatten halt ein Draht durch diese Eastside-Geschichte, durch die Eastside-Geschichte, fing auch an mit dem Northside-Tribe, also in Ostdeutschland an der Küste gab es dann den Northside-Tribe mit SMC, mit Leuten, mit Pumi und wie sie alle hießen und dadurch haben wir dann im Prinzip einen Aufschlag gehabt, der so war, dass viele Leute hingehört haben und hingeguckt haben und dann kam natürlich über das Netzwerk von Alex Lachert zum Beispiel und über die Printmedien dann auch so Kontakte mit wem würdet der gerne mal arbeiten. Das war aber nicht aus dem Oft, sondern die Analphabeten-Sachen hat damals auch schon immer Busy gemastert. Nee, ohne Scheiße, Busy hat das schon gemacht. Also Busy ist halt anfänglich auch ein Produzent gewesen, denn ist er nur noch Engineer gewesen für Curse. Für Curse, alles was aus Minden und so kam. Bad Oeynhausen und die Ecke und Busy war damals schon im Mastering halt ganz weit vorne, also der hat die ganzen Oldschool-Sachen, der hat die Stiebers gemacht. Genau. Wirklich viele Sachen gemacht, auch da Grüße da an der Stelle mal an Busy. Heute immer noch Nummer eins im Mastering. Ist der immer noch im Game? Wahnsinn. Nice, 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 weil ich hatte, um mal kurz so zu intervenieren, ich war, ich glaube mit Robert war ich vor Corona, der Sommer, als Corona danach ausgebrochen ist, war ich Haubentaucher zu einem Mob-Deep-Konzert und da habe ich Busy getroffen. So, und ich habe ihn halt erkannt, ich glaube es war mit dir oder mit jemand anderem. Ja, mit irgendjemandem war ich beim Mob-Deep-Konzert, war ich nicht mit dir da gewesen? Keine Ahnung. Ich weiß auch, aufwieweit war ich nicht alleine. Nee, ich glaube nicht. Nee, dann war es irgendjemand anders. Wir waren im Haubentaucher schon ein paar Mal, aber ich glaube es war nicht wegen Mob-Deep. Nee? Nee. Ist ja auch egal, aber ich habe ihn da getroffen und habe ihn natürlich auch erkannt, weil mich ja aus der Musik von damals, ich kannte ja alle Produzenten so vom Sehen und so, ne? Und hab den dann so gesehen und das Lustige ist, der ist halt auf mich zugekommen und hat mich angequatscht so, weil der kannte auch so ein bisschen karschlosen Stuff so. Also der ist auch immer so wirklich szenefokussiert gewesen und hat sich anderen Stuff angewiesen. Auch so, ja, im Prinzip ist Busy so ein Visionär oder wirklich ein Pionier dieses, nehmen wir jetzt mal Engineering, nehmen wir mal Recording, nehmen wir Mastering, Mix und Mastering und da war im Prinzip auch schon eine Brücke, weil Busy wusste, dass ich aus dem Hansa komme. Busy, meine Produktion über eine große SSL, also über ein großes Mischpult, was nicht normal ist, mit dem zu arbeiten. Ich hatte zum Glück das große Privileg im Hansa mit diesem Mischpult zu arbeiten und hab meistens auch nur die Summenkompression genutzt. Also hab einfach bloß meine Sounds durchgeschleift durch dieses Mischpult und Busy hatte das mitbekommen, hat immer gesagt, ey Relato, du und deine Produktion, Wahnsinn, also, und dadurch hatten wir eh eine Connected zu Busy, dadurch, dass er die Analphabeten Sachen auch schon gemastert hat, sodass es eigentlich nahe lag, mit Curse mal zu arbeiten. Ah, okay. Da war es natürlich so, ey, geil, angenommen, du fährst nach Bad Oeyenhausen, damals hat er noch in Bad Oeyenhausen gelebt und sein Studio im Haus seiner Eltern gehabt, du fährst da hin, weil du eine Platte mixt und masterst und dann kommst du da an und auf dem Pult liegt halt noch der Mix von Curse, so. Ah, okay. Und ich sage jetzt mal von irgendeinem Song und du sagst so, ey, geil, ja, Curse mein Homie und das sind halt richtig dicke Freunde und dann ist halt, steht halt einfach so eine Frage und du könntest mal fragen, vielleicht hat er ja Bock und dann hatten wir so eine EP gemacht oder so und da war auch ein Curse-Feature drauf. Da war übrigens auch ein Salik-Feature von Harlequins mit drauf. Stimmt. Big Cell. Ja, Rest in Peace. Rest in Peace, ja. So und das sind so die Geschichten, die ja wirklich was für Insider sind. Das ist jetzt richtig, also genau so guckt ihr mich auch an. Ja, ja. Ja, wir beide sind so. Was erzählt er dann für alte Geschichten? Aber es sind richtig alte Storys, aber es ist halt schön, so in Erinnerung zu schwelgen und halt. Das ist halt deine Geschichte. Das ist meine Geschichte, ja. Ja, aber weil ich habe mir damals die 12-Inch gekauft, so, war das eine 12-Incher? Ja, das war auch eine 12-Incher. Und habe halt den Song mit Curse übelst gefeiert. Das war so die erste Platte, die ich von euch so wirklich gehört habe. Und man muss auch sagen, Curse hat sich nicht lumpen lassen. Er hat einen krassen Part geschrieben, Alter. Ein übertriebener Part. Ich dachte, uuuh, Alter. Er hat sich wirklich Mühe gegeben. Das ist auf jeden Fall crazy. Nee, und Robert und ich waren aber jetzt im Dezember, waren wir beim Obdachlosenessen gewesen. Daran kann ich mich erinnern. Daran kann ich mich noch erinnern. Und da haben wir Bürger Lars Dietrich getroffen. Nach Kickern? Und haben ein bisschen mit Bürger Lars Dietrich geschnackt, so. Und wir würden ja auch gerne mal hier mit Waffel und so und mit den, hier mit Veit und den Leuten aus dem Osten, würden wir gerne mal so ein, ja, Lurie Daupring. Lurie Daupring. Genau. Mal so ein Treffen machen und über Ost-Hip-Hop reden. Weißt du, was ich meine? Was so damals abging, so. Und weil ihr kanntet, und hier auch, Mann, wie hieß der von Samstag Nacht? Der verstorben ist leider. Non-Chef. Non-Chef, Mirko Non-Chef und so, ne. Die kommen alle aus dieser Hip-Hop-Zeit aus dem Osten damals. Mieser Beatboxer. Aber der gehört auch dazu, ja? Ja. Nonne war damals Teil von Downtown Lyrics. Im Prinzip sind das meine Mentoren. Also da, ob jetzt Waffel oder Veit, das sind die Jungs, die uns beigebracht haben, wie man's macht. Oder wie man's machen sollte. Also das waren meine Heroes. So, und gerade von Waffel zum Beispiel, hab ich alles gelernt. Ja. Ich hab Waffel Graffiti beigebracht und er hat mir Rappen beigebracht. Ja. So, das war der Deal. So, das war halt Each One Teach One. Das war halt Each One Teach One. So, wie das halt im Hip-Hop halt abging. So, ne. Also da war man sich einig, wenn man in einer Crew war und ich war halt mit dem Graffiti sehr, sehr aktiv und auch sehr erfolgreich. Und man kannte sich dann auf den Jams, man hat sich getroffen und irgendwann hat sich ein freundschaftliches Verhältnis zu Waffel entwickelt. Und Waffel meinte so, oh, wenn ich nur auch so sprühen könnte wie du und so. Und ich halt immer so, ey, wenn ich tauschen könnte. So, ich würd so gerne rappen können wie du. Aber Real Dope Thing hat ja nur in Englisch gerappt. Hat nur in Englisch gerappt. Genau, weil die haben wir dann mit PDM-Possy, mit PDM-Possy und Damash nachgelegt. Da haben wir auch auf Englisch gerappt, weil wir die natürlich auch nachgemacht haben. Also jetzt nicht Will Dope Thing, sondern überhaupt die alten Ami-Ikonen. Ne, und haben uns ausprobiert. Aber das Downtown Lyrics Ding, also wenn ihr das vorhabt, das kann ich euch nur ans Herz legen, macht das bitte. Weil wenn einer aus dieser Generation mal von Downtown Lyrics anfängt zu erzählen und Streetlife anfängt zu erzählen, das sind nochmal die krasseren Vorreiter von dem, was wir dann gestartet haben. Also auch wir, meine ich auch dich, mit Chaos-Loge und halt Ost-Berliner Szene, war das halt so, dass das nochmal ganz anders abging. Die hatten Leute auf Rollschuhen dabei. Die hatten also Rollschuhfahrer, die im Prinzip so Kunst auf Rollschuhen gemacht haben. Krass. Dicker. Dann hatten die Graffiti-Leute dabei, die hatten Breakdancer dabei. Das war halt, die hatten alles dabei. Ich weiß noch, die hatten schon damals in den, wann war das? Das ist Anfang der 90er. Nee, Anfang der 90er. In Ostberlin. Genau, da haben die in Ostberlin aber schon Palast der Republik so Veranstaltungen gemacht. Ohne Scheiß im Palau. Ohne Scheiß, definitiv. Und die hatten halt so eine riesen Palette von allem und zum Beispiel Nonne war halt dabei, Nonchef war halt dabei für die Beatbox-Nummer. So, also der Typ ist wirklich, was Beatbox angeht, war der zu seiner Zeit damals ein absoluter Oberchef. so Waffel durch seine Stimme, der Stimme habe ich immer sehr gemocht und dann gab es den Deal, dass Each One Teach One er mir das beigebracht hat, er mir das Rappen beigebracht hat oder versucht hat, es mir beizubringen und ich ja dann meinen eigenen Weg gegangen bin und ich ihm Styles beigebracht habe. Nebenbei war Sam noch mit am Start. Daniel, der hat ihm auch noch, damals hat er Spock gemalt, hat ihm da auch Styles beigebracht und dann haben wir Waffel zu einem einigermaßen passablem Graffiti weiter gemacht. Und er hat mich in den Rap und hat mir geholfen mit Reimschämen, hat mir halt gezeigt, wie es geht so und... Übel. Also, was mich halt so interessiert, so, ich meine, ich bin ja Westberliner und dadurch, dass meine Eltern vielmehr mein Stiefvater bei der Deutschen Reichsbahn im Westen gearbeitet hat, bin ich ja auch oft in den Osten verschickt worden. Also, der Osten ist mir absolut bekannt. Ich war jedes Jahr so sechs bis acht Wochen im Osten gewesen, so, sei es Leipzig oder Bad Klosterlausnitz oder Plauen oder so. Ja, so Ferienlagermäßig. Da haben sie die ganzen Bahnerkinder, die Westkinder sozusagen, die im Westen gearbeitet haben, haben die halt in den Osten geschickt so und dann waren wir wieder mit den Ostkits so in irgendeinem riesigen Jugendlagern gewesen. Meine Schwester ist sogar Thälmann-Pionier und so als Wessi. So ist total, das ist total... Ach, die mir war voraus. Ja, ja, die ist auch ein bisschen älter. Ja, ich bin nur Jungpionier. Das ist Integration, Alter. Das ist richtig krass. Aber aus welchem Grund? Aus dem Grund der, also, ging es um Ferien? Die Ferien? Ja, das war ganz pragmatisch. Ferienlager. Genau, das war ganz pragmatisch gewesen, weil die, die Fernzugstrecke, S-Bahnstrecken, ja, und die S-Bahnstrecken, die waren ja in sowjetischer Hand gewesen, auch für West-Berlin. Die Sowjets hatten das in der Hand gehabt, aber die konnten halt keine Ossis in West-Berlin einstellen, um diese ganzen Gleise zu bestellen und zu bearbeiten und so, ne? Also haben die Wessis eingestellt, die Sowjets. Also mein Stiefvater und mein Opa, der hat ja auch für die Deutsche Reichsbahn gearbeitet, nicht für die Deutsche Bahn, sondern für die Deutsche Reichsbahn, die wurden halt von den Sowjets bezahlt, verstehst du? Und wir hatten auch, Gleis Dreieck gab es, da wo jetzt die Polizei drin ist, in dem Backsteingebäude, da war damals eine Polyklinik drin. Eine Polyklinik? Eine Polyklinik war im Westen, Schöneberg, dicker, da bin ich hingegangen, da hatte ich meine ersten Zahnbehandlungen gehabt, Alter. Wahnsinn. Richtig krass, du bist reingekommen in die Polyklinik, es hat gerochen wie im Osten, die hatten die Geräte gehabt wie im Osten, die hatten wirklich die Kittel gehabt wie im Osten, das war richtig Osten. Zeitreise. Straight up. Das war eine der wenigen Sachen, die durchaus von der DDR oder vom Osten übernommen wurde im Westen. Also diese Polykliniken gibt es ja heute auch überall. Ja, gibt es wirklich noch so Polykliniken? Es gibt so die alten Würfel. Im Prinzip musst du dir vorstellen, eine Polyklinik ist ein Arzthaus. Ein Ärztehaus. Aber warum Poly? Was ist der Unterschied? Ich war auch auf einer polytechnischen Oberschule, also Poly mochten die im Osten sehr gerne. Das ist nur ein Wort eigentlich. Das ist einfach nur ein Wort, was sich wahrscheinlich ziemlich wichtig anhat. Ja, oder? Nee, nee, es hat was damit zu tun, in der Polyklinik kannst du operiert werden, aber du kannst auch deine Zähne machen lassen. Also da waren unterschiedliche Arztabteilungen. Ach, das ist all inclusive. Ja, ja, unterschiedliche Arztabteilungen waren da drin. Das wäre heute wahrscheinlich so für die Cadascals eine ganz geile Sache, da kannst du einmal nur rundum... Ich will es auf jeden Fall im Marzahn... Im Marzahn gibt es auch noch Polykliniken. Also die alten Ärztehäuser heißen heute Ärztehäuser, aber die Polykliniken... Aber das finde ich ja total spannend, weil hast du denn was von... Also das war ja, wir waren im Sozialismus, ihr wart im Kapitalismus und das war ja bei uns schon sehr auf eine Diktatur aus. Ja. Hast du davon was mitbekommen? Nee, ich habe da nicht so viel von mitbekommen. Also für mich war das immer, wenn ich in die Polyklinik gegangen bin, so... Ich glaube, ich war... Ich meine eher, sorry, aber ich meine eher im Ferienlager. Ja, ja, darauf will ich ja noch hin. Ich war zuerst in der Polyklinik, kann ich mich erinnern, bevor ich ins Ferienlager gekommen bin, weil ich musste mal in die Polyklinik wegen irgendwas, wegen meinem Zahnarzt, ganz, ganz kleines Kind und das hat sich dann... Das war schon anders, weil ich hatte mal einen Kumpel besucht, nicht einen Kumpel, sondern dessen Vater war im Krankenhaus, in einem Westberliner Krankenhaus. Bin dann in die Polyklinik gekommen mit meinen Eltern und das war ganz anders gewesen. Ist halt ganz anders gerochen und so und nee, ich musste mich impfen lassen. Die haben mich geimpft in der Polyklinik und meine Zähne... Und weißt du, die haben alles gemacht. Das ist all in, wirklich. Das ist wirklich all in. Und dann bin ich das erste Mal, glaube ich, mit sechs in den Osten verschickt worden. Verschickt? Ja, aber wir haben das... die so geile Austauschen. Ich habe mich vollständig eingepackt. 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 Verschickt. Aber jetzt wärst du mein Alter. Gewöhn dir das ab. Gewöhnst du gar nicht erst an. Der Schick. Warst du so ein bisschen... Irgendwie so der kleine Spack oder irgendwas und dann zack... Das ist Bridge of Spice. Das ist er eigentlich. Das ist seine nächste... Aber ich schwör's dir. Ich schwör's dir, Mann, die haben das aber so bezeichnet. Ja, wir verschicken die Kinder in den Osten. Und dicker, das war, weißt du, später als ich denn... Also ich bin ja vom sechsten Lebensjahr bis zum vierzehnten Lebensjahr immer in den Osten gefahren. Also ziemlich lange. Und später als ich dann zehn, elf war, hab ich das auch ein bisschen verstanden und hab halt auch meine Eltern gefragt, so wegen Mauer und so. Ich hab das immer nie verstanden. einen Tränenpalast. Wir sind nicht immer über einen Tränenpalast, aber oft über einen Tränenpalast, so. Und die hat mir das dann auch erklärt und dann meinte ich auch so, warum schickt die uns immer so lange weg? Und dann meinte ich auch so, das ist voll billig, so irgendwie 50 oder 60 Ostmarkt, weißt du, bist du sechs Wochen deine Kinder los, halt das so ganz easy. Aber dicker, in dem Ferienlager, ganz ehrlich, das Einzige, was mir aufgefallen ist, so die Klamotten waren halt farblich nicht so wie unsere Klamotten, die waren halt sehr eintönig und keine grellen Farben, so. Spielzeug war halt sehr eindimensional. An Spielzeug hab ich das immer festgemacht, so, weil wir hatten ja He-Man-Figuren und hast nicht gesehen, ne? Aber sonst war das cool. Also wir haben uns, es gab da, es gab da nichts vom Wegen, wir sind Wessis und ihr seid Ossis oder so ein Scheiß. Wir sind da hingegangen, mir hat das Essen gut geschmeckt, die Kids waren cool drauf. Freue mich voll, dass du so eine gute Erfahrung gemacht hast. Ja, nee, nee, die haben das auch immer echt geil organisiert. Ich würde sogar behaupten, so diese Ferienlager-Urlaube, die ich hatte, gerade auch im Bad Kloster Lausnitz, das war so ein riesiges Ferienlager-Heim sozusagen, wo wirklich, wir waren ja nur, keine Ahnung, 30 Wessis. Nachtwanderung? Alles, Mann. Dicker, Alter, wir haben Schnitzeljagd, Nachtwanderung. Oder? Ja, Mann, ich hab meine ersten, wie sagt man dazu, Mushrooms da gegessen, so echte Mushrooms, die man über ein Feuer macht und so einen Scheiß. Ich hatte so richtig, oder Marshmallow. Mushrooms sind ja. Mushrooms sind ja. Das ist die ganze Zeit heiß gewesen. Mushrooms sind ja. Alter, nimm einfach schon angefangen, Junge, ey. Nein, da sind die Schmarschmallows. Da wollten die die Bessie erstmal schön weckauen, Alter. Nee, aber ich hatte wirklich, meine geilsten Urlaube waren im Osten gewesen, das Essen war geil gewesen, die Kids haben sich verstanden, weil du musst dir ja vorstellen, in so einem riesigen, gerade im Bad Kloster Lausnitz, wir waren ja in vier, fünf unterschiedlichen, wir sind ja immer, ich war zweimal nur im Bad Kloster Lausnitz, einmal im Plauen und meine Schwester kennt auch die anderen Orte, ich kenne die alle gar nicht mehr vom Namen her. Bad Kloster Lausnitz war aber der größte, weißt du, das größte Ferienlager mit ungefähr 300 Kids. Na ja, dass die Deutsche Reichsbahner im Prinzip da ein Riesennetzwerk hatte und im Prinzip für seine Arbeiter und für die Familien da im Prinzip sowas angeboten hat, was ja prinzipiell erstmal voll geil ist. Genau. Dass überhaupt ein Betrieb oder eine Gewerkschaft irgendwie darauf Wert legt, zu sagen, ey, lass mal kicken, dass wir den jetzt so annehmen, wie möglich machen. Aber ich freue mich gerade über dein positives Feedback. Ich sitze ja auf der anderen Seite dadurch, dass mein Background ja eher militärisch war, also der von meinem Vater und ich in ganz anderen Ferienlagern war. Ah. Also ich im Prinzip schon als Kind angefangen habe, irgendwelche Stabhandgranaten zu schmeißen und sowas. Ah. Also ich wurde da halt hart konditioniert und bin dann kurz nach der Wende ja auch fast bescheuert geworden, weil ich so konditioniert war. Und darum freue ich mich, dass du da so positive Erinnerungen dran hast, weil bei mir das halt später dann natürlich in den Westen schon teilweise... War schon feind für dich ein bisschen so ein Bild? Das war dann halt ein bisschen so ein Bild. Wenn du so konditioniert bist, jetzt nehmen wir mal nur dieses Bild, war auch schön. Ich will jetzt nicht nur darüber reden, dass es nur schlecht war. Es war auch schön, aber du wunderst dich halt schon. Warum schmeißen andere Kinder, erzählen das so mit Bällen schmeißen, wenn irgendwelche Ringe und irgendwelche Ringe zu treffen und du schmeißt halt einen Stab an Granaten. Warum eigentlich? fit gemacht für den Klassenkampf. Im Prinzip, im Prinzip. Ich meine, das Problem war ja gewesen, dass ja wirklich mehr oder weniger die Westarmee, also halt die Bundeswehr, war ja eigentlich mehr oder weniger eine Abwehrarmee gewesen und die Ost wurden ja ausgebildet als Angriffsarmee. Das ging ja schon los mit der Kampfgruppe und so. Ja, wir wurden schon fit gemacht. Du wurdest ja schon in der Schule auch schon fit gemacht und dann wurde überlegt, wo geht der hin, wo geht der hin. Dann hebst du den ASV, im Prinzip den Soldatenverein, wo dann viele auch schon aktiv wurden als Kinder und so. Also das war bei mir eine ganz andere Konditionierung. Und dementsprechend musst du dir vorstellen, nach der Wende war bei mir natürlich auch da jingen alle Lampen an. Und was hast du da gefunden? Wie hast du dich dabei gefühlt? Na ja, du gehst halt rüber und gehst zum Beispiel mit meiner Mutter rüber, weil mein Vater... Wo zum ersten Mal warst du im Westen dann? Ja, Bornholmer will ich rüber. Bornholmer. Bornholmer, also war ich im Wedding, oder? Ja, ja, Bornholmer war ich im Wedding, genau. Naja, und dementsprechend, ich war halt jung, ich war, weiß ich nicht, 14, 15 oder was. Wir sind nicht mehr genau, müsste man jetzt zurückrechnen, aber auf jeden Fall war ich mit meiner Mutter da und musste auf meine Mutter aufpassen. Also meine Mutter geht mit mir in den Westen und mein Vater lehnt das kategorisch ab. Na klar, ist ja ein Klassenverein da drüben. Und dann gehst du da halt rüber und dann erwartest du natürlich hinterher, scheiß Ecke den Feind. Ja, das war echt cool, du hast überall nicht wehen wehen. Ja klar, du bist halt so, deshalb erzähl ich ja darüber, du bist so konditioniert, dass du eben da nicht mit diesem Freiheitsgedanken rüber gehst und sagst, oh, endlich Freiheit. Und also damit habe ich mich ja nicht beschäftigt. In meinem Kopf war, ich muss auf meine Mutter aufpassen und ich muss aufpassen, dass hier nichts passiert und wir müssen heile wieder zurück. Also ziemlich militärisch getriggert, einfach rüber. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt kommst du da in ein Wedding und bist natürlich dementsprechend doch angespannt, weil du halt überall jemanden erwartest, der dir was Böses will. Ja. Nur darum, Jinks, etwas Böses will, ja. Und auf einmal kommst du an einen Laden und du hast ja vorher, du hast ja nicht über einen Döner gehört oder sowas, sondern da war ein Laden, da standen ein paar Leute draußen und in dem Laden steht ein Typ mit so einem Messer. Und du, wo ist meine Hartgranate? Ja, Hamburg. Wo ist meine Stiel-Hartgranate? Ich sag mal, Murat, war voll nett, aber Messer in der Hand. Junge, willst du was essen? Junge, hast du Hunger? Ja. Ja, 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 ja. Ich mach dir schönen Döner, brauchst du doch nicht bezahlen. So, also der Wedding war sofort, ja, also Murat war sofort für mich da. Murat hat uns was zu essen gemacht. Klar, es war eine verrückte Zeit, wir hatten keine Kohle. Da waren wir noch nicht mit Kohle abholen. Und Murat hat uns zwei Döner gemacht und Murat hat dafür gesorgt, dass ich mich, ja, ein bisschen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, das war er nicht. Das war nicht der Feind, das ist ein guter Mann. Übrigens, übrigens, konditioniert, er ist gut, schon immer. Ja, also er hat, er stand ja sozusagen stellvertretend für alle Berliner. Erstmal für alle Westberliner. Das war der Erste, den ich da, blöde gesagt, die trocken habe und mit dem man mal eine Konversation hatte. Und ich gemerkt habe, dass es einfach ein netter Kerl ist und ein Mensch, ein empathischer Mensch, der einfach mal zu essen gibt, weil er sieht, dass du Hunger hast und dass du Bock auf das Ding hast, weil, wie du dir rochen hast und ach, einfach geil. Dann hast du erst mal einen Döner gegessen. Genau, da habe ich das erste Mal Döner gegessen. was lustig ist, so eine ganz kurze Sache, weil ich hatte nämlich so eine ähnliche Erfahrung. Auch Marzahner hier, Ja, auch Marzahner und mit den Eltern rüber. Welche Ecke? Hier so Mero Allee und so da die Ecke. Okay. Und dann sind wir ja auch, wir sind ja samstags noch zur Schule gegangen. Alle haben natürlich einen Entschuldungszettel gekriegt, nachdem die Mauer aufwiegen. Irgendwie so keine sauberer Schule. Alle rüber am Westen, hoch über Bornholmer Straße. Und uns hat man ja nicht eingesehen, dass wir aussieht sind. Also an den großen Augen, an den Klamotten und alles so. Da kam eine ältere Dame an und meinte zu mir, ich bin auch aus der früher Abgehauen hier aus der DDR und alles so. Und hat mir fünf Marke in die Hand gedrückt und hat gesagt, guck dir dafür eine Schokolade. Es war eine sehr, sehr krasse Zeit. Also eine sehr empathische Zeit. Also ich kann mich an diesen Empfang halt einfach erinnern. Und ich glaube, dass diese Zeit halt auch, gerade weil wir in dem Alter waren, halt auch was mit dir gemacht hat. Also die Stadt, die Stadt hatte ich auf eine andere Art und Weise nochmal aufgefangen und hatte ich wissen lassen, so ey, die Probleme, all die Probleme, über die wir heute reden und denen wir heute sozusagen ausgesetzt sind, die scheinen gefühlt ja nicht da gewesen zu sein, weil es keine Probleme gab. Ja. Also und das vorderrangig, einfach um die Empathie ging und der Westberliner auch wusste, ey, geil Mann, die Mauer ist weg. Diese Leute kommen jetzt hierher und diese Leute sind hier zu Hause. Das ist auch ihre Stadt. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment, an den ich mich wirklich auch positiv erinnere. Aber klar, natürlich hat man uns das angesehen, egal wie wir sahen. Und mein erstes Gefühl war gewesen, als ich meine Mama, als sie mich morgens geweckt hat und hat zu mir gesagt, du Olli, Schatz, wach auf und so. Und ich so, ja, weißt du, was heute passiert ist, heute Nacht? Die Mauer ist aufgegangen, die ist gefallen irgendwie so. Weißt du, was meine erste Reaktion war? Ich so, scheiße, dann wäre ich ja kein Thema ein Pionier mehr. Ehrlich? Alter, ist doch krass. Wirklich? Das war dein erster Gedanke. Ja, aber ein paar Monate ist es soweit und ich wäre Thema ein Pionier. Darauf hat mich gefreut, ich war jung Pionier gewesen und ich dachte mir schon irgendwo, wahrscheinlich hat sich das damit gehessen und ich war erst mal so eine Kacke. Ich will Thema ein Pionier werden. Irgendwie so, die nehmen mir das jetzt so nach dem Motto. Und dann wurde mir die Tante die fünf Marken in die Hand drückt und gesagt, guck dir eine Schokolade dafür. Da dachte ich mir, Schokolade ist ja ganz schön teuer. Und dann ist ja eigentlich aus dieser Geschichte das entstanden, warum wir uns eigentlich heutzutage kennen. Achso, da hast du ja das Fantastic Four Comic gekauft und so. Ich starte vor so einem Zeitungsladen und hab ja gesehen, ich hab's heute ja noch nie gesehen, bei uns hab's ja, weiß ich nicht, Bummi oder und so was. Mosaik. Mosaik Comics, ja. Prösi. Prösi, genau. Und ich seh dann so, aber so die Fantastischen vier in so einem Taschenbuch. Johnny Storm, die Fackel. Ich so, boah, was ist das denn? Ich kann nicht sagen, die fünf Marken gelegt, aber das möchte ich gerne haben. Er hat gesagt, das kostet 5,30 oder 5,70 oder so. Ich so, hab ich nicht. Er hat gesagt, komm dann hier, irgendwie so. Und da hat es angefangen und wir haben uns ja dann über Comics dann später dann kennengelernt. Echt, ja? Ja, 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 genau. Wir haben uns dann in einem Comicladen, damals, Jahre, Jahre her schon. Nee, aber war das denn auch für, ich meine, du, du beschreibst quasi so auch die Begeisterung für Produkte, die du so noch nicht kanntest. War das bei dir auch so der Fall, als du denn in den Westen gekommen bist mal und bist dann in den Supermarkt gegangen, war das nicht so? Also du kommst im Prinzip, bist du ja aus dem Grau gekommen, also verbildlichen kann man das so, vielleicht auch für die Zuhörer oder Zuschauer, verbildlichen kann man das so. Das, das im Prinzip aus dem Tristesse heraus, also vielleicht erinnerst du dich auch. Ja, ich kann ja. Es war im Prinzip grau, alles war grau, grau in grau, bis hin zu schwarz, die hat nicht viele Abstufungen. Es war selten etwas bunt. Das Einzige, was bunt war, war auf irgendwelchen Parteitagen die Flaggen und das war es. Vielleicht das Logo von dem ASV hier vom Sportverein, da hast du da auch mal ein paar Farben. Oder vom FDGB oder so. Aber eigentlich ging es nur um die Graustufen. Das war so die Sowjet-Flavor. Toll. Und du kommst halt aus den Graustufen, so habe ich das immer, so erzähle ich das auch immer, egal wer das wissen möchte, du kommst aus diesen Graustufen raus in die Farben und auf einmal ist alles hell, auf einmal blinkt alles und überall wollen sie deine Aufmerksamkeit. und das Bunte, wie soll ich sagen, das vereinnahmt dich natürlich auch. Also gerade, wenn du Künstler bist und das Künstlerische war ja im Osten auch schon in mir, gerade, wenn ich vom Graffiti rede, war das ja für mich so, die Mauer von der anderen Seite zu sehen. Also von unserer Seite aus war die nur grau und von der anderen Seite war die bunt. Und das ist das schönste Bild eigentlich, was ich zeichnen kann oder was damals Leute hier zeichnet haben, wo ich halt sage, die Begeisterung bei mir hat halt erstmal auch wirklich an den Farben mir liegen, also an dem Hellen, an dem Freundlichen, an dem Großartigen, an dem, oh, Autos. Ich war als Kind schon, hatte ich Bock auf Autos. Wir hatten Trabant, Wartburg, Skoda, Dacia, Lada, dann war die Palette rum und auf einmal hast du einen geilen BMW gesehen, die geilen S-Klassen aus den 90ern, die 124, 124, 126, ich habe heute noch auch ja Oldtimer ein paar, weil ich mir die dann auch zugelegt habe, weil mich das einfach geflasht hat und auf einmal war alles hell. Also nochmal aus den Ausstufen heraus in die Farbe hinein und später dann auch hat das natürlich zu einer Reizüberflutung geführt, weil du oder wir Kinder des Ostens im Prinzip mit dieser Reizüberflutung ja nicht umgehen konnten. Also wir waren überfordert, weil wir natürlich auch haben wollten und wir nur ein paar Jahre Zeit hatten, um sozusagen in den Konsum und jetzt will ich auch, ich möchte jetzt, ich will auch und klar, dann kamen die schweren Jahre, dann wurde es halt kriminell, dann wurde es unangenehm, dann ging es auf die schiefe Bahn und dann dann hatte der Kommerz einen sozusagen gefressen. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, viel zu selten wird darüber geredet, über, ich sag mal so, die Depression der Ostbürger, kurz nach dem Mauerfall und das, was Kohl versprochen hat, blühende Landschaften und so, das hat sich ja am Anfang erstmal toll angehört, so, und als denn, als denn sozusagen der Osten ausverkauft wurde, ja, ich wollte gerade sagen, die wurden ja viel blühend für die Leute, die dann nach dem Osten gekommen sind und alle für den Appel und Neige. Ja, die ganze Treuhandnummer und so. Die ganze Treuhandnummer, genau, so und wo Betriebe geschlossen wurden und so, darüber wird so gut wie nie geredet, so. Man muss sich das mal vorstellen, das hat geschehen, doch, du kannst da schon in so eine Bubble rinnen, wenn du Bock hast, also es ist nicht so, dass da nichts passiert ist, ich will das nur ein bisschen verteidigen, da ist, das wurde nie zu einem Mainstream-Thema, sagen wir mal so, aber ich glaube, das ist schon bekannt und wurde schon viel darüber gesprochen, was da alle schief gelaufen ist, also diese Vereinnahmung einiger Betriebe oder, ja, wenn man sich jetzt, sag ich mal, auch politisch oder in irgendeiner Art und Weise mit dem Zeitgeschehen beschäftigt und Bock hat auf diese Geschichte, also es gibt ja noch Dokus, die eben in irgendeiner Art und Weise wenigstens einen Ansatz davon liefern, in welche Richtung dieser Ausverkauf damals hing und vor allen Dingen, was du als Depression benennst, war ja auch wirklich so, das war ja das schlimmere Übel eigentlich, das war ja die Gedanken in den Köpfen der Menschen, die ihre Arbeitsplätze verloren haben, mein Vater, der Suizidgedanken hatte, also nicht Suizidgedanken hatte, sondern wegen dem Macht-Systemwechsel, so keine Chance zu haben in einem Kapitalismus, weil man ja Kommunist ist, weil man Sozialist ist oder und diese Sachen, darüber wurde nicht gesprochen, auch die Nachwendezeit, dass Menschen, ich damit aufgewachsen bin und ich möchte, ich erzähle das, aber möchte kein Mitleid, ja, klar, versteht es nicht falsch, aber wenn du, wenn du nacherwende, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, bist du im Marzahn Groß geworden? ja. Ob du dich erinnern kannst, ich bin 1990, also die Zeit von 1990 bis 93 etwa, war so eine schlimme Zeit, da sind so viele Menschen, aus den Hochhäusern gesprungen, oh, ja, weil sie sich das Leben genommen haben und ich kann mich an die Geräusche noch erinnern, ich will euch nur sagen, ich, also ich war ein Kind, ich bin ein Kind gewesen, ein Kind, was sehr schnell erwachsen werden musste, aber ich werde diese Geräusche halt nicht verjessen, ich werde auch nicht verjessen, wie sie unseren ABV, das war der sogenannte Abschnittsbevollmächtigte, der im Osten eine absolute Respektsperson war, alle haben gekuscht vor ihm, aber eigentlich haben sie dann alle Scheiße gefunden, wie die den nach der Wende um die Blocks gejagt haben, und das Lynch-Mob mäßig, nackig ist dieser Mann, nackig, ihr blutet aus allen Löchern, haben die den durch die Blocks gejagt und wenn du das als Kind mitbekommst, dann prägt sich sowas ein und darum sage ich auch, ich möchte kein Mitleid, aber ich möchte davon als Zeitzeuge erzählen, weil Leute, und ich merke das oftmals, immer wenn ich da so ein bisschen anreiße, Leute halt sagen, ja, das denkst du dir da alles aus und so, aber ich suche natürlich auch, wie jeder Mensch dann in der, nun bin ich Mensch der Öffentlichkeit und nun gebe ich sowas auch preis, aber für mich ist wichtig, dass ich nicht der Einzige bin, der das mitbekommen hat und darum habe ich dich gerade explizit gefragt, ob du dich auch noch erinnern kannst, vor allen Dingen ist es ja, das ist die eine Nummer, die zweite Nummer ist ja die Angst um deinen Vater, also versetz dich mal in die Lage, die Leute, die da gesprungen sind, du musst dir vorstellen, im Osten war das auch so, gerade in Marzahn oder Hellersdorf oder Hohenschönhausen, die Menschen kannten sich ja in den Blogs, also wir waren ja Nachbarn und die, die da gesprungen sind, die kannte man und das hat ja was mit meinem Vater und meiner Mutter auch was gemacht, wenn Leute sich wirklich das Leben nehmen und mein Vater auch definitiv solche Gedanken hatte, darüber habe ich mich später mit ihm ausgetauscht, aber ich bin ja dann die Generation, die das mit angesehen hat und gedacht hat so, hey, hoffentlich passiert meinem Vater nichts. Nicht nur, dass der, warte kurz, ganz kurz, nicht nur, dass er sich was antun könnte oder sich das Leben nimmt, sondern vielleicht war er nicht korrekt zu irgendjemandem und morgen ist er dran, die Sau, die sie durchs Dorf treiben, doof gesagt. Und das waren alle Sachen, die mich natürlich hart geprägt haben und mich auch, ich würde heute sagen, mich zu einer besonderen Zeit sehr, sehr hart gemacht haben. Ja, ja. Da schließe ich auch wieder die Brücke zum Anfang, wo ich sage, ich hatte sehr viel Wut in mir und mit dieser Wut wusste ich halt nie wohin. Ja, also ich hatte diese Wut nur in mir, ich hatte keinen Feind insofern, weil ich ja auch niemand dafür verantwortlich machen konnte, sondern dieses System ist einfach krachen gegangen und du hast dich aber, und das weiß ich, ich habe mich damals schon gefragt, so, was kommt denn eigentlich danach? Also wenn jetzt der Kapitalismus kommt und der Kapitalismus diese Chance haben soll, freue ich mich darüber, weil ich als Künstler mich natürlich, ich kann mich ausleben, endlich. Ich hätte nicht zur, ich musste nicht zur Armee, das war nämlich meine Angst, in die Fußstapfe meines Vaters zu treten, zu müssen und zur Armee zu müssen, obwohl ich gut darauf vorbereitet war. Aber ich wollte Künstler werden, ich wollte in die Kunst und diese Freiheit war der einzige Gedanke, an dem ich mich festgehalten habe, dass ich sage, ich bin jetzt in Freiheit, ich darf tun, was ich möchte, nicht das, was mir irgendjemand zu sagen hat. Musstest du dir das auch ein bisschen so einreden und verstehen erstmal, dass du wirklich keinen Antrag stellen musst, um ein Studium zu machen oder die Erlaubnis, um ins Ausland zu gehen oder so? Ich habe es mir einfach genommen, ich habe es mir einfach genommen, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich es mir jetzt nicht nehme, dann verpasse ich es vielleicht sogar. Und du warst noch jung. Ich war jung und habe dann natürlich auch, habe mich halt dann auch ausgelebt. Und dann kam es halt später, wo ich gesagt habe, schiefe Bahn, kam er dann natürlich auch dazu, dass ich sage, ich wollte auch, ich wollte auch das Geld, ich wollte auch den Benz, ich wollte auch dies, das, ich wollte auch so. Und neben mir hat eine Prostituierte gelebt in Marzahn mit einem Zuhälter, der packte unten seinen 560 SEC ab. Und wenn die Müllmänner da hinten mit dem Auto dran standen und gehupt haben, dann hat er aus der Platte runtergerufen, was ist los mit euch? hier kotzen. Und die haben halt Spruch gemacht, dann ist der halt runter so und seine Boxerschuhe. Und dann hat er die da weggelegt und hat sein Auto halt einfach da stehen lassen. Wie halt Bock gehabt. Ja, ja, ja. So und, 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 und was ich damit sage, das alles hat mich getriggert fürs zum geht nicht mehr. Ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm. Und am Ende, nicht, dass ich sage, dass ich zu einem Zuhälter geworden bin. Ja. Aber am Ende hat es mich dahin gebracht zu sagen, nimm dir, nimm dir, nimm dir die Freiheit. Und das ist ja heute noch so, auch wenn ich ganz tief in mich reinhöre, diese Freiheit ist der größte Reichtum, der uns umgibt. Also das größte Privileg sogar, sich diese Freiheit nehmen zu dürfen. Aber muss man sich denn bei so neugefundener Freiheit auch neu orientieren? Wie geht man damit um? Also man muss ja denn wirklich Entscheidungen treffen, okay, was mache ich und ziehe ich das durch? Oder ist das überhaupt das Richtige? Ich habe ein schönes Beispiel. Ich kann nicht noch erzählen, ich habe ja auch einen eigenen Podcast, der heißt Wohl oder Übel. Ja. Und den habe ich mit, ja, und den habe ich mit Jonas Fröhlich, den du ja auch kennst, zusammen gemacht. Ah. Und der Typ hat ein geiles Bild erzeugt, der hat gesagt, Digga, meine erste Erfahrung, ich bin da rüber, erst mal einkaufen gehen. Meine Mutter hat gesagt, lass mal einkaufen, schön. Taschen voll machen, Onkel, Onkel Herbert oder was, hat uns ein bisschen was zugesteckt an Cola, also erst mal einkaufen gehen. Rüber, aber dann schnell wieder in den Osten, Bernauer Straße, schnell rüber und wieder zurück. Aber hauptsache mit fünf Tüten, wirst du ja erst mal haben und zehn Meter weg. Ja, ja, ja. Und dann hat er sich eine ganze Packung, eine Sechserpack Cornettos in die Farm. Oh mein Gott. Und hat die natürlich in zwei Stunden wieder ausgekackt. Die haben uns kaputt gelacht, weil die sind Sinnbild. Einfach das Schönste, das bei mir war, bei mir wurde Hamburger Speck. Ich habe eine Riesentüte, kennst du diese Riesentüten Hamburger Speck? Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, ich. Die ganze Tüte, Dicker. Ach, aber volle, den Kanister, den Ranzen, richtig vollgepackt. Dicker, und dann halt. Ja. So, am Ende ist das das beste Sinnbild dafür, was passiert ist. Also, wir haben es übertrieben, wir haben zu schnell konsumiert, zu schnell reingefressen, zu schnell gedacht, das ist es. Dann aber ziemlich schnell auch festgestellt, das ist es nicht. Und dann sind wir halt auf, dann dachten wir, dann kam eine Zeit, da dachten wir, jetzt sind wir clever. Weil die Leute aus dem Westen, dann natürlich auch nach Ostdeutschland kamen und sich an dem Ausverkauf sozusagen beteiligen wollten. Also gerade in Marzahn kann ich mich an Küchenzentren erinnern. Ich kann mich in Marzahn an Gebrauchtwagenhändler erinnern. Ich sehe noch diese flatternden Girlanden hängen, die blau-silbernen, ich weiß nicht, ob du dir erinnern kannst. Und das sind, ich weiß nicht, Golf 1, Golf 2, die irgendwie, was weiß ich, damals zweite Hand 5, 600 Euro gekostet haben. Ich überspann jetzt vielleicht den Bogen ein bisschen. Mark damals noch. Mark gekostet haben. Danke, dass du mich berichtigst. Die wurden dann für 13.000 D-Mark auf dem gleichen Platz verscheuert. Und ich nenne sie jetzt mal beim Namen und die Osla haben Schlange gestanden und haben mir gesagt, na wunderbar, jetzt kann ich endlich in Westautokurve, weil alle Ersparnisse sind draufgegangen. Und da haben sich Leute auch Taschen voll gemacht über, ich nenne es jetzt mal die Dummheit und werdet nicht, ja? Ja, klar, wir wussten es ja nicht. Genau, ich saß da, ich denke mir an der Kika an, die Autos alle weg, und dann im Rechnen waren wir ja nicht schlecht, haben wir kurz mal zusammengerechnet, was der an Kohle da in seinem Bauwagen und das waren damals noch Bauwagen, da hatten sie noch keine Büros, also keine Container in Bauwagen haben die gesessen und da lag dann mal kurz, die haben ja alle Bar bezahlt, da lag dann mal kurz 350.000. Oh, shit. So, und dann sollen wir ein Eis essen hier. Cornetto. Cornetto. Sechs Mal hintereinander. So. Ja. So, und also, so, und haben halt gesagt, ey, das ist ja ein Ding. So, das gibt's ja ja nicht. So, und dann mit den Küchenzentren ja genauso. Du musst dir vorstellen, so eine Küche in der Platte, die hat, weiß ich nicht, vielleicht fünf, vielleicht sechs Quadratmeter gehabt, größer waren die nicht, mit Durchreiche vielleicht noch, das war dann schon Luxus, und dann bist du mal in so einem Küchencenter drin hier, hast du gesagt, du bist mal hingegangen, hast du gesagt, du, ich soll mal wegen Mutti fragen, was kostet hier so eine Küche? Mutti hat gesagt, ich soll mal Preise reinholen, Kostenvoranschläge. Ja. So, und da sagt er, naja, wir haben hier drei Modelle, hier, was weiß ich, sowieso, 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 da waren mal locker nur 30, 35, 1000, waren mal kurz fällig, für eine Fünf-Quadratmeter-Küche? Wahnsinn. So, dann hast du natürlich die Idee, will du an eine Birne hier fast, und dann hast du dich gefragt, na gut, gehen wir mal noch mal ein Eis essen. Genau. Gehen wir mal kurz Eis essen und grübel mal kurz und denken mal kurz nach, über unser Leben. Was ich dir, was ich damit sagen will, ist, also die, die Versuchung war so groß, vor allen Dingen der Ertrag, dass du einfach, doof gesagt, wahnsinnig wurdest. Und wir hatten im Wohngebietspark, kannst du dich bestimmt auch dran erinnern, in einem Wohngebietspark im Marzahn, war ein florierender Schwarzmarkt, auf dem du alles bekommen hast, alles, da war man zugegen, da konnte man mich treffen, und da war ich einer der Nummern, die oft gefragt wurden. Wo du Eis halt so. Genau, wo man mal ein Judith Eis essen ging. Gehen kann auch so. Verschiedene Eisdielen, du hattest ja schon. Und dementsprechend wurde, so Bauchladen hatten. Genau, wurde aus dem Sozialismus dann der Kapitalismus und um mit mal auf Deutsch zu sagen, ich bin wahnsinnig geworden. Ja. Wahnsinnig geworden, wirklich wahnsinnig geworden. Also, das war eine ganz, ganz krasse Zeit. Ich hab auch, in meinen Büchern hab ich darüber auch geschrieben, ich hab teilweise angerissen, aber ich bin so, dass ich denke, ich werde noch ein drittes Buch schreiben, in dem ich da noch mal viel expliziter drauf eingehe. Aber diese Geschichten, wenn man die jetzt in einem Podcast oder wenn man die so erzählt, du wirst nicht fertig. Ja, das ist so crazy. Das ist so wahnsinnig. Was mich zum Beispiel auch interessiert ist, weil du meintest ja, du bist, du bist an eine weiter, was ich jetzt nicht so ganz verstehe, aber das müsstest du mir nochmal erklären, so eine weiterführende Schule, wo du fürs Militär vorbereitetst, oder was war das oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee. Also die Polytechnischen Oberschulen, auf die sind wir gegangen und wir hatten das Glück nach der Wende, dass der Realschulabschluss nach zehn Klassen sozusagen, der Realschulabschluss anerkannt wurde und du eine Prüfung gemacht hast und du Realschulabschluss bekommen hast. Ja. Das ist ja heute nicht mehr so. Heute hast du ja die Hauptschule oder Erweiternde, aber damals hatten wir noch Glück im Unglück, weil wir die Prüfung gemacht haben und ich war der letzte Jahrgang sozusagen und dann hast du Realschulabschluss gemacht und konntest dann sogar dich auch schon für ein Abi bewerben und so. Ah, okay. So, aber diese vormilitärischen Sachen, wovon ich erzählt habe, das sind eher die Ferienlagersachen. Ach, das war auch für Achtung. Genau, das sind halt eher die Ferienlagernummern, wo du auch, also das Programm war ja noch das gleiche mit Nachtwanderung und hin und her, nur dass du da schon deinen Rucksack gepackt hast, in dem Rucksack, an dem Rucksack zum Beispiel schon einen kleinen Spaten dran hattest, wusstest, wie du dich einbuddelst. Granaten halt. Genau. Und später dann halt auch gelernt hast, wie du Leute per Druckpunkte weglegen kannst, Leute auskugeln kannst. Wow. Also ich hab halt viel, was ich später dann auch an der Tür umgesetzt habe, weil ich ja dann lange an der Tür habe. Entschuldigung, Ferienlager, ihr lernt. Und du, du hast mir gesagt, alles im Ferienlager. Alles im Ferienlager. Das ist so geil. Du hast die ganzen Leute weg. Ferienlager. Ja, ja. Es kommt drauf an, es gibt Leute, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht, es gibt Leute, die gucken mich an und sagen, sag mal, wo warst du im Ferienlager? Und ich sag, naja, ich war über den Zoll, also mein Vater war beim Zoll und über den Zoll war ich halt beim Ferienlager. Und da ging es halt auch schon um Grenzschutz, da ging es um, wow, um das große Ganze, um sozusagen die Verteidigung oder den Angriff. Und dann wurde gespielt, also wurde Krieg gespielt. Aber sag mal, ihr habt doch irgendwie, ich glaube, in der neunten oder in der zehnten Klasse, ihr habt es doch auch noch mal so ein Camp irgendwie, wo die einzelnen Jungs... Das war GST, warte. GST, genau. Weil mein Bruder wurde da nämlich hingeschickt, war ja noch zu klein und der kam wieder und stand so militärisch angezogen mit einer Glatze von meiner Mutter. Also der hat den Klingel, der hat die Tür aufgemacht, der hat den angekickt und der hat ja vorher so eine Popperfrisur gehabt, so ein bisschen längere Haare und so, und steht auf dem Glatze da, sie hat die Tür zugeschlagen, wer steht denn da vor der Tür? Irgendwie so, hat er nochmal aufgemacht, dich lasse ich nicht rinnen, irgendwie so. Das war die GST, aber da war ich auch nicht mehr involviert. Ich habe im Prinzip nur noch dann die Ausläufer auch mitbekommen und war sehr, sehr schnell dann auch in Untersuchungshaft, kurz nach der Wende und habe dann im Prinzip noch auch den Ostknast noch erleben dürfen, einfach weil ich halt in U-Haft gesessen habe. Ja. Und halt wie gesagt, nur in Untersuchungshaft, also wurde nicht, wurde nicht, wurde freigesprochen. Und das wird Eis essen. War es zu viel Eis? Nein. Genau. Nein, vergiss mal. Nein, aber, aber kannst du dich noch an die erste Berührung mit Hip-Hop erinnern? War das vor dem Mauerfall oder nach dem Mauerfall? Vor dem Mauerfall. Und wie, wo war der Berührungspunkt gewesen? Berührungspunkt war ganz klar und deutlich, DT64, das war unser Ostsender, Radiosender Nummer eins, DT64 hieß ja, und da gab es einen Typen, der hieß André Langenfeld. Ah, André Langenfeld, ja. Und André Langenfeld hat eine Hip-Hop-Sendung moderiert und hat sozusagen die Permission, sagt man ja, ihr habt vom Staat im Prinzip auch Künstler aus den USA vorzustellen. Ohne Scheiße, der hat die Erlaubnis gehabt, über den ETA-Abrigantum. Er muss die Erlaubnis über den Rundfunk gehabt haben, weil sonst hätte er das nicht machen können. Ja, klar. Und er hat wirklich so Sachen wie Public Enemy gespielt. Aber ich wundere mich, dass der SED-Staat das erlaubt hat. Ja, na ja, klar. Vielleicht haben die da keine Gefährdung so drin hier sehen. Aber am Ende sind halt auch Sachen gelaufen wie halt Public Enemy, Fear of a Black Planet, et cetera. Will heißen, das waren die ersten Texte, die ich übersetzt habe für mich, weil ich es verstehen wollte unbedingt. Und aus dem, aus der Sache heraus verstehe ich halt heute, na klar, über was hat Public Enemy Rap? Public Enemy hat den Staat, den amerikanischen Staat konfrontiert mit den Problemen der Black Community. Ja, ja. Will heißen, die haben auf den Staat gefeuert, dass das laufen darf im Kommunismus, im Sozialismus, ist ja klar. Ja, ja, ja. Weil es anti-amerikanisch funktioniert. Genau, anti-kapitalistisch, ja, das war gegen den Klassenfeind. Genau, genau. Und André Langenfeld hatte da irgendeine Art und Weise halt, ja, war im Prinzip der Erste, der das auch ins Radio gebracht hat. Und da musst du dir vorstellen, dann war am Wochenende sonntags, weiß ich nicht, Flimmerstunde vorbei. Und dann ging DT64 los, das hieß für mich so, okay, Kassettenrekorder, wie hieß er, 700? War der vom Sternradio gewesen? Genau. SR 700. Ja, Fakt ist, Rekorder raus, aufnehmen, Kassetten aufnehmen, dicker, Mucke aufnehmen, so, ey. Und dann halt wirklich André Langenfeld aufgenommen und die Mucke gepumpt, die Mucke übersetzt, also Songs gehört, Texte mit dir rappt, mit versucht, die ersten Gehversuche stark einfach nur, also überhaupt dann in den Hip-Hop einzutauchen und sich in dieses Netz fallen zu lassen, war für mich neben dem ganzen Eisessen und war wirklich ein geiles Netz einfach, also so ein Netz, wo du dich unbefangen reinschmeißen kannst und ich gemerkt habe, dass dit genau dit Netz ist, in der ich meine Kreativität finden werde. Und angefangen hat es halt dann mit dem Graffiti, weil wir im Osten auch schon einige Graffiti-Künstler hatten, die an der S7, weil der später zu meiner Lein wurde, also die S-Bahn-Linie S7. Darf man den Writer-Namen hier sagen? Hä? Darf man den Klima-Ratia? Ja, natürlich. Überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich finde es sogar geil, dass heute vor anderthalb Jahren ihr habt eine große Ausstellung in Marzahn über Arbeiten von mir. Also Ausstellung. Und ich wusste davon, ja, ne? Du wusstest aber gar nichts. Ich sagte, ich muss da hin. Nicht nur über mich, aber schon vorderrangig, also eigentlich alle Wände von mir und über meine Crew, über GCK, wirklich im Alt-Marzahner-Museum. Größte Ehre, die mir je zuteil wurde, weil ich dachte halt immer, okay, das interessiert kein Schwein. Aber da entstand dann halt auch schon Ratzia, genau. Krass. Und das war meine Linie und an dieser Linie gab es halt auch schon Sprüher im Osten die einen ganz besonderen, ich habe den nie getroffen, keiner wusste, wer er ist, Ozone hieß der, also Ozon geschrieben, der war der Erste, der an der S7 Bilder hatte und ich weiß, wie ich aufs Gleisbett gegangen bin, zu den Bildern gegangen bin, und alleine schon diesen Größentest gemacht habe, um zu wissen, wie groß ist denn der Typ? Also komme ich da oben ran, wo der rankommt? Oder hat er eine Leiter bei? Weil der hat seine Bilder auch immer sehr, sehr clever und sehr geil positioniert, sodass ich dachte, so geil, der macht sich mehr Gedanken, als man glaubt. Also ein Bild fällt 50 Zentimeter unter dem Boden, fällt es auf, aber stell dir vor, das gleiche Bild anderthalb Meter höher ist eine ganz andere, ist eine ganz andere Wahrnehmung und das hat mich sehr, sehr gereizt. Meine Mutter hat mich dabei auch unterstützt, die hat mir Thermoskannen voll Tee mit ihr gegeben, die hat ihr gesagt, je da hin, mach was du willst, je spielen, sozusagen. Aber pass mir auf die Third Rail auf, pass mir auf die, pass mir auf die, auf den Strom auf, da ist sie, da musst du aufpassen und natürlich auf die S-Bahn, also, aber je spielen. Die hat mich da auch nachts gehen lassen. Die hat meine Kreativität sozusagen sehr unterstützt. Das ist schon ganz cool, oder? Ja, ja, aber was für ein Mindset auch generell Eltern damals hatten im Vergleich zu heute, weil, gut, die Zeiten haben sich geändert, meine Eltern haben mich auch rausgeschickt und hier macht da hier bla 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 so, ne? Und, verstehst du, jetzt nicht Graffiti-mäßig, aber als Kleinkind auf der Straße, weißt du, heutzutage, da überlegen sich Eltern fünfmal, ob sie ihre Kinder auf eine, ins Jahr schicken. Meine Eltern waren die Gelsten. So. Meine Mutter ist letztes Jahr von uns, sie haben, meinen Vater ein bisschen weiter davor, aber meine Eltern und darum sage ich auch und gucke halt nach oben, weil ich weiß, dass sie zuhören. Meine Eltern waren die Gelsten. Ja. Die haben gesagt, also wenn, nochmal, ich war ja dann in den 90ern sehr, sehr aktiv mit meinem Namen und meiner Crew und in Ost-Berlin auch ein Stück weit sehr bekannt, später dann Writers' Corner, auch sehr respektiert über meine Pieces und meine Eltern haben immer gesagt, ey, Wochenende sind wir im Jarten, wenn die Hausdurchsuchungen machen, sollen sie kommen. Mein Vater hatte mir so eine alte Armeekiste, der hatte im Keller, hatte der die in einen leeren Keller geräumt, also da, wo meine Dosen drin waren, meine Sketches, meine Bilder, meine Blackbooks, alle, hatte der, also mein Vater hat mir sozusagen dabei geholfen, meine Beweismittel bei Seiten zu schaffen, so ein supergeiler Typ, Typ, also geil, das weiß man heute erst, alle damals hat man halt so, ja, meine Eltern sind cool, so. Nochmal die späte Rache, wisst du, genau, an den Westenstaaten. genau, aber Hammer und das war natürlich Beste, so, also ich kann da wirklich die geilsten Geschichten erzählen, jetzt müssen wir ein bisschen vom Film abbekommen, ich weiß ja nicht, wo waren wir gerade. Wo waren wir gerade gewesen? Entschuldige bitte, erste Berührungspunkte mit Pip-Hop. Entschuldige bitte, mein Riesen. Nee, nee, ist alles super, nee, nee, das ist alles super. Nee, bei mir, also was ich später auch erfahren habe, also ich hab ja zum Beispiel, ihr kennt ja alle den Film mit Nicole Kidman, die BMX-Bande, ne? Ja. Den hab ich zum Beispiel im Osten gesehen, den hab ich damals im Osten im Kino gesehen, gar nicht im Westen. Das war ein australischer Film, du? Das war ein australischer Film. Fand ich total geil, das geht super. Genau, und ich hab den halt im Osten gesehen und später hab ich halt auch erfahren, dass so Filme wie Beat Street und so alle im Osten gelaufen sind, auch aus propagandistischen Gründen, weil die wollten halt den Zerfall, den mentalen Werteverfall des Westens zeigen. Zeigen. Aber und haben genau das Gegenteil bewirkt, weil die Kids sind voll auf BMX abgehangen und auf B-Street abgehangen, B-Street, Wildstyle, vor allem so. Da hab ich halt mit meinem Bruder im Fernsehen gesehen, so B-Street, da war ich sechs, sieben Jahre und so und fand halt auch die Mucke geil und alles so, das hat mir voll gefallen und wie die da am Sprayen war und auch diese, so ein bisschen diese Rivalität der Leute und so, das war schon cool. Das hat bei mir eigentlich was anderes erreicht, dass ich das eher, dass mich das eher fasziniert hat, so wie es, ne? Ja, genau. Und ich wollt's, bei mir war halt so, ich wollt's halt machen, so, ich wollt's aktiv tun. Ja. So, und das war halt geil. Aber da muss man wirklich André Langenfeld nochmal kurz, jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, wo wir den Strang her haben, das waren im Prinzip die Pioniere, die das im Osten dann auch schon nach vorne getrieben haben, denen man auch wirklich dankbar sein sollte dafür, dass sie das getan haben und auch die Musikauswahl, die er da getroffen hat, wo ich heute rückblickend sagen muss, so, ey, echt geil, also cool, dass du auch den Arsch hattest, die und die Sachen zu spielen, weil... Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass André Langenfeld aus dem Osten kam, weil ich kannte André Langenfeld auch aus dem Radio, er hat ja viele Hip-Hop-Sachen und so gemacht und als ich noch in den Heyday-Zeiten von Radio Radio gehört habe, lange nach dem Mauerfall, als ich mit Rappen angefangen habe und ich wusste echt nicht, dass der aus dem Arsch Osten kam und dass der so die Kultur da vorangebracht hat. Crazy, man. Ja, ja, ist auf jeden Fall einer der, der auch zum Beispiel lokalen Hip-Hop, wir hatten damals im Osten die Electric Beat Crew, jetzt nicht, ob du dich erinnern kannst, aber die Electric Beat Crew war so ein Ost-Berliner Duo, glaube ich, die halt schon Ende der 80er so Hip-Hop gemacht haben halt und die hat er halt auch supported im Radio. Ja, also ich glaube so, dass die dann mittlerweile auch von dem Rap halt leben konnten und halt akzeptiert wurden über den Äther so und das ist halt, wo ich sage, da hat André Langenfeld echt eine Lanze gebrochen und darum muss man auch für André Langenfeld eine Lanze brechen, wenn man diese Musik liebt oder wenn man diese Kultur und die Leidenschaft versteht, dann muss man diese Lanze für so Leute wie Langenfeld halt brechen und muss halt sagen so, ohne den wäre das auch nicht so gelaufen, weil wir hätten den Zugang ja nicht, klar waren wir später im WOM und haben uns unsere ersten Platten, unsere ersten Vinyl gekauft, aber trotzdem war ja der, trotzdem findet ja diese Leidenschaft erstmal in deinem Kinderzimmer statt, so wie das bei den Kids auch heute stattfindet, auf eine andere Art und Weise und auch die Faszination eine andere ist oder der Zugang über Influencer oder heute eine andere ist, aber am Ende findet das ja trotzdem im Kinderzimmer statt und dann gehst du halt los und bei uns war das halt so, dass wir, also es gab ja keine Magazine oder so, was das hieß, du musstest jeden Tag, Wandertag rüber investen, Mauer fotografieren, die Filme zum Entwickeln bringen, die Bilder anfangen mit Butterbrotpapier, die Styles nachzumalen, zu verstehen, wie abstrahiert ein Scheck oder wie abstrahieren Leute wie D. Joe oder wie abstrahieren die ihre Buchstaben, was kannst du davon lernen, bis du deinen eigenen Stil findest, weil etwa Nonplusultra findest du deinen eigenen Stil, Beiten geht nicht, du kannst dich einfach von irgendjemandem Buchstaben kopieren, insgeheim in deinem Kinderzimmer schon, aber wenn du rausgehst, dann solltest du schon deinen eigenen Stil haben, auch diese Dinge zu sagen, okay, wenn ich an die Wand gehe, dann muss ich probieren, aber wenn ich an die Wand gehe, muss ich auch abliefern. Heute ist ja so, es wird getaggt, es wird einfach vollgeschmiert, es ist ja kein Respekt mehr insofern da, aber damals, Ist das so? Ja, voll, das hat sich dann in der Zeit geändert, weil irgendwann der, das ganze Ding, das Hip-Hop-Ding wurde ja immer schnelllebiger, immer schnelllebiger, das hat sich gedreht, der Kommerz kam dazu, wie hab ich es in einem meiner Texte gesagt, jede Kultur ist am Arsch, wenn du weißt, du kannst sie verkaufen. Also im Prinzip ging alles los und da spreche ich nicht negativ drüber, weil ich verkaufe ja auch meine Platten, aber dieser Ausverkauf ist halt das Problem gewesen, dass es immer schnelllebiger wurde und fast keiner mehr mithalten konnte und irgendwann die Bombings kamen, Leute, die halt nur noch mit Silber und Hitzerot oder Schwarz gemalt haben und Riesen-Bombings dann in Berlin, der Shit waren, die halt, weiß ich nicht, vom Zeitmanagement her vielleicht 20, 35 bis 35 Minuten gedauert haben für drei Buchstaben, aber das war alles nur auf Quantität ausgelegt und wenn du halt jemand bist, der auf Styles und halt zweieinhalb Stunden oder drei Stunden an der Wand oder an einem Zug verbringen willst, dann hast du eine andere Qualität und das kam dann dazu, dass sich das ganze Graffiti-Ding auch so gedreht hat, dass ich keinen Bock mehr drauf hatte, das war auch der Grund, warum ich dann in den Rapper gehangen bin, aber einfach, weil mir das, der Anspruch, der künstlerische Anspruch mir einfach irgendwann gefehlt hat und genauso ist das auch mit der Musik gekommen, es ist halt im Prinzip, wie kann man es am besten beschreiben, als jemand, der Hip-Hop versteht, das ganze Ding ist ein Loop, also unser Leben ist ein Loop, die Zeiten sind ein Loop, das ist, wir drehen uns im Kreis und wir brauchen einfach, es kommt immer wieder dazu, alles, alles entwickelt sich zu einem sogenannten Peak und wenn der Peak erreicht ist, dann fällt es wieder runter und dann baut es sich auf eine andere Art wieder auf, auch spannendes Thema, weil ich es geil finde, weil ich es halt dadurch, dass, wenn man Kinder hat halt, die große Möglichkeit hat da sich, Genau, du kannst teilhaben dran, du kannst teilhaben dran, genau, und du kannst dich vor allen Dingen auch über deine eigene Kreativität im Prinzip anders reflektieren, aber du verstehst das ganze Ding auch nochmal anders und gerade mit dem Alter, dann im Alter halt hoch, sagst du, geil, wie es bei uns war. Ja. Ich kenne ja Leute, die sind wirklich, ich kenne Leute und die wirst du auch kennen, Maik, es gibt Leute, die sind kaputt, die sind so verbittert, weil sie nicht den Respekt bekommen haben, den sie sich vielleicht vorgestellt haben, es tut mir dann immer sehr leid um diese Menschen und ich möchte auch keine Namen nennen, aber es gibt genug davon, deren Verbitterung ich sogar verstehe, aber ich nicht verstehe, warum sie nicht, warum sie nicht einfach ihr Ding genießen, ich verstehe das nicht, ich habe immer auch, egal wie schlecht es war, mir aus dem Schlechtesten noch das Positive gezogen und war auch mal verbittert. Ich habe auch Zeiten, wo ich gesagt habe, ich verstehe das nicht, warum der mehr Erfolg hat als ich. Okay, das so. Aber auf der anderen Seite, mit dem Alter verstehe ich es, weil so provokant wie einige Leute oder so abgewichst, wollte ich nie sein. Ja. Also, ich habe immer zu meinem Prinzipien gestanden, egal ob im Graffiti oder in meiner Musik und habe mir halt meine ganz eigene Bubble aufgemacht und habe mir meine ganz eigene Fanbase aufgemacht, die wissen, wo es bei mir darum geht, ob beim Graffiti oder bei der Musik oder ich als Mensch und habe dann halt gemerkt, so ey, du brauchst nicht verbittert sein, sondern du lebst ja deinen Traum. Ich lebe das ja und heute ja noch einmal mehr. Also jetzt nehmen wir Spanien, jetzt nehmen wir, wenn ich mir mein Leben angucke und ich mir denke, das hast du gemacht, dann bin ich total stolz und total positiv dankbar, um die Möglichkeiten, weil wir auch wieder bei dieser Sache sind, zu sagen, so ey, diese Freiheitsgedanke, der ist so massiv, dass ich auch heute in der Gegenwart die Probleme, die wir in Deutschland haben oder die man so spürt, ich das nicht verstehen kann, weil wir in einem absolut wundervollen Privileg leben, nämlich im Frieden. Ja, noch. Aber wir sind im Frieden aufgewachsen, wir sind doch im Frieden aufgewachsen, wir sind in diesem Privileg aufgewachsen, wir sind groß geworden in so einem großen Privileg und ich verstehe es nicht, wie viele aus unserer Generation klar auch frustriert sein können, weil es ihnen persönlich meinetwegen nicht so gut geht, aber das größte Privileg des Friedens kann einen doch bitte erstmal positiv stimmen und sagen, ey, danke, wenn du es aber nicht mehr mitkriegst. Ja, das ist das Ding, wenn es so dich persönlich halt so, du kreist dich nur um mich herum. Wir alle kennen, wir alle, wir alle in diesem Raum kennen irgendjemanden von irgendwoher. Ja. Und diese Menschen erzählen uns ihre Geschichte. Nehmen wir jetzt, nehmen wir Kriegsflüchtlinge, nehmen wir Wirtschaftsflüchtlinge, egal wen. Wir kennen doch diese Geschichten und selbst diese Geschichten müssten uns ja im Prinzip von diesem Privileg erzählen und würden dafür sorgen können, dass wir positiv gestimmt sind, anstatt negativ gestimmt zu sein. Das liegt daran, dass das Leute wahrscheinlich so ein bisschen in ihrer Bubble sind irgendwie und wenn die bestimmte Sachen nicht erlebt haben, dann siehst du das nicht. Also, weißt du, du denkst einfach, Mann, ist mein Leben alles scheiße und weil jeder ist auf seiner Ebene oder da, wo er sich befindet, empfindet der irgendwie Probleme halt wahrscheinlich irgendwie anders. Ja, weil viele aber die Möglichkeiten auch nicht mehr sehen. Viele sind einfach so drin der Möglichkeiten. Also, ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel und das kann ich nur sagen, weil ich von da komme, weil ich auch aus der Armut komme. Ich will jetzt sagen, dass ich aus der Armut komme. Ich komme nicht aus einer Gesellschaft, die mich mit einem goldenen Löffel, sondern ich komme und habe gelebt in einer Gegend, die arm war. Arbeiterfamilien, Arbeiterklasse. Da war nicht viel mit so, aber der Ansporn war der, das da rauszuschaffen. Aber heutzutage ist das so, dass ich die Leute halt sagen höre, ja, ist alles so scheiße hier und das ist und da und hier. Aber keiner mehr die Variante in Anspruch nimmt, etwas daran zu ändern. Also zu sagen, die Möglichkeiten abzuschätzen, seine Optionen durchzuziehen und zu sagen, okay, ich habe doch auch immer die Möglichkeit, mich um 180 Grad zu drehen und irgendwas anderes zu probieren. Also, wenn es das nicht ist und wenn ich so unzufrieden mit meinem eigenen Leben bin, dann gibt es die Variante zu sagen, okay, ich kotze mich nur darüber aus und das Internet ist voll damit. Oder ich sage, ich probiere wenigstens etwas daran zu ändern, ob es eine andere Möglichkeit ist, ein anderes Interesse ist. Und da bin ich, wenn ich unsere Generation so angucke, dann bin ich so, dass ich sage, da kam eine ganze Menge Möglichkeiten, die wir gekickt haben zu nutzen und wir haben sie genutzt. Klar gibt es auch Leute, die gesagt haben, okay, die haben tausend Sachen versucht und haben es nicht so geschafft. Aber so ist halt auch die Sache. Was ich damit nur sagen will, ich würde mir wünschen, dass in diesen angespannten und schwierigen Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, dass wir teilweise mal in uns gehen und unsere Möglichkeiten in diesen Privilegien abstecken und sagen, eigentlich haben wir noch alle Möglichkeiten. Schlimm wird es ja erst, wenn wir, wenn es uns angeht zu sagen, mit dem Hate, den wir rausschicken, irgendwo hinflüchten müssen, dann wären da vielleicht so ja Leute, die sagen, warte mal kurz, wie war das vor zwei Jahren? Richtig, was hast du noch mal gesagt? So, und so versuche ich das auch meinen Kindern zu vermitteln und so glaube ich, ist das eine Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit und ich will einfach nur sagen, dass ich dankbar darum bin, zum Beispiel auch, dass wir uns darüber austauschen können. und ich sage und ich will das auch nicht so stehen lassen, ich weiß, dass diese Zeiten anstrengend und schwer sind und auch ich trage Ängste in mir, aber wir alle müssen in irgendeiner Art und Weise mit unseren Ängsten umgehen und was mich Hip-Hop, Graffiti und diese Freiheit gelehrt hat, ist mit meinen Ängsten umzugehen und das kann mir keiner mehr nehmen. Ja, aber ich glaube, ich glaube auch heutzutage ist es halt, weil du meintest, dass man seine Option nicht mehr so vor, man sieht quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr heutzutage, hat auch viel damit zu tun, dass er jede Info, die du haben möchtest, egal ob du wie du deine Toilette reparierst, wie du eine Wand ziehst oder was Kafka in seinem 15. Lebensjahr zum Mittag gegessen hat, kannst du ja alles im Internet gucken, du kannst ja alles, das ganze Wissen ist ja im Internet so und damals war es halt eher so, wir hatten kein Internet gehabt und man musste halt so wie du damals mit Leuten connecten im Osten, die halt vielleicht auch Graffiti gemalt haben, du bist an die Hall gefahren, hast Fotos geschossen, wie auch immer, hast die entwickeln lassen, hast die Styles nach, du musstest halt deine Option kreieren. Heutzutage musst du keine Option mehr kreieren, du musst halt nur noch die richtigen Informationen finden, weil die sind ja überall bereit. Und musst dann halt die beiden Enden zusammenknüpfen und viele verlieren sich in diesen Informationsüberfluss sozusagen. Aber eigentlich geht es auch darum, einfach zu sagen, wenn du Bock hast, etwas Neues zu lernen, dann lern doch was Neues. Ja, ja. Also das meine ich mit Change, also sei der Typ, der für sich selbst die Verantwortung in die Hand nimmt und sagt, ey, ich sage mal, du willst einen Podcast machen, mach doch einen, überleg dir, welches Thema du angreifen willst, jeder kann das heutzutage machen. Was ich damit sagen will, die Möglichkeiten in dem Riesenprivileg sind einfach da und teilweise verstehe ich nicht, warum Menschen nicht einfach ihre Möglichkeiten nutzen, weil andere Menschen, die wiederum Krieg um sich rum haben, die haben ein Loch in ihrem Dach, weil da eine Bombe reingetragen ist und die machen sich darüber, müssen sich darüber Gedanken machen, wie sie an die nächste Mahlzeit kommen. Dass sie überleben halt. Ja, ist crazy. Genau. Und ich finde, desto stärker wir das in den Kontrast stellen, desto bewusster soll uns eigentlich werden, ist eigentlich... Das stimmt. Ja, das stimmt schon. Also man sollte wirklich das schätzen, was man hat und das, was einem bis jetzt noch nicht passiert ist. Voll. Aber nochmal zurück zu deinem Hip-Hop. Schöner Ausflug, fand ich geil. Deswegen machen wir auch diesen Podcast, um halt auch links und rechts abzugrasen. Du bist ja halt nicht nur Graffiti-Writer und Rapper, du bist ja auch Produzent. So, verstehst du? Und du bist Tontechniker. Und war das für dich, als du angefangen hast mit Hip-Hop, also nicht nur Graffiti, sondern auch mit dem Rap-Ding, war das die Entscheidung zum Tontechniker? Du hast ja, denke ich, mal eine Ausbildung gemacht oder war das alles autodidaktisch? Alles autodidaktisch. Und wie bist du in den Handler-Studios gelandet? Alter, voll krass. Wie kam das? Genau. Das war ja im Prinzip der Ursprung. Also sprich, in der Art und Weise, dass Leute heute zum Beispiel von einem Facharbeiter reden und sagen, ich habe einen Facharbeiter in der Tasche oder ich habe einen Gesellenbrief. Ich habe keinen Gesellenbrief in der Tasche und ich habe im Prinzip nichts in der Tasche. Auf der anderen Seite kann ich dir aber meine komplette Arbeit von 1992 bis in die Gegenwart belegen. Also mit allem, was ich getan habe und mit allen Stationen, die ich durch habe. Ob es jetzt über verschiedene Genres in der Musik ist oder ob es in der Tontechnik oder in der Art und Weise, wie ich Alben gemischt habe oder oder. Das ist keine Sache, die ich gelernt habe insofern, als dass jemand gesagt hat, hier ist eine Ausbildung, nimm die an und hier hast du dein Ausbildungsgeld oder oder. Sondern ich wollte, ich habe mich dazu entschieden, ich wollte das. Und ich, im Prinzip doof gesagt, hatte ich großes Glück, dass der Sven Meisel damals seinerzeit von den Meisel Verlagen mein Talent gesehen hat, auch über die erste Veröffentlichung damals, wo ich erzählt hatte, da sind wir wieder bei 220 kmh, im Prinzip mein Talent gesehen hat, mein Talent nicht nur in dem Umgang mit Worten, sondern mein Talent auch um den Umgang mit Musik an sich, nicht mit Chords, mit Akkordabfolgen, mit so Sachen und hat mir halt diese Möglichkeit gegeben und hat mich wirklich auch unterstützt, finanziell insofern, als dass er mir Sessionen ausgezahlt hat, die ich halt zwar zurückzahlen musste, aber womit ich erstmal losgehen konnte und mir überhaupt Equipment kaufen konnte, um überhaupt, heute wird man sagen, Beats zu machen oder um sich eine Musikproduktion aufzubauen. Diese Möglichkeiten habe ich von ihm bekommen, aber das habe ich auch alles wieder abbezahlt über meine Arbeit und habe das aber als größte Chance gesehen, einfach einen Mentor zu haben und ich bin einfach auf, hatte das Glück an einen Menschen zu geraten, der irgendetwas an Kreativität in mir gesehen hat und mich unterstützt hat und supportet hat. Das war zum Glück der Inhaber der Hansa-Ton-Studios und dementsprechend beziehungsweise die ganze Familie ist Inhaber der Hansa-Ton-Studios und so kam es dann, dass ich in dem Haus einen eigenen Raum hatte, nicht im Hansa direkt, sondern in dem Haus einen eigenen Raum bekommen habe und mir den ausgebaut habe als Musikproduktion, später dann noch die Ostblock-Zeiten und so und ich da aber auch ganz andere Sachen gemacht habe, Vocalspuren für Schlagerproduktionen geschnitten, also editiert, so eine Sachen gelernt habe oder mit Herrn Lehmann, das war der der Haustechniker vom Hansa mit SSL-Pult auseinandergenommen habe, also einfach der gesagt hat, Rilla, heute müssen wir den Channel-Strip, den Channel-Strip von der X, die müssen wir ausbauen und dann müssen wir ran, dann müssen wir löten. Ah, okay, also richtig, eigentlich krass. So, und ich war der, also ich hätte wahrscheinlich auch Typen hier geben, die gesagt hätten, ja Herr Lehmann, dann machen Sie mal und ich war der Typ, ey geil Herr Lehmann, darf ich zukicken? So, da darfst du zukicken und dann war das halt so, das war keine Ausbildung an sich, sondern mein Verlangen nach Wissen und meine Lernfähigkeit war ein Ausschlaggebend dafür zu sagen, okay, ich eigne mir das an und dann wollte ich von Herrn Lehmann natürlich wissen, wenn ich durchs Hansa gegangen bin und die Schränke und da, was weiß ich, so viele Mikrofone lagen, wollte ich natürlich wissen, welches Mikrofon ist für was zuständig und Charakteristik und Nieren, Wahnsinn, es gibt ja wirklich so viel zu lernen und kann es wahnsinnig werden. Ich habe da im Prinzip dann, als ich nämlich die Schnauze voll hatte von dem ganzen Eisessen und das alles so leer war und mir einfach schlecht war und ich gemerkt habe, das ist nicht die Option für dich, habe ich halt gesagt, ich möchte was lernen. So und habe mich da wirklich reingestürzt, wie in so einem riesen Ozean voll Mikrofone, Regler und bla bla. Bis ich dann im Prinzip Leute kennengelernt habe wie Peter Wagner oder Jack White damals, also die wirklich Star-Produzenten aus den 90ern, die dann Roland Kaiser und so eine Nummer an der Macht haben und ich diese Künstler auch alle kennengelernt habe dann später und auch für die halt teilweise gearbeitet habe. Jetzt noch Peter Wagner kam immer ins Hansa und hat gefragt, wie hast du alles? Durch den Maus. Okay, also ich hatte kein... Er hat mich immer gefragt, ob ich alles habe. Ja, hast du alles? Ja, ja. Hast du alles? Und einen Tag habe ich dann mal gesagt, da hatte ich wirklich Probleme durchschulden. Ich sage, nee, Peter, das ist alt scheiße. Du, da kam der Typ zu mir, das ist zehn, sagt er, wie viel brauchst du denn? 5k. Zwei Stunden später hatte ich ein Kuvert zu legen. Also Peter Wagner hat sich immer gerade gemacht. Alter. Also richtig alten. Genauso wie Jack White, ein Choleriker vom Herrn, einfach niegelnagelneue DUT-Rekorder aus seinem Studio gefeuert hat, weil er einfach nicht mit der Technik klar gekommen ist und ich gedacht habe, das hat die Jute geredet. Ich habe es mir dann in den Home-Ups wieder ganz gemacht und war dann halt meins. Dann hat er es herausgeschmissen. Und dann wurde dir halt über die Zeit auch bewusst, welche Evergreen's da am Hansa im Prinzip, also das mal mit Hansa vielleicht auch noch mal kurz introduced. Da sind Sachen wie The U2 haben da aufgenommen, Rio Reiser hat da aufgenommen, Weltstars haben da aufgenommen und ich habe selbst auch mit LL Cool J im Hansa gearbeitet. Ich habe dem gesagt, ich errapp den Part nochmal. Wirklich. Geil. Ich habe so geile Erfahrungen. White Club Jean kennengelernt. Ich habe so viele Künstler dort kennengelernt. Auch Reinhard May, also auch Dinge, die mit Hip-Hop-Janisch zu tun hatten. Ich habe Reinhard May auch auf dem Album. Ihr featuret Reinhard May. Er hat kein Feature mit irgendjemandem. Aber der ist super. Ja, der ist ein super Kerl. Der schreibt mir jedes Weihnachten. Auch Pilot. Schreibt mir einen Brief und so. Also geile Typen. Was ich halt sagen will, ist, das Hansa war meine, war die Ausbildung, die ich in Anspruch nehmen durfte. Ich habe später das Hansa dann auch noch geputzt. Also ich habe angefangen dort zu putzen, weil ich mir meinen Studioraum dann auch finanzieren musste irgendwann. weil der mein Mentor gesagt hat, du komm aus dem Arsch ein bisschen, wenn man sich ja gerne so und dann habe ich die Hansa geputzt, bin putzen gegangen, nebenbei morgens um drei losgemacht und geputzt bis um sieben, dann ins Studio, dann Ostblockzeiten gemacht und so. Ja, krass. Aber das war sozusagen meine Lehrstube und ich habe da im Prinzip alles analog gelernt. Ich habe auf Outboard gelernt. Also das, was heute virtuell und digital abgebildet wird in der Musikproduktion habe ich halt alles analog. Also wenn wir von Kompressoren reden, dann weiß ich, wie das Ding analog als physisches Gerät vor mir steht. Ja. Ich weiß, was ich da tue. Ja. Und eine Welt, in die ich mich reingeschmissen habe und dann halt auch in der Produktion halt einfach mir meinen Namen gemacht habe und weltweit halt auch produziert habe, halt für Leute weltweit produziert habe. War denn für dich so die Ostblockzeit, also ich gehe mal davon aus, dass du das ins Leben gerufen hast, weil so kam das für mich auch rüber, immer wenn ich Videos gesehen habe und bla und Auftritte und so. War das so eine Reaktion auf Agro oder also so überhaupt nicht so? Weil zu der Zeit ging es ja los mit, also Agro hat ja nicht angefangen, eigentlich hat 3P damit angefangen, so Brandings, Künstler in einem Label, jeder Künstler hat sein eigenes Branding, seinen eigenen Style, Sabrina Settlur, nee Erstschwester S, dann wurde sie Sabrina Settlur, dann Bruder Sven, Ilmatic, Xavier, Naidu, all diese Leute waren ja bei 3P und die hatten alle ihr eigenes Logo gehabt wie ein Superheld sozusagen, ihre eigenen Videos und so und Agro hat das ja dann kopiert, weil die gecheckt haben, okay man muss... Ich würde nicht mal sagen, dass sie kopiert haben. Naja, also vom System her ist nur das gleiche. Wir haben ja alle nur Amerika kopiert, Digga, sind wir mal ehrlich. aber genau, eigentlich kann man sagen, okay, eigentlich haben die Death Row kopiert, aber ich sag einfach mal so für deutsche Verhältnisse, weil Leute immer sagen, so Agro sind die, die, nee, nee, davor gab es 3P und Agro hat das halt mit Straßenrap gemacht so, und damals war uns halt als Chaos-Lose zum Beispiel noch gar nicht so klar gewesen, wir waren irgendwie alle super talentiert, aber dass du einen Manager brauchst, du brauchst jemanden, der dir halt das Marketing irgendwie unterschiebt und sagt, ey, macht mal so, macht mal so, zieht euch so an oder habt so ein Logo, so, es hat uns alles gefehlt, wir waren einfach nur Kreative mit Damien, der auch ein totaler Querkopf ist so, weißt du, dein Chefkoch, ASEC, ich und so, und war das so, das Ostblock-Ding, weil es gab es ja dann auch noch die Sache mit Serafinale, wie hießen die nochmal, Serafinale hat auch so eine Crew gehabt mit, na hier, Pfleger, die Pflegerlaunch, genau, Pflegerlaunch, dass man sich da so klarer positioniert, um besser mehr aufzufallen, sozusagen auch. Ich fand, ich fand halt damals und das war ja auch eine Sache, was man aus Amerika halt einfach gelernt hat, also wenn Crews jetzt aus, nehmen wir mal, von der East Coast kamen und die aus Brooklyn kamen, dann war Brooklyn halt das Ding, das war halt ihre Herkunft oder Harlem oder, also nehmen wir Diplomats, Harlem, man kann so viel, also, und ich fand halt, wenn man das jetzt, und da sind wir wieder, it's like a jungle, sometimes it makes me wonder, wenn man da halt ist und sagt, zurückguckt und sagt, okay, Großstadt-Jungle, okay, wo kommen wir her, geht es nicht um die Identität dabei, geht es nicht darum zu erzählen, aus welchem Bezirk du kommst, geht es nicht darum zu erzählen, von welcher Seite du kommst, geht es nicht darum, irgendwie für mehr zu sprechen, als für deinen Blog, geht es nicht irgendwie darum, über Leute und für Leute ein Sprachwort zu sein, die halt nicht nur in deinem Blog leben, sondern vielleicht auch Leute, die einfach den Plattenbau kennen und der Osten steht halt irgendwie auch für die Plattenbaus und bis mir dann später, Sigi zum Beispiel, Sido erzählt hat, na klar, das MV auch Plattenbau ist, aber ich davon keine Ahnung hatte, weil ich nur den Osten Plattenbau kannte und ich dachte, ich mache Mucke für die Ostblock, Ostblock Plattenbau, Plattenbau Ost, so, das ist ja mein Ding, auch immer noch mein Label, wo ich halt den Osten repräsentiere und ich glaube, zu einer Zeit einfach angefangen habe, diesen Hip-Hop Lokalpatriotismus, ohne den Patriotismus jetzt zu krass auszuweiten, sondern den eher künstlerisch zu sehen, der mir sehr, sehr wichtig wurde, weil ich halt gesagt habe, ich finde, das ist künstlerisch und einfach unterbesetzt, ich fand jedenfalls immer und so war meine Wahrnehmung und ist sie auch immer noch, wenn es um Ostmusik geht, also wenn man wirklich mal, genau wie in Amerika, East Coast, West Coast, wenn wir jetzt mal sagen, okay, Ostdeutschland und Westdeutschland, dann ist für mich die ostdeutsche Musikszene immer unter, 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 unterrepräsentiert, unterrepräsentiert, immer underrated, so, wo ich halt dachte, so, warum eigentlich, also es wurde zum Teil so ein bisschen belächelt, ich weiß auch, dass in West-Berlin zum Beispiel, oder in Westdeutschland, auch Ostmusik lief, das weiß ich mittlerweile, aber damals, in unserem Kosmos, hat es einfach nicht stattgefunden, Leute haben uns ausgelacht für die Musik, mit der wir um die Ecke kamen und da ich halt jemand bin, der sich gerne durchbeißt, habe ich diese Challenge auch angenommen und habe gesagt, na dann erst recht, ja, also dann möchte ich gerne, dann möchte ich gerne ein Repräsentant dieser Seite sein, der dieser Seite eine Chance gibt und dass Sarah dann zum Beispiel bei uns auch als Quoten-Fessler durchging, war natürlich auch von nice, wir haben halt drüber gelacht und wir haben gesagt, ey, guck mal, aber so kann Zusammenführung funktionieren. Ich fand das halt immer schade, auch wie wir eingangs, dass ich sprich, ihr gesagt haben, ey, eigentlich schade, dass jeder so sein Ding gemacht hat, aber am Ende habt ihr mit Chaos-Loge auch euer Ding gemacht und ihr wart mehrere, wir haben mit Ostblock unser Ding gemacht, wir waren mehrere, Agro hat später sein Ding gemacht, ihr wart mehrere, 3P waren mehrere, also es gab, nennen wir das mal, es gab so Camps und in diesen Camps war ich sozusagen der Einzige, der in Ostdeutschland den Schritt weitergemacht hat, als eben nur für seine Gegend Musik zu machen. Ja. Und dann Leute haben halt sehr, sehr schnell verstanden, worum es mir ging, haben halt auch in den Texten vielleicht zwei oder dreimal mehr hingehört und haben gemerkt, dass zwischen den Zeilen hier mit mir das genau darum geht und davon davon sehre ich ja heute noch, also Leute, die einfach sagen, ey cool, der hat ein bisschen mehr als nur Mucke gemacht, sondern er hat das nie geleugnet, hat ihr sagt, auch aus diesem Grauen Grau, auch aus dem Plattenbau kann Kreativität entstehen, auch hier gibt es Leidenschaft, wenn ihr alle sagt, wir sind einfach nur bescheuerte Kinder von einer Arbeiterklasse, wir kriegen hier nichts gebacken, dann beweisen wir euch genau das Gegenteil, dass wir kreativ sein können, dass wir ins Hansa gehen können und sagen können, ey, ich will lernen, wie so ein Pult von innen aussieht oder rauszufinden, was das mit einer Röhre auf sich hat oder oder und auf einmal, jetzt auch nach Jahren, merke ich halt, wie ich total glücklich und zufrieden damit bin und halt finde, alles richtig gemacht. Ja, ich finde, das hat sich auch, ich sag mal so, Ostkünstler haben sich über die Zeit, ja, ich meine, du bist einer der Speerspitzen, was auf jeden Fall Ostrap angeht, es gab heute noch andere Ostrap-Gruppen so, klar, keine Frage so, aber du warst schon am auffälligsten. Ich fand ja auch, ich fand ja auch, dass Agro dich ein bisschen zu spät gesigned hat, weil als ich die ersten Ostblock-Sachen gesehen habe, dachte ich mir, das ist eigentlich Agro-Shit, das passt richtig gut zu Agro-Shit und dann habe ich erst Jahre später gehört, dass du dann bei Agro gelandet bist, ne, für eine kurze Zeit so und dann dachte ich mir, oh Mann, genau zum Schluss, also zum Schluss, ja genau, das hätte viel früher passieren müssen, weil du wärst nämlich so ein Agro-Künstler, weil die Agro-Fanbase, die hatte eine große Fanbase im Osten, extrem große Fanbase gehabt im Osten, aber warum ist das mit dir und Agro erst so spät ins Warme gekommen? Weil es so sein sollte, glaube ich, also ich habe ja für Agro viel früher schon produziert, also ich habe Produktion und Beats gemacht. Ey, du hast ein Flare-Remix gemacht auch. Genau. Digga, der Beat war krank. Ich glaube, es war die erste Single gewesen. Dankeschön. Ey, der Beat, ich habe die 12-Inch mir gekauft, Alter, der Beat war krank. Pete hat die auch gehört und Pete meinte so, oh shit, kranker Beat, das war besser als das Original, ich schwör's dir. Siehst du, ja ähnlich wie bei Beethovens und meinem Blog, ne, mein Blog Original und Beethovens. Im Prinzip ging es ja genau darum, um dieses Ding zu sagen, okay, ich bin halt auch ein Producer, der eine ID hat, also der eine ganz klare, wenn eine ID steht, du hörst den Beat und sagst, das ist ein Rilla Beat, das ist ein Alpha Beat. Ja. Geil. Wie das dazu kam, ob es zu spät war oder hin und her, ich glaube, es kam genau zur richtigen Zeit. Wir hatten halt nur das Pech, dass Agro sich dann halt intern zerstritten hat und einfach die Pforten geschlossen hat und die Pläne, die da am Start waren, rein wirtschaftlich gesehen, waren halt so, ja, man hätte halt weitermachen können, aber es ging halt nicht mehr. Ähnlich ist es mir ja später dann auch mit Haudegen passiert. Also im Prinzip glaube ich halt auch, dass alles seine Zeit hat, alles seine Zeit braucht und ich aber, wie ich vorhin auch gesagt habe, ich mir das Positive damit rausziehe und halt sage, es ist doch eine geile Erfahrung gewesen, das mal mitzumachen. Ich war bei Agro das erste Mal auf großen Tourneen dabei, ich war bei Agro das erste Mal als Support dabei, ich durfte vor Sido spielen, ich durfte vor diesen großartigen Künstlern spielen, durfte die Erfahrung mitmachen, durfte mal reinriechen, wie das abgeht, wenn der kommerzielle Mainstream-Erfolg wirklich abgeht und durfte da reinschnuppern und die Jungs haben mich das machen lassen und weil ich einfach ich war, weil ich nicht irgendein gefakter Typ war, sondern weil ich war, wie ich war, weil ich echt war so und dann hast du natürlich Blut geleckt und hast gesagt, boah, wäre ja geil und dann macht Agro zu, eigentlich sollte Haudegen über Agro Metal kommen. Oh, das war der Plan. Eigentlich haben die damals... Oh, schade, dass du zugemacht hast. Spectre wollte Arzt sein, Arzt, also das war schon alles, also diese Signings, was abgeht, war schon alles in den Schubladen, also sprich, Spectre und Speicher haben damals schon das, nenne ich jetzt mal, diese Konzepte konzeptionell schon in den Schubladen gehabt, also die wollten halt Arzt damals sein, das war weit vor Atzenmusik und hin und her, aber es ging halt um Frauenarzt so und um uns, also damals Haudegen, es ging dann um Agro Metal, ich glaube, es gab sogar schon das Logo für Agro Metal, weil ich die ersten Dinge produziert hatte, die halt Art wie Sau waren, Bretter noch weit vor Haudegen, das ging ja dann doch in die Poprock-Geschichte, aber das, also das lag alles auf dem Reißbrett schon fertig da und ich glaube sogar, nehmen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal Patrick zum Beispiel, der auch immer ein Problem mit hatte, also ein Problem mit hatte, dass andere Leute zu Agro Berlin dazustoßen und ihm da irgendeine Position streitig machen könnten. Ja, wirklich? Ja, klar, ja klar, heute ist es auch so, ich verstehe das, ich verstehe das, es ist so ein bisschen wie, ach, da kommt einer, der ist auch deutsch, ich bin doch hier der Deutsche bei Agro Berlin, der Ostler, nee, geh mal weg mit dem. So, also, dass Leute dann hinter verschlossenen Türen und vielleicht auch am Flüstern gesagt haben, so, ey, ich möchte das nicht und ich kann das nicht, dann waren das halt so Ego-Probleme. Ja, 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 ja. Und die haben, glaube ich, auch zum Teil dazu halt geführt, dass da eine Spannung entstand, die halt negativ ausfiel für alle. so. Und dann kam das, war da ja das Bushido-Thema noch und was alles... Das war eigentlich, und das sage ich einfach auch aus meiner Erfahrung, das war alles gemacht, um zu scheitern. Genauso wie alles in irgendeiner Art und Weise, was einen übertriebenen Erfolg feiert, alle warten doch auch darauf, dass es scheitert. Also sind wir ehrlich, also darin liegt ja auch die, also das ist die Fantasie der Menschen, die darauf warten, dass erfolgreiche Dinge scheitern. Und es gibt Leute, denen geht dabei einer ab, wenn sie Leute sehen, die erfolgreich werden und halt dann scheitern. Das ist ein gesellschaftlich, psychologisches Problem. Egal, wo man hinguckt. Ohne, dass ich das sage, das ist jetzt kein Riesenproblem, was man anfassen müsste, aber es ist auf jeden Fall so ein, nennen wir es mal, so ein gesellschaftlicher Voyeurismus zieht sich ja durch alles durch. Ja, das stimmt schon. Und ich glaube, dass es halt daran auch lag, ich bin nicht böse drum, ich bin auch nicht traurig drum, ich bin eher dankbar für all die Erfahrungen, die ich machen konnte und konnte dann für mein haudegen Ding auch eine Menge mitnehmen. Habe eine Menge gelernt, zum Beispiel habe gelernt, wie man sich auf Tour verhält, wie man sich, wie man anständig sich verhält. Ja. Wie man nicht als Erster in den Catering-Bereich geht und sich sein Essen nimmt, sondern wenn du Support bist, dann bitte stellst du dich hinten an. Du wartest, bis die ganze Crew fertig ist und dann gehst du essen. So was habe ich zum Beispiel gelernt. Mir war das sehr wichtig. Andererseits hätte ich auch gerne erlebt, was daraus geworden wäre, wenn es nicht so gemacht hätte. Ich glaube, Dicker, also was du hier erzählst, so von wegen, dass die Agro-Metal machen wollten und so, das wäre next level gewesen. Damit hätte Agro sich die nächste Dekade gesichert. Definitiv, weil die hätten die Tore aufgemacht für ganz andere Künstler und die hätten zum Beispiel auch Haudegen, weißt du noch, damals ich mit meinem Interviewformat angefangen habe, vor knapp zehn Jahren, nee, länger, elf Jahren oder so und ich dich interviewt habe und ich hatte ja zwölf Jahre oder so, da habe ich ja mit, da habe ich auch Kontra-Kar und so interviewt, habe es aber nicht durchgezogen, da haben wir auch letztens drüber geredet, hätte ich das vor zwölf Jahren durchgezogen, Alter, wäre ich jetzt, aber nee, denn ist Schauspieler zwischengekommen, so. Aber das ist doch sehr geil. Nee, das ist super. Übrigens, sehr geil. Es ist okay. Deine Kunst, Digga. Ja, es war meine Kunst. Grandioser Schauspieler. So, danke, 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 danke. Nee, aber als wir damals bei dem Konzert waren, so mit Rico noch, Alter, das waren H-Core-Fans gewesen. Ihr hattet so ein Tattoo-Studio, die Leute haben sich euer Logo tätowieren lassen, so. Ey, das Konzert war voll gewesen, so. Das war so richtig, das hatte ich noch nie bei einem Konzert gehabt, ja. Das waren nicht nur Fans, das war wie Familie, so ein bisschen, so. Also, was ihr euch da aufgebaut hattet, mit Haudegen, war schon sehr, sehr beeindruckend. Aber ich wollte nochmal zurück, und zwar zu Agro Berlin, genau, wie gesagt, das wäre auf jeden Fall Next Level gewesen, wenn ihr das da mit denen gemacht hättet. Hatte aber auch seine Halbwert-Zeit gehabt, Agro, ne, ist dann auch irgendwann zu Ende gegangen, so. Und ich habe während meiner Schauspiel-Laufbahn, habe ich irgendwann mal Rebel One getroffen wieder mal, so, weißt du, bei irgendeinem Dreh, der ist ja auch Schauspieler, der war in Kreuzberg auf der Schauspielschule. Und wir quatschen so, und dann haben wir auch über dich gequatscht, und der hat mir erst mal erzählt, Alter, du hast mit Rebel richtig viel gemacht, Dicker. Der hat mir erzählt, dass ihr ein Album gemacht hattet, so, so eine Storyteller-Album, wo irgendwie zwei... Jimmy und Max. Genau, zwei Freunde, die halt sich kennenlernen, zusammen aufwachsen, die ersten Dinger miteinander drehen. Also, ein ganzes Album, so eine Biografie von zwei Freunden, Alter. Das ist nie rausgekommen. Das ist nie rausgekommen, leider, nee. Weil Rebel sich immer selber ein Stück weit im Weg gestanden hat. Und bei Rebel war das zum Beispiel auch so, Rebel ist zum Beispiel, wenn du jetzt gerade ansprichst, Rebel stand sich immer selbst im Weg. Ja. Und Rebel war so kritisch mit sich selbst und konnte nie loslassen von Dingen, das ich natürlich auch aus Anstand schon nicht einfach machen konnte, sondern auf ihn Rücksicht nehmen musste. Und dieses Album zum Beispiel, Jimmy und Max, war ein sehr, sehr... ein Album, was es so noch nie gegeben hat. Und ich konnte es nicht rausbringen, weil Rebel nicht zufrieden damit war. Ah, okay. Und dann Parts gefehlt haben, er die Parts aber nicht geändert hat und nie das dazu kam. Aber das war immer schon sein Problem gewesen. Aber geil, dass du sagst, weil das waren noch Konzeptalben. Also, Jimmy war ein Junge aus der Mittel- beziehungsweise oberen Mittelschicht und Max war aus der Unterschicht. Und diese beiden wachsen zusammen auf und das war gesellschaftskritisch. Das war mehr als Rap und mehr als Musik. Also, das war im Prinzip ein Theaterstück auf ein Audio, auf Audio. Schade, dass es das nicht gibt, was? Schade. Ich müsste mal gucken, ob ich es irgendwo auf einer Festplatte habe. Ich würde es aber, glaube ich, heute auch gar nicht mehr veröffentlichen. Ich weiß es nicht. Selbst wenn ich es habe, weil ich einfach sage, es hat nicht sollen sein. Man muss man Sachen halt auch ruhen lassen und muss halt sagen, dann sollte es nicht so sein. Aber ich habe dann irgendwann auch ein Interview von Rebel gesehen. Ich glaube, wie er bei Boogie war oder was. Und habe dann halt gesehen, dass er sehr verbittert über seine Zeit und so gesprochen hat. Und das war sehr, sehr traurig für mich, das einfach anzusehen, dass er auch an der Musik anscheinend keine Freude mehr hat, aber trotzdem in einem Format sitzt, wo es um die Musik geht. So, wo ich denke, Digga, wenn du keine Freude mehr an dem Ding hast, dann bewegt dich doch auch nicht mehr in den Kreisen. Ja, ja, ja. Aber trotzdem muss ich auch zu Rebel sagen, auch was seine Graffiti-Zeit angeht. Er war ja auch mit einer der Ersten, der in West-Berlin Graffiti groß gemacht hat. Diese Props muss ich ihm geben und diese Props lasse ich ihm auch. Ich hatte ein sehr, sehr tief privates Verhältnis zu ihm, war mit ihm im Urlauben. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit auch gehabt. Und das muss ich bestätigen. Und das finde ich auch schön. Aber wie gesagt, nochmal, das ist ein bisschen traurig. Und selbst wenn er das jetzt sieht, kann ich ihm halt sagen, ich finde es halt auch traurig, dass es nie dazu gekommen ist. Aber Rebel ist sein Weg gegangen und ich bin mein gegangen. Ja, ja. Aber als er mir das erzählt hat, so, ich dachte, ich bin so abgegangen. Was spielt er denn? Spielt er Theater? Nee, du, ey, ich habe den, ich habe den vor zwölf Jahren, elf, zwölf Jahren am Set getroffen, so, habe mit dem gequatscht, so. Und seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Weil der war auch stark in der Improvisation. Ich kann mich an viele Sachen erinnern, wo der schauspielerisch sehr, sehr stark war, weil er halt so gut improvisieren konnte. Also er konnte sich in Dinge reinversetzen, wo ich manchmal gedacht habe, das gibt es ja ja nicht. Was der dann so für Monologe ab, also wir haben so Skiz gemacht. Ah, okay. Wo wir uns totgelacht haben. Ich dachte, wir sagen, Rebel, wo holst du das alle her? Ja, ja, ja. Also der hatte dann, weiß ich nicht, wie war denn das zum Beispiel so eine Improvisation? Hirte, willst du hin mit dem Wolfsbeutel? Was trägst du inne? So eine Digga, ja. Ganz verrückt, aber dann so 20 Minuten lang nur so. So improvisiert, ja. So improvisiert auf irgendeine Geschichte. Alter, übel. Wahnsinn. Also da habe ich auch immer gesagt, so krass. Die hatten mehr, sozusagen mehr, mehr Fähigkeiten, als wir alle dachten, so. Das ist das, was Harris mir mal gesagt hat, als ich nämlich dann auch die Bücher geschrieben habe. War das eine Sache, die Harris mir zum Beispiel gesagt hat. Harris hat zu mir immer gesagt, ey, wir Hip-Hopper, wir können alle, klar. Wenn wir wollen, wir können alle. Wir können Schauspieler sein, wir können Rollen spielen, weil wir die Straße kennen, Digga. Wir wissen, wo wir herkommen und wir wissen, wie die Leute sind und Digga, wir können Schauspiel, wir können Bücher schreiben über, egal was, schreib ein Buch über deine Story. Erzähl mal, erzähl denen mal von diesem Wandel im Osten. Erzähl denen mal. Wir haben uns natürlich auf den Touren auch ausgetauscht und ich habe meine Geschichte mal erzählen können oder mich erinnern, wie ich mit Alper Alper Gant in ein Gespräch kam, was so interessant war, weil er gar keine Ahnung, die Oster, die Oster von da drüben. Und dann habe ich dem erst mal erzählt, so, oder überhaupt, diese Deutsch-Ding, also, auf was seid ihr denn stolz? Ja, du, ich bin ja ein Kratzer, du bist ein Nazi. Ich sage, Digga, Alper, Alipi, jetzt kommen wir da noch runter, Digga, was stimmt denn mit dir? Ich sage, was stimmt denn mit dir nicht? Wir müssen noch mal kurz quatschen, wa? Und ich sage zu ihm, ich sage, ey, Digga, Jarlo, was seid ihr denn stolz in eurem Land? Und hin und her, ich sage, ey, das geht hier nicht um den Stolz, das geht einfach um die Herkunft und es gibt gewisse Zeiten, da hat Deutschland weltweit für Errungenschaften gesorgt, die überragend waren, sind, also, und ich habe sozusagen das Defizit, was Alipi in der Schule nicht mitbekommen hat, im Geschichtsunterricht habe ich Alipi sozusagen auf Tour mal so ein bisschen erzählt. Danach war der super PC. Er sagt, Hörer, wenn die alle so wären wie du, du hast ja richtig geplant von der Scheiße. Ich sage, na klar, der Kuppel passt ab. Ja, so, und weil ich halt irgendwie auch die Chance habe, etwas zu transportieren und wenn ich das transportieren kann und du das mitbekommst, dann wirst du ganz schnell merken, dass ich ein bisschen mehr in der Birne habe, als du hast aber keine Haare auf dem Kopf. Ja, ja, das ist so. Sondern, so, Digga, lass uns mal, du kannst dich erinnern, wer hat denn, wer hat denn den Flieger erfunden? Wer waren denn die Leute, die die losgerannt sind mit Flügeln und haben probiert mal abzuheben und so? Die Brüder Bright. Zum Beispiel. Oder später dann halt Lilienthal. Ach so, noch bitte, aber erst mal ja, aber ich sage, jeder hat seinen Anteil daran und in irgendeiner Art und Weise. Das heißt nicht, dass ich sagen muss, dass ich darauf, ich darauf übertrieben stolz bin. Nein, es ist nur eine Sache, die meine Herkunft mir mitgibt. Und ich halt sage, ich finde es großartig, dass es so ist, wie es ist. Und Elipi, das so zu erklären, glaube ich, hat ihn auch weitergebracht. In seiner Wahrnehmung der Welt. Deutschland hat schon was. Also da gab es ja auch Leute damals, als die Wende dann war, gab es auch Leute, die dachten, naja, jetzt kommen die Ausländer, super. Wie nehmen wir uns jetzt auch alles weg? Also, weil wir am Anfang, ne? Ja, ja, klar. Und die gesagt haben, ey, geil, dass das alles so war. Aber die haben ja auch eine Kehrseite der Medaille und darüber halt kurz, das war halt so ein Austausch, wo ich denke, das war sehr, sehr geil. Ja, aber der Austausch, meiner Meinung nach, findet so selten statt, so, weißt du? Also, ich meine, wenn ich mich zum Beispiel mit Schauspielern unterhalte oder so, die haben zum Beispiel überhaupt gar keinen Plan, dass bevor es Hollywood gab, waren wir Deutschen, die flächten Filmemacher aller Zeiten, man. Wir hier in Deutschland, ja, da kann man jetzt sagen, was man will über die Filme, ja, aber ein Monau war krass gewesen, ja. Ein Fritz Lang, der zwar Österreicher war, aber in Deutschland Filme. Aber das ist ja das, was wir hier gerade machen. Im Prinzip halten wir das Erbe ein Stück weit. Alleine nur, dass wir darüber reden, ist der Respekt, den wir der Sache geben müssen. Und ich finde, das ist nicht nur im Hip-Hop so, sondern das gehört sich einfach schichtlich, sich auch ein Stück weit mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Denn nur wenn du die Vergangenheit einigermaßen verstehst, kannst du in der Gegenwart irgendetwas daraus ziehen, was dich in Zukunft safe macht. Ja, aber ich finde es halt so traurig, wenn ich mal auch ganz kurz so einen Ausflug machen kann, dass halt in den deutschen Schulen, bei uns in der Schule halt, immer sehr gerne über das Dritte Reich referiert wird, was auch wichtig ist, dass das nicht nochmal passiert und dass das nicht vergessen wird. Aber es wird nie darüber referiert, welche Errungenschaften vor dem Dritten Reich und halt auch die Rehabilitation nach dem Dritten Reich Deutschland hat. Und das finde ich halt immer ein bisschen erschreckend. Die wissen nicht, dass Max Reinhardt halt ein deutscher Filmemacher war und Theatermann, der nach Amerika gegangen ist. Die wissen halt nicht, dass Billy Wilder ein Österreicher, Deutsch-Österreicher war, der in Amerika den einen Oscar nach dem anderen abgeräumt hat, so weißt du, oder Fritz Lang oder so. Das wissen die alle nicht. Ist aber auch nicht die Verantwortung der Schule. Was? Ist nicht die Verantwortung der Schule. Die Schule gibt in irgendeiner Art und Weise, also der Lehrstoff gibt in irgendeiner Art und Weise eine Klammer vor, meine Meinung. Ja. Wo weltgeschichtlich Dinge durchgenommen werden, aber die Sachen, von denen du gerade erzählst, das ist die Verantwortung der Mütter und Väter, die das weitergeben müssen. Okay. Die nämlich genau in diesem Interesse dann sozusagen versuchen, den Kindern eine durchaus größere Weiterbildung zu liefern, als das, was sie in den paar Stunden in der Schule checken. Also ich will sagen, das ist in der Verantwortung der Mütter und Väter, ob heute, ob gestern, ob morgen, den Kindern an ihre Interessen angelegt, sozusagen Wissen vermitteln. Wir können nicht davon ausgehen, dass Kinder halt von selber sagen, alles klar, ich werde jetzt zum Bücherwurm und befasse mich jetzt zum Beispiel mit Film, Filmhistorie. Sondern ich meine, ich verstehe, was du meinst, dass man das auch zum Bildungsstoff machen könnte, aber ich glaube, dann kommt es nicht. Das ist nur ein Beispiel. Dann kommt man vom Hundertstel ins Tausendstel, vielleicht aber trotzdem. Ich finde schon, man müsste so ein bisschen die Inspiration geben, weil ich habe so oft das Gefühl, dass sich alles nur am Dritten Reich aufhängt. So, weißt du? Wenn es um die deutsche Schicht geht, dann geht es um die Lehrbücher. Aber das ist halt auch, was ich meine, wenn du ins Gespräch gehst, ob mit einem Direktor oder mit jemandem, der in der Schulbildung in irgendeiner Art und Weise etwas zu sagen hat, wenn du dort ins Gespräch gehst, dann geht es halt sehr, sehr schnell in die Richtung, dass man natürlich irgendwie was in die Klammer fassen muss, um dass das Thema Dritte Reichen geschichtlich sehr, sehr schlimme Zeit war und dass dort so viel Scheiße passiert ist, dass man sagt, ich setze es jetzt mal in Anführungsstrichen, das einem zum Halse raushängt, wo man sich fragt, warum sprechen wir immer noch darüber? Aber ich sage dir ganz ehrlich, warum sprechen wir immer noch darüber? Weil es einfach noch nicht lange her ist. Nee, es ist lang, nee, nee. Vor allen Dingen, es darf nicht nochmal passieren. Deswegen geredet man da. Es darf nicht nochmal passieren. Genau. Und das ist aber das, was ich meine, wo ich halt sage, ich würde mir auch wünschen, in den Lehrbüchern würde mehr über dies und das stehen. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass meine Verantwortung als Vater die ist, meinem Sohn oder meiner Tochter Dinge zu erklären, die nicht in Lehrbüchern stehen. Ja, zum Beispiel solche Sachen. Zum Beispiel solche Sachen. Es geht immer ein bisschen auch darum, welches Interesse Kids zum Beispiel entwickeln oder in welche Richtung. Aber ich merke es zum Beispiel an meinem Sohn, so der weiß halt Dinge, die ich nicht weiß, weil er ein Interesse hat, was ich nicht teile und er darin aber so aufgeht, dass er alles aufsaugt. Und dann weiß der auch alles über dieses Thema, sodass ich erstaunt bin, weil ich weiß, es steht nicht in einem Lehrbuch. Also muss er dieses Wissen von woanders haben und das Internet ist halt die größte Bibliothek und mittlerweile kann man sich daran frei bedienen. Also es steht auch eine ganze Menge Grütze drin, aber ein Mensch mit einigermaßen Intellekt, glaube ich, kann schon unterscheiden zwischen dem, was er liest und wie es ist. Aber von der Sache her, finde ich, bin ich halt auch, gerade in solchen Gesprächen halt, ist mir wichtig, so etwas auch da zu lassen und zu sagen, so ey, das ist unsere Verantwortung. Und da wollte ich dich jetzt nicht irgendwie, sondern ich verstehe genau, was du meinst. Finde nur, wir müssen da ein Stück weit umdenken, insofern, als dass wir sagen, so wir müssen uns, wir sollten die Schulbildung anpassen an die Welt. Also wir merken, dass die Welt sich extrem verändert. Ja, das Schulsystem jetzt hält gar nicht mehr mit. Genau. Und das müsste uns im Prinzip sagen, da muss auch in irgendeiner Art und Weise kommen aber auch meiner Meinung nach Veränderungen, die nicht gut sind. Überhaupt nicht. Verstehst du, also man muss halt, es ist immer schwierig, denn in so einem Lehrplan, okay, was klammern wir aus und was klammern wir ein, so das ist schon, aber natürlich, ich denke auch, dass man Lehrpläne sozusagen anpassen muss und dass man vielleicht auch den jungen Menschen, den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit geben müsste, während der Schulausbildung, ihre Talente zu finden und ihre wirklichen Interessen zu finden. Also individuell, ja. Aber kriegst du, kriegst du ja mit, dadurch, dass ich ja halt immer viel Kundschaft habe, die über ihre Kinder und über Schulzeiten erzählen, auch mit den Chefen. Erst bei mir, erst bei mir. Ja, und die erzählen halt, mit dem Kind hat er heute wieder nur eine Stunde gehabt, ach, heute wieder nur zwei Stunden. Also die werden ja, Physik kriegst du normalerweise in der siebten Klasse, irgendwie so, also verschieben wir auf der neunten Klasse, weil wir nicht genug Lehrer haben, die den Stoff annehmen können und alles so. Also das ist eine Katastrophe, die sind ja, die sind ja mehr, kann mich entsinnen, wo ich neunte, zehnte Klasse war, ich kriegst nie Ausfall. Wir haben uns gefreut, wenn ausgefallen ist. Aber Ausfall war der so geil, ja, mal eine Stunde früher nach Hause oder so. Das ist ein Riesenthema. Die haben ja einfach keine Leder, die können den Stoff ja auch gar nicht vermitteln. Das ist ein Riesenthema, das ist, da kratzen wir gerade richtig an der Oberfläche. Ja, ne? Da war ein Riesenthema, weil natürlich dieser, aus dem Unmut heraus dann eine Menge Fragen entstehen. Aber, ich sage halt auch, was ich halt meine, mit meiner Erfahrung, meiner Lebenserfahrung, einfach, was ich da lassen kann, ist halt so, dass ich sage, wir dürfen uns aber auch darauf verlassen, dass unsere Kinder Dinge lernen, die wir ihnen nicht beibringen, sondern weil sie sie lernen, weil sie ein eigenes Interesse schon längst entwickelt haben. Ja, ja. Dieses Interesse haben sie, also ich meine, eine, dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir uns darauf belassen können, dass unsere Kinder auch schlau sind und das lernen möchten, was sie interessiert. und das passiert jeden Tag. Wenn wir, also ich kann das sagen, anhand meines Sohnes, wenn der, wenn ich den abfragen soll, über, in Geologie, Geografie, wenn ich den abfragen soll, über, international, über Flüsse, ich habe keine Ahnung, bei mir noch, okay, Yukon, könnt ihr erzählen von, Euphrat, Euphrat hätte ich nach, Euphrat hätte ich nach Afrika gelegt, irgendwo. Weißt du, also, man lernt ja dann auch wieder dazu. Man lernt ja nochmal, wenn du, als ja, so, und was ich einfach bloß da lassen will, ist, ich glaube, diese Verständnis dafür, auch in diesen Zeiten, die so doll geprägt sind von Ängsten, sollten wir uns wieder aneignen und wieder lernen, dass wir uns auf gewisse Dinge auch verlassen können. und wir sollten der Sache, auf diesen Verlass, der sollten wir eine Chance geben. Ich merke das an meinem Sohn, dass das einfach funktioniert. Der entwickelt sich, der hat ein Interesse und die Schulnoten, die er in der Schule schreibt, die sind nicht maßgeblich dafür ausschlaggebend, was sein eigentliches Interesse ist. Das ist wie ein Fundament, da wird ein Fundament gebaut und das Fundament ist cool, aber das Haus, was du baust, baust du nach dem Abgang aus der Schule. Und die Frage ist, was hast du in deinem Kopf, wenn du aus der Schule kommst? Geht aber nicht nur darum, was du in der Schule gelernt hast, sondern was deine Eltern dir mitgegeben haben. Welche Ausbildung haben deine Eltern dir mitgegeben? Es gibt Leute, ich kann mich erinnern, in Kindergartenzeit bei meinen Kindern, da gab es Menschen, die die Erzieherin, die der Erzieherin gesagt haben, was machen sie aus meinem Kind? Und die Erzieherin sagt, Moment mal, also, dieses Kind, also, diesem Kind das zu geben, was es braucht, ist nicht meine Aufgabe, das ist ihre Aufgabe. Das, was ich mache, ist, ich versuche, ein kleines Fundament zu bauen, aber sie sind, also, da habe ich das damals schon gemerkt, ich bin ja immer so ein Paradiesvogel, egal wo ich hinkomme, also, ob im Kindergarten meiner Kinder oder bei den Elternversammlungen in der Schule so, ich merke das halt, wie manche Leute halt wirklich auch konditioniert sind in diesem Schulsystem und sagen, ja, das muss die Lehrerin, das muss der Lehrer machen. Und dass dann keiner mehr Bock hat, Lehrer zu werden, verstehe ich auch irgendwie. Du kannst halt irgendwie so ein bisschen so einen gewissen kleinen Rahmen schaffen und dann vielleicht dann so ein bisschen unterstützend sein, aber das meiste kriegst du einfach von zu Hause mit irgendwie so. Oder, so wie ich im Hansa, was ich erzählt hatte, du rutschst da rein und auf einmal entwickelst du das Interesse und dann interessiert dich auch nicht, wie spät das ist oder interessiert dich auch nicht, wie viel Geld du dafür auf dem Konto hast, sondern du lernst das, weil du das wissen willst. Und ich glaube, sich darauf zu verlassen, hat mich in den letzten Jahren auch extrem ruhiger werden lassen, weil mit Jahrzeiten, da hat mich das unfassbar unter Druck gesetzt. Und ich dachte, oh Gott, wenn mein Sohn nicht und wenn meine Tochter und wenn auf einmal merke ich, meine Tochter macht, was sie will und die macht das gut, was sie will, die macht ihre Ausbildung und mein Sohn wird auch eine Ausbildung machen, auf was er halt Bock hat und die machen das Bombe. Also ich bin einfach nur glücklich, weil ich denke, das hat ihnen kein Lehrer gesagt. Das hat ihnen die Mutter und der Vater gesagt, im besten Falle. Wie das am besten geht. Aber ihr seid noch komplett alle so zusammen, so als Family. Nee, nee. Also die, ich bin mit der Mutter nicht mehr zusammen, aber wir haben, wir sind beste Freunde. Und ich liebe diese Frau als die Mutter meiner Kinder, als die Mutter meiner Kinder liebe ich diese Frau. Bin aber in einer neuen Ehe und bin sehr, sehr glücklich mit meiner jetzigen Frau. Also so. Das ist ja auch ziemlich cool, also wenn man in Trennung lebt, ja, dass die beiden Elternteile sich gut verstehen, weil man muss dann immer wirklich die Kinder berücksichtigen, weil alles fällt auf die Kinder zurück. Ja, aber da auch, wenn man sich dann nur streitet und so. Da auch neu denken, neu denken, Beziehungen neu denken. Ich meine, nehmen wir mal, nehmen wir mal so ein Thema wie Corona oder die Pandemie. Es hat mich auch gelernt, mal neu über Beziehungen nachzudenken, über Freiräume nachzudenken, über das nachzudenken, welche Zeit man sich versicht nimmt. Bist du mit dir selbst im Reinen? Bist du überhaupt in der Lage, Liebe zu geben? Bist du in der Lage, glücklich zu sein? Hinterfragst du das alles? Also in dieser Zeit, wo wir alle gesessen haben, gewartet haben, was passiert denn jetzt so? Ja, also ich kann mich erinnern, wie ich über Sachen nachgedacht habe, über die hätte ich vorher nie nachgedacht. Einfach nur, weil ich mal die Zeit hatte, darüber nachzudenken, weil ich nicht nur on the run war und von A nach B und jetzt hier noch und den Job noch und da noch was machen, hin und her. Das hat mich alles dahin gebracht, wirklich ruhiger zu werden und zu sagen, oh, kann das auch alles ein Stück weit mit einer Gelassenheit sehen? und die Gelassenheit lässt dich dann halt auch, wie sage ich, empathischer einfach mit Dingen umgehen oder mit Problemen umgehen oder einfach auch diesen Sinn zu entdecken, den habe ich für mich entdeckt, den Sinn zu entdecken, zu sagen, guck mal aus einem anderen Fenster, nicht immer nur aus deinem, sondern versuch dich mal in die Lage deines Gegenüber zu versetzen. Warum ist der gerade so? Warum geht es ihm nicht gut? Warum geht es ihm schlecht? Vielleicht kannst du ihm helfen. Es gibt eine afrikanische Lebensart oder eine Weisheit, Ubuntu, weiß nicht, ob euch das was sagen. Da gibt es großartige Bücher, die mir sehr geholfen haben, zum Beispiel auch mit dieser Situation umzugehen, weil für uns als Musiker oder für Menschen, die auf der Bühne stehen und halt gewohnt sind, von Menschen ihre Kunst zu vollziehen, für die war das sehr, sehr schwer in der Corona-Zeit einfach nicht mehr aufzutreten, nicht mehr live zu spielen. Ich habe das alles verloren. Das ist keine Tour mehr, keine Konzerte mehr, gar nichts, weil sich auch diese ganze Branche halt so krass verändert hat. Und auf einmal kam Ubuntu in mein Leben und auf einmal habe ich gelernt, aus den Augen eines anderen zu sehen. Nicht nur für meine eigene Beziehung, sondern auch für meine Freunde, für Menschen, die ich nicht kenne, die vielleicht Probleme haben und mir von ihren Problemen erzählen und ich sage, ey, okay, früher habe ich gesagt, ey, komm mir doch nicht mit deinen Problemen so. Und heute denke ich, ey, voll wichtig, in der Beziehung, in den Leuten, ob das Freunde, Bekannte sind, Bekannte, die zu Freunden werden könnten, etc. Voll wichtig. Und ich bin dankbar darum, dass es so gekommen ist, dass ich mich damit beschäftigt habe, weil ich mich mit mir selbst beschäftigt habe in der Zeit. Da sind wir wieder bei dem Ding. Dankbar sein, um die, so blöd das klingt, um die Pandemie zu sagen, mal wieder mitkriegen, was für ein Privileg wir leben. Es hätte dir einer eine Ohrfeige gegeben und dir gesagt, denk mal über dein Leben nach. Obwohl du alles verlierst, in der Musik zum Beispiel, nicht mehr spielen kannst, nicht mehr live auftreten kannst, nicht mehr unterwegs bist, nicht mehr die Leute, die vorher in deinem Kreis an deiner Seite gearbeitet haben, sich wegen Corona andere Jobs suchen mussten, weil halt die Clubs leer blieben, etc. oder umgeschult haben oder sich weitergebildet haben oder sich selbstständig gemacht haben oder, oder, aber es ist ja nichts mehr, wie es ist oder wie es war und das ist, die Welt ist in einem Wandel. Ja, ja. Und nehmen wir dann noch mal den Klimawandel, dann ist das noch mal ein anderes Thema. Da können wir noch fünf Stunden debattieren drüber. Aber mir wäre halt, mir wäre halt wichtig zu sagen, einfach auch vielleicht abschließend auch zu sagen, so, wir sollten gelassener in diese Richtung denken und sollten uns nicht verrückt machen lassen. Okay. das, ja, das denke ich auch schon. Oder siehst du es anders? Du kannst mir ruhig sagen, wie es anders ist, der geht. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich glaube, viele haben damit ein Problem, die Dinge so zu sehen wie du, weil ich habe eher so das Gefühl, dass die Leute sich nicht vor Augen halten, egal ob wir jetzt die Pandemie durchhaben oder ob wir jetzt Inflation haben oder sowas, zu sehen, dass es uns immer noch relativ gut geht. Ich habe oft das Gefühl, dass die Menschen eher so rumheulen rumheulen und eher auf ihre Privilegien pochen, als dass sie das mal im Vergleich mit anderen Menschen sehen, denen es halt nicht so gut geht. Weil ein Kumpel von mir, ein Kollege von mir, ein guter Kumpel von mir, ein Schauspieler, Philipp Dande, der aber auch schon hier war, der war vor einem halben Jahr oder so, war der, ich weiß nicht wo, in Afrika, aber der ist mit einem Ärzte ohne Grenzen Schiff nach Afrika und war, ich weiß nicht mehr in welchem Land und das hat ihm einen Wake-up-Call gegeben, weil er hat da irgendwie eine Frau gesehen, die da Müll gewühlt hat und die hat ihn gefragt, nach etwas zu essen oder ein bisschen Milch, weißt du? So, und das hat ihn völlig, das hat ihn schon, verstehe ich was ich mal, das hat ihn schon wieder runtergebracht und er meinte, ey, ich sehe alles ganz anders jetzt. Aber ich finde das so elend, dann sieht man das ganz anders und ich glaube, wir haben viel zu viel Narzissmus heutzutage. Das ist ja die große Vollkrankheit Nummer eins. Das ist ja die Great Depression so. Wir sind halt in der großen Depression und ich finde es nur gut, wenn wir die Sachen halt einfach mal ansprechen und auch wenn das ein unangenehmes Thema ist, weil wir halt alle keine Psychologen sind, ist es trotzdem so, dass sich der gesellschaftliche Narzissmus natürlich übertrieben durchgesetzt hat. Aber so was von, dass wir die, ich sag mal, reale Menschen, die das Gefühl haben, dass sie in dieser ganzen Fake-Welt, die halt voll ist mit Plastik-Kram, wo nichts mehr einen Wert hat, ja, aber alle den Preis kennen, so, dass wir die Leute sind, die vielleicht auch im kleinen Rahmen da mal ermahnen und sagen, ey, lasst euch nicht von dieser Scheiße verrückt machen. dass das präsent ist und dass dieser gesellschaftliche Narzissmus zunimmt, das kriegen wir alle selbst mit. Wir alle, und egal wen ich hier in dem Raum frage, wir alle können uns gegenseitig fragen, hast du jemanden verloren über die Pandemie, über Meinungsverschiedenheiten? Ja. Habt ihr Leute verloren? Das ist genau das Ding. Das ist aber das, wo ich sage, ja, warum spaltet sich das so? Warum kriegen wir nicht hin, zu sagen, lass uns doch zusammensetzen, wir können doch auch mal unterschiedlicher Meinungen sein. Das heißt nicht immer, dass wir auf eine Meinung kommen müssen. Wir können doch unterschiedlicher Meinungen sein und ich kann trotzdem sagen, ey, ich feier dich. Ja, ja. Dafür, dass du so denkst, wie du denkst. die Leute haben ein bisschen vergessen, wie man so vielleicht miteinander diskutiert, weil heute leben wir auch schnell in dieser Sache, dass wenn jeder passt seine Meinung nicht mehr oder wie du denkst oder irgendwie so. Heute leben wir auch in diesem Zeitalter vom Blockieren. Menschen verändern dich. Wir verändern uns alle. nicht jeden Tag. Aber wenn du jemanden hast, den erzählst du irgendwas und der sieht das nicht ein, dann cancelt der dich gleich oder blockiert deine Nummer oder irgendwie so und will mit dir erstmal ja nicht mehr diskutieren, weil das in seine Bubble nicht passt oder in seine Weltvorstellungen nicht irgendwie so und das wird heute heutzutage so oft gemacht, ihr gehört auch von anderen Leuten irgendwie und das ist halt irgendwie anstrengend. Man muss ja auch mal irgendwie aushalten können, dass man mal vielleicht mal nicht die gleiche Meinung hat und dann sich vielleicht irgendwo auch annähern und wenn es mal nicht geklappt hat, ist ja auch okay, aber man muss sich das ja gar nicht anreiten. Ja klar, aber manchmal ist es halt wirklich so, dann geht es halt nicht mehr. Ich kenne das halt auch, wenn sich, das meine ich mit der Veränderung des Menschen in diesen schwierigen Zeiten, wenn sich Menschen halt so krass ändern, dass sie zu einem Gegenpol werden, dass man sich, anstatt sich anzuziehen, sich halt abstößt. Also natürlich geht es in die Richtung, weil jeder Mensch natürlich auch irgendwie ideologisch von seinen Überzeugungen abhängig ist und sich seinen eigenen Sinn des Lebens von seinen Überzeugungen abhängig macht. Und das ist, diese Toleranzgrenze ist halt geschwunden. Leute sagen halt, mir wäre auch lieber, man könnte darüber diskutieren, aber ich glaube, dass wir in Zeiten leben, wo die Ängste einfach so groß sind, dass Leute auch Angst haben vor der Diskussion, weil sie Angst haben vor dem eigenen Scheitern, weil sie Angst haben vor der Veränderung, anstatt sich dieser Veränderung zu stellen und zu sagen, lass uns doch gucken, was wir Positives aus der Veränderung nehmen können, anstatt von vornherein das Negativ zu behaften und das zu stigmatisieren. Alles. Und das ist halt so, wo ich denke, ich finde es auch gut, dass wir das zum Thema machen und darüber reden, weil alle im Prinzip ja dieses große Fragezeichen im Kopf haben und sagen, wie kann das weitergehen? Und wir alle müssen umdenken, ob ich das bin. Und ja, also ich komme auch aus unfassbaren Privilegien. Ich habe alles gehabt. Alles. Ich habe so viel Geld verdient. Und das ist, aber am Ende halt gemerkt, das ist alles nichts wert. Aber man muss erst mal vielleicht da hinkommen, um das zu checken. Ja klar, aber oder, oder versuch doch jemandem zu glauben, der sagt, Dicker, so viel Geld ist nicht gut für dich. Aber das machen die nicht. Sie wollen es selber rausfinden. Ja, ich will es auch selber rausfinden. Genau, bis sie dann selber scheitern und im Gegensatz zu dem, was ich für viel halte, ist das, was ich für viel halte, für andere wenig. Ja, genau. Ahnst du? Ja, ja. Wo hört es dann auf? Wo hört es dann auf? Ich meine, bei mir war so, ich war ein Kind aus der Platte. Ich wollte, ich wollte, ich komme über einen Rap-Film. Ich wollte ein paar Autos. Ich wollte ein paar Häuser. Ich wollte, ich wollte das alles. Ich wollte meine Chromfelgen. Ich wollte so, weißt du, ich wollte es erleben. Und ich habe das alles erlebt. Und ich kann dir sagen, nix, diese ist nix Gute. Oder diese ist nix Gute. Diese ist nix Gute. Diese ist nix Gute. Diese Gute, nix, nix Gute. Nix Gute. Lass lieber die Finger von. Also, was ich damit sagen will, ist, vielleicht, vielleicht gucken oder hören Leute zu und sagen, ich ahne genau, was sie meinen. Ich ahne genau, warum die Jungs sich zusammensetzen und auf so eine Gespräche kommen. Und vielleicht kann ich was mitnehmen. Und vielleicht ist es auch unsere Verantwortung, den jüngeren Leuten oder der Generation zu sagen so, ey, keep calm so. Ihr findet euren eigenen Weg mit den Problemen umzugehen. Aber ich glaube auch daran, dass eine Generation die Welt verändern kann, so wie wir es halt nicht geschafft haben, weil wir zu sehr mit unseren Privilegien beschäftigt waren und weil alles für uns eine Selbstverständlichkeit war und ist. also wie können wir noch was ändern, wenn alles für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Wenn wir in einer Welt leben, wo alles vom Himmel fällt, wo Musik einfach keinen Wert mehr hat. Musik fällt vom Himmel. Musik sind zehn Leute. Filme auch. Bei Filmen, alles was Kunst angeht, alles was Kunstschaffende, Kreative dalassen, keiner hält das mehr für einen Wert. Es gibt Leute, die mir schreiben und sagen, Musik, da geht eine Arbeit. Es gibt Leute, die einem Schauspieler, da ein bisschen ein Bild rumhängen und vor der Kamera acten. Dicker, mach mal selber. Also erkenn mal wieder den Wert. Ich hoffe, irgendeine Generation erkennt mal wieder einen Wert beziehungsweise hinterfragt sich selbst und die ganze Welt im besten Fall und ist so empathisch ärmeren Menschen gegenüber oder ärmeren Regionen oder nehmen wir das große Beispiel Afrika. Solange ich denken kann, ist Afrika ein Problem. Und Afrika ist auch ein Problem. Genauso wie der Nahe Osten immer schon ein Problem ist. Genauso wie der Russe immer schon ein Problem ist. Also solange ich denken kann, sind alle um uns herum ein Problem. Ja gut, aber da kommt die Frage, sind wir vielleicht nicht auch ein Problem? Das ist das, was ich meine. Das ist das, was ich meine, Mike. Das ist doch das, was ich meine. Immer sind es die anderen. Immer sind es komisch. Immer sind alle anderen komisch. Komisch. Ronald Reagan Ronald Reagan heißt jetzt Biden. Weißt du, Putin heißt jetzt Brezhenev. Mann. Dicker, und da sind wir wieder mit einem Loop, Alter. Wir leben in einem Loop, Alter. Ich sag nicht, dass es die Matrix ist und ich biete keine Pillen an Diggi, aber ich sag, aus dem Hip-Hop-Wording sag ich, Dicker, das Ding ist ein Loop. Das Ding ist ein Loop und das Ding stellt sich nur die Frage, wie lange läuft der Loop noch? Okay, jetzt aber eine andere Frage. hast du mit Haudegen versucht, aus dem Hip-Hop-Loop auszubrechen zum Beispiel? Das ist ja auch, danke, dass du die Frage stellst, weil viele Leute fragen sich und viele Leute haben mir das sogar übel genommen. Oh. Ja, die haben Leute, für die war ich der Hip-Hopper durch und durch, für die war ich der Rapper durch und durch, wie kann der jetzt Rock machen? Ja. Dann gab es wiederum Leute, die haben sich für mich gefreut, die haben mir gesagt, Dicker, was hast du gemacht mit Haudegen? Du kannst singen, Digga, wie du singst jetzt. Will heißen, das war kein Ausbruch, sondern das war meine Kreativität. Ich hatte, mir stand es hier, mir stand der Hip-Hop auch hier zu einer gewissen Zeit, als das ganze Ding ja per Beef eskaliert ist und das war ja die Zeit, wo ich gesagt habe, ich steige aus, ich habe hier keinen Bock mehr auf den Beef, wenn Leute, wenn mir einer Blöde kommt und ich halt raus sehe und sage, dann komm doch rum hier und der dann aber nicht kommt. Wo ist der Abhebel? Und heute? Ey, wo ist denn der, Alter? Zwölf Jahre später, Digga, stellen die sich in irgendeinen Oktagon, nehmen den Profisportlern, Sportlern, die respektieren, die Bühne weg, tun so und machen da Rummelboxen 2.0. Das ist eine Frechheit. Digga, ich feiere das, ich feiere das überhaupt nicht, weil ich sage, Digga, also, da draußen gibt es so viele gute Sportler, so viele Sportler, die auf ihre Chance warten, ihr Leben dem Sport verschrieben haben und da kommen da irgendwelche Rummelboxer und das ist jetzt der Beef. Zum Glück bin ich damals ausgestiegen. Das heißt nicht, dass ich, also ich bin ausgestiegen, weil ich niemals würde ich in so einen Ring gehen. Ich bin Musiker, Künstler, ich bin Autor, ich bin kein Rummelboxer, Digga. Was soll das? Also, so und spätestens da war ich raus und dann musste ich etwas anderes machen und habe mir bewiesen, dass ich etwas anderes kann. Hast du, hast du, hast du die Idee mit Haudegen gehabt oder wie ist das? Wie ist das? Weil für mich, als ich das das erste Mal mitbekommen habe, dass du Haudegen machst, für mich war das so ein typischer, also für mich war das Hip-Hop. Also ohne das Hip-Hop. Das war auch mein Hip-Hop. Haudegen ist mein Hip-Hop, weil ich meine, aber so, das war wie Everlast oder so. Verstehst du, was ich meine? Oder Ice-T mit Body-Count. Oder Ice-T mit Body-Count. Für mich war das jetzt nicht, oh ja, jetzt ausverkauft oder so. Ich dachte mir, Digga, Alter, der streckt seine musikalischen Flügel. Genau. Ich war sehr, sehr überrascht. Deswegen frage ich mich, wie ist das zustande gekommen mit Haudegen? Weil es war ja super erfolgreich. Genau. Ich war frustriert, ich war mega frustriert von Hip-Hop an sich, also oder, klammer ich es aus, ich war mega frustriert von Rap, von Rap und dem Gossip, was losging. Ich war mega frustriert. Mal kurz vorbeigegangen sind und mal kurz geguckt haben, ob die halt auch da sind. Aber die waren halt nicht da. Ich war frustriert, hab dafür dann noch auf die Mütze gekriegt, also dafür von der Hip-Hop-Community, so, wie kann er? Und das ist ja gewalttätig. Mütze passiert, dann ist es auch immer gewalt. So, weißt du nicht. Aber vorher feuerlich. Ja, ich will auch nicht, dass mich jemand anfeuert und sagt, toll, dass du da hin, nein. Ich will einfach sagen, Digga, steh zu deinen Prinzipien. Steh zu deinen Prinzipien und entweder du stehst dazu oder stehst nicht dazu. Aber sei keine Fahne im Wind, sondern entscheide dich bitte schön. Wir alle müssen uns irgendwo entscheiden, zu einem besseren Ich zu gelangen und zu sagen, okay, ich hab meine Prinzipien. Ich bin ein Mann mit Prinzipien. Und dann war es halt so, dass ich die Schnauze voll hatte und gesagt habe, das ist es nicht. Und ich hatte das große Glück, dass die Onkels damals den Sack gehauen haben. Was mir so ja nicht bewusst war. Also ich hatte das ja nicht mitbekommen, weil ich die Onkels in der Form nicht verfolgt habe. Aber mir hat später mal jemand erzählt, das war zu den MySpace-Zeiten, dass in den Onkelsforen, als wir dann im Prinzip, als ich dann mit Haudegen angefangen habe, ich hab so ein bisschen Tür zugeschlossen und hab so ein bisschen angefangen zu singen und hab vom Großvater gesungen und fand das total schön. Und hab gemerkt, so geil, du hast Stimme, das wusste ich schon immer. und hab dann halt gedacht, singen ist Töne langziehen und so. Weißt du, bis ich dann gemerkt habe, es ist nicht nur Töne langziehen, sondern sing einfach. Versuch zu singen. Halt Töne und spiel mit Akkorden und guck, welche Range du hast und so. Und dann hatten wir das große Glück, dass über MySpace, ich weiß noch, in einer Nacht, wir irgendwie viereinhalb Millionen Klicks hatten auf einen Song, der nämlich in mehreren Böse Onkels Foren geteilt wurde. Ah, okay, krass. Und wir sozusagen in so eine gähnende Leere geschmissen wurden und die Onkels Fans einfach Bock hatten auf was Neues und auf einmal war Haudegen da. Auf einmal waren da zwei Typen aus dem Plattenbau, die von Großvater singen, die halt aussehen wie Türsteher oder wie Zimmermänner hin und her oder einfach so Bauatzen, die dann im Prinzip von Großvater singen. Und das war natürlich dann so ein Einstieg, der war überwältigend. Ich wusste, also ich habe im Prinzip bei Haudegen das bekommen, wonach ich im Hip-Hop jahrelang gesucht habe. Krass. Also ich habe nach der Anerkennung und nach dem Applaus gesucht, habe den im Hip-Hop so, naja. Gar nicht? War so, na doch. Doch, Rilla hatte schon, Rilla hatte schon dein Refrain gehabt und so. Ja. Aber der, wie bei uns Chaos-Loge, ich würde sogar sagen, du hattest mehr Erfolg als wir als Chaos-Loge, aber wir haben halt nicht, weißt du, wir haben nicht so einen Antrieb bekommen. Ja, genau. Oder anderes, aber hast du da so. Okay, das nicht, aber. Dieser Mainstream-Erfahrung, ich meine halt, das ist halt Kracht, dass du halt viereinhalb Millionen Klicks auf einen Song hast. Ja. Was? So. Ja. Wenn es vorher 4.500 waren und du dich gefreut hast, auf einmal sind es viereinhalb Millionen so. Und auf einmal rufen die Majors an zu einer Zeit, wo es halt noch wirklich um Geld ging so. Also wo es wirklich, und das heute ist es, es ist ja nicht mehr so, aber ich komme, gefühlt fühle ich mich manchmal, als wäre ich aus den 90ern bei ABBA, so, weißt du? Ja. Ich bin auch ein Dinosaurier, aber das war noch nicht die Zeit, die, das Geld, was bei ABBA über den Tisch ging, aber es war so viel Geld, dass ich gedacht habe, Dicker, ich stehe in Ernst. Alleine den Deal zu unterschreiben, hat anderthalb Jahre gedauert. Das waren im Prinzip die Zeiten, wo dann viereinhalb Millionen Klicks dafür gesorgt haben, dass Major-Labels bei dir angerufen haben und du dich halt natürlich auch erst mal fragst, was ruft mich der jetzt an? Krass. Und dann halt ziemlich schnell auch um Summen geht, wo du sagst, ich brauche nicht mehr arbeiten. Ich glaube, der Moment ist gekommen, dass ich für alles, was ich investiert habe, belohnt werde. So krass? So krass. Reden wir da von einer halben Mille? Mehr. Wow. Motherfucker. Nee, na, die, also die halbe, also, ja. Netto. Man sagt ja, man sagt ja, jetzt spricht man nicht, aber ich möchte einfach nur sagen, dass das, das erste Mal war, dass ich gesagt habe, okay, das klingt in meinen Ohren danach, was für mich wert war. Was, also, und das war ja, da kommen ja dann Angebote rin und so und Leute sagen, ey, wir haben Bock mit dir zu arbeiten und du hast aber das ganze Geschäft schon begriffen und du verstehst, dass du dich jetzt nicht schnell mal hier kurz für eine halbe Mille verkaufst, sondern du verstehst alles, was da dran hängt. Du verstehst deinen Merch, du verstehst deine Marke, du verstehst deine, du verstehst dein Recht, du verstehst dein Urheberrecht, du verstehst, du verstehst die Matrix und du verstehst, dass es nicht darum geht, jetzt cool, locker hier kurz einen Deal abzugreifen, sondern du verstehst, dass es jetzt um dein Leben geht. Und zwar auf kommerzielle Art und Weise und auf professionelle Art und Weise und der Deal, der damals halt dann angeboten wurde, ich hab den von vornherein auch verstanden als, ich wusste ja, wie lange es dauert, einen Künstler zu etablieren. Also ich weiß das selber, weil ich jahrelang versucht habe, mich selbst zu etablieren und ich wusste, dass ein Major-Label ganz andere Hebel hat, um einen Künstler zu etablieren, ganz andere Netzwerke hat, ganz andere Möglichkeiten hat, ganz andere Budget hat. Also wusste ich, okay, du kannst jetzt mit der Mucke, die du da machst und die wirklich halt stark war, Haudegen jetzt, die Songs, die ich da geschrieben habe, die haben Menschen abgeholt, die Herz und Seele und Verstand haben und diese Leute, diese Leute sind bereit, dafür wirklich Geld auszugeben. Das war halt noch zu einer Zeit, wo die Wertigkeit halt noch gegeben war. Und dann verstehst du halt sehr, sehr schnell, dass du sagst, okay, du machst jetzt einen Deal über drei Jahre, diese drei Jahre etabliert dich diese Firma, in dem Falle Warner Music. Ich habe auch das Logo auch immer noch hier auf meinem Arm mit den drei Kreuzen. Also ich habe im Prinzip drei Kreuze gemacht nach dem Deal. Man sagt ja so, drei Kreuze und das Warner-Zeichen. Also ich bin Warner Music auch immer noch unendlich dankbar. Aber ich habe halt verstanden, okay, jetzt geht es los. So, jetzt geht es los. Und jetzt machst du diesen Drei-Jahres-Deal mit einer Option auf zwei weitere Alben und dann guckst du mal, wie die ihren Job machen. Aber wenn die so viel Geld in die Hand nehmen, wollen sie ihr Geld halt auch wieder haben. Also wenn wir jetzt mal über die reinen Vorschüsse sprechen oder... Und haben sie es wiederbekommen? Na klar. Easy, 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 aber wie gesagt, auch eine Menge dafür getan und wirklich auch ein geiles Team. Also alle Menschen, die auch in der heutigen Zeit da so Major-Labels verteufeln oder auch jetzt gerade in den ganzen Beef-Geschichten, weil ich das immer von der Seite so mitkriege, auch über meinen Sohn oder so, ich dann halt merke so, wie das verteufelt wird, ja, Major-Labels. So Leute, die ihren Job gut machen, die einfach wissen, wie es geht und die haben ihren Job verdammt gut gemacht, sodass ich nach drei Jahren sagen konnte, okay, ich verlängere noch auf ein Album, nicht mehr auf zwei und man geht den Weg, aber danach mag ich es independent, also danach mag ich es alleine. Also ich brauchte nur, nur in Anführungsstrichen vier Jahre, um Haudegen zu etablieren und dann war Haudegen etabliert dank Warner Music, aber trotzdem war der Druck ja da, die Songs zu schreiben, die Alben zu schreiben und wie viele Alben hast du unter Warner Brothers gemacht? Zwei? Ne, sag ich nicht, Warner Brothers ist ja Film, Digga. Warner Music. Genau, Warner Music Hero. Ich weiß nicht genau, ich glaub fünf oder sechs. Was? So viele Alben habt ihr gemacht? Oder mehr sogar, ja, ja. So viele Alben? Oh, shit. Ich wusste nicht, dass ich so viele Alben gemacht habe. Erste war schlicht und ergreifend, Angard, Lichtblick, Blutschweiß und Tränen, nee, haben wir dann selber gemacht, das war dann schon selber, ich glaube fünf, fünf oder sechs Alben, ja. Und alle aber auch, alle auch Top Ten. Aber was ich damit sagen will, ist, am Ende ging es mir von vornherein darum, zu sagen, okay, irgendwann willst du das Ding independent machen, weil du halt verstehst, dass es um den Merch geht, um die Marke geht, um die Dinge, mit denen du halt Geld verdienst und das weit über die Musik hinaus, bis es irgendwann so verrückt wurde, dass wir mehr Merchandise als Musik verkauft haben. Also, wo du dich fragst, äh, was, äh, äh, ich brauche ja keine, eigentlich brauche ich ja keine Musik mehr machen, weil ich so viel Merchandise verkaufe, so viele T-Shirts und Pullover und Westen und was wir alle gemacht haben, dass du dann halt sagst, so krass, aber ohne die Musik geht es doch ja nicht. du musst dann schon regelmäßig abliefern, aber es war ein krasser Weg, weil ich dann verstanden habe, alles klar, dafür bist du jetzt gemacht und diesen Weg sollst du jetzt gehen. Bis ich dann verstanden habe, dass der Preis dafür so hoch war, das hätte mir nie jemand bezahlen können. Also, hätte ich Dinge früher gewusst, wäre ich den Weg wahrscheinlich ja nicht so gegangen. Was? Ganz ehrlich, ja, du sagst, was, ist so. Aber einfach nur, pass auf, bestes Beispiel, einer unserer erfolgreichsten Songs ist Zuhause, der Song von Haudigen, Zuhause. Und Zuhause erzählt von dem Gefühl, nach Hause zu kommen, zu deiner Familie, Geborgenheit zu erfahren, dieses Gefühl zu haben, hier kann ich der sein, der ich bin, hier kann ich auch mal, hängt mal ein Fahnen lassen, hier kann ich, also, verstehst du, sag mal einfach dieses Grundgefühl von Zuhause, was wir alle als Selbstverständlich, Happy Place. Happy Place, was wir alle als Selbstverständlichkeit erachten, deine Frau, deine Freundin, deine Liebsten, deinen Liebsten, egal wen im Arm zu haben und Fernsehen zu gucken. Und auf einmal findest du dich auf Tourneen wieder und liegst abends in dieser Kajüte und schnallst, ich sing zwar davon und alle gehen nach Hause, alle fahren nach Hause, außer du. Du gehst in den Tourbus, morgen früh wartet eh eine Dusche für 25 Leute auf dich, am besten bist du der Erste, damit du nicht in durchgeweigten Badetüchern irgendwie in einem, also, du rallst einfach, scheiße, ich bin zu einer, ich bin zu einer Version von mir selbst geworden, die mir nicht gefällt, weil ich kein Zuhause mehr habe. Und dann singst du diesen Song und hast Tränen in den Augen, währenddessen du den singst, weil du verstehst, was du alles verloren hast und kein Geld dieser Welt kann dir bezahlen, was du verloren hast, wenn du keine Bindung zu deinen Kindern hast, wenn du verpasst hast, wie dein Kind die ersten Schritte gemacht hat, wenn du verpasst hast, wie wichtige Momente im Leben hat dir vorbeiziehen und du selbst so beschäftigt mit dir selbst bist und denkst, du feierst jetzt deine Erfolge. Ja, ja, das nennt man erstmal. Genau, und das Geld auf dem Konto wird immer mehr und du im Prinzip nur noch fehlgeleitet davon bist und sagst, das entschädigt alles, aber das entschädigt den Scheiß. Also, ich hätte fast die Bindung, zum Beispiel, da bin ich auch ehrlich, ich hätte fast die Bindung zu meinen Kindern verloren. Zum Glück habe ich eine tolle Frau an meiner Seite, die mich zu den richtigen Momenten da nochmal ermahnt hat und gesagt hat, Diggi, denk mal nochmal nach. Und da habe ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur für meine Kinder und für alle Menschen, die mich lieben, die Kurve gekriegt, sondern für mich selbst die Kurve gekriegt. Die Version, zurück zu der Version zu kommen, mit der ich mich wohl fühle, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich bin zufrieden mit mir. Ich glaube, die Prinzipien, von denen ich vorhin gesprochen habe, die stehen mir. Und zu den Prinzipien kann ich auch stehen und diese vertrete ich auch. und das kann dir halt keiner, das kann dir kein Major-Label, das kannst du dir selber nicht bezahlen, das macht kein Geld der Welt, lässt dich dieses Gefühl vergessen. Es sei denn, du machst es wirklich nur noch wegen Geld und vergisst dich selber und alle um dich rum und bist am Ende alleine und genau das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja, kam dann halt auch noch dazu, dass andere Dinge passiert sind, die mich in Freundschaften haben zweifeln lassen. Gerade wenn es um viel Geld geht, Menschen sind zerfressen von Gier, es gibt Menschen, die sind zerfressen von Missgunst, es gibt Menschen, die haben Probleme, es gibt narzisstische Menschen, es gibt Menschen, die zu einer Version werden, wo du sagst, was ist das? Und vor allen Dingen, was mache ich hier? Warum? Und dann wirst du zu einer Version, die du nicht magst und ziehst das Ding dann noch drei, vier Jahre durch, drei, vier Jahre, also wir reden von viermal 365 Tagen und wirst wahnsinnig dabei. Das ist ja denn auch, da will ich jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, mit Howdy, kannst du ruhig, so, aber als wir unser Theaterprojekt gemacht haben, Maxim Gorky. Ja, Maxim Gorky. Zu welchem Zeitpunkt war das? War das kurz vorher, vor eurem ersten Album oder nach dem ersten Album? Wann war das ungefähr gewesen? Kannst du dich noch erinnern? Das war genau zu der Zeit, wo wir auf den Deal gewartet haben. Ach so! Ja. Ah, ihr hattet noch kein Album veröffentlicht gehabt. Nee, wir waren, nochmal, alleine den Deal, alleine den Deal zu schnüren, hat anderthalb Jahre gedauert und das waren anderthalb Jahre, in denen ich so eine Sachen gemacht habe oder mein Buch geschrieben habe, also, ich hab diese Zeit gefüllt mit, mit Sachen, mit Sachen, die mich eigentlich davon abgelenkt haben, immer nur darüber nachzudenken, wie groß jetzt wohl der Deal ausfällt. Der ist ja dann aber explodiert. Nee, aber um den Zuschauern mal zu erklären, ähm, wir hatten, ich weiß nicht, war das 2008 oder sowas, ne, war das gewesen, 2009 oder 2010, ich weiß nicht mehr, so in dem Dreh, in dem Dreh, war ich am Gorki-Theater engagiert gewesen als Gast-Schauspieler und wir haben Romeo und Julia auf der großen Bühne gemacht. Ich, ähm, hab halt, ähm, den Mercutio gespielt und Max, Max Simonitschek hat Romeo gespielt und leider hab ich die Kollegin, deren Namen vergessen, die die Julia gespielt hat und wir haben eine moderne Version gemacht, so eine Art Hip-Hop-Version, wo die Capulets und die Montagu's sozusagen, ähm, zwei Straßengangs sind, die dann ihren, ähm, hohen, also den Klimax sozusagen im Club feiern und da halt das ganze Drama stattfindet in diesem Hip-Hop-Club und wir hatten quasi zur Pause, nach der Pause oder kurz vor der Pause, ich bin nicht mehr sicher, hatten wir immer ein Live-Act gehabt, einen richtigen Hip-Hop-Act, so, und, äh, die Premiere haben halt die Haudegen-Jungs gegeben, Rilla und Sven, ne, ihr habt da über, total, ihr wart sofort am Start, Alter, das hat mich echt so, als ich angefragt hab, so, ey, habt ihr Bock irgendwie bei der Premiere zu spielen, so, gab's auch gar kein großes Brumborium, ihr wart sofort am Start. Was für eine geile, was für eine geile Herausforderung, was für eine Möglichkeit, also ich mein, Sie sprechen von Maxim Gorky, ich bitte dich jetzt mal, abgesehen von eurer Kunst, von der Schauspielkunst, abgesehen von euren Fähigkeiten und Skills, weil ich das erste Mal auch dann so rangeführt wurde an so ein Thema, ich war kein Theatergänger, oder, sondern ich hab zum Beispiel jetzt dich spielen sehen und dachte, Dicker, was, unfassbar, ich hab wirklich, und das meine ich nicht nur auf dich projiziert, sondern alle Beteiligten, es war für mich eine Reise, die ich damals gar nicht so hab blicken lassen, wie krass die für mich war, aber es war für mich, ich hab das erste Mal im wahrsten Sinne des Wortes Theater gesehen. Ah, und hab Schauspielkunst erfahren dürfen, ich hab euch hinter der Bühne sehen dürfen, wie ihr in eure Rollen reingegangen seid, ich hab, und überhaupt auch das Bühnenbild, wie das alles, was das für ein Riesen, das hat einfach so einen Spaß gemacht, und wenn du jemand bist, der auf Kunst großen Wert legt, dann ist das halt, ja, hinter den Kulissen zu sein, eigentlich das Größte, einfach zu sehen, wie bereiten sich Schauspieler vor, wie gehen die in ihre Rollen, und jeder, der da mitgespielt hat, war halt für sich eine Koryphäe, und auch dich mal so zu sehen, also war für mich halt dann so, weißt du, es ist die Sache, es gibt die Sache, entweder holt dich einen Schauspieler ab, es ist eh wie, im Prinzip wie bei einer Kunstfigur, und bei einem Musiker, oder, oder, entweder holt dich jemand ab, und du spürst ihn, und du verstehst, welche Rolle, und wen du da gerade spielst, oder du sagst halt, ist doch nur gespielt, und das war für mich ein Moment, wo ich A, sehr, sehr stolz darauf war, das in meine Referenz mit einzunehmen, zu sagen, ich habe in Maxim Gocchi mal auf der Bühne gestanden, und durfte da meine Mucke spielen, das Stück, überhaupt die Inszenierung, hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil sie Neuzeit gedacht war, das hat mich gebockt, später hatten wir ja wirklich so ein, es war ein Engagement, über mehrere Wochen kann ich mich erinnern, ja, ja, genau, man hatte sich an die Coup gewöhnt, man hat Spaß miteinander gehabt, man hatte, man hat geile Leute kennengelernt, Chanel war ja auch involviert, den habe ich auch mit rein geholt, L.A.P. war auch involviert, Alpagan war dann auch involviert, Chanel war eben mit involviert, und das war einfach nur großartig, und das war für mich, du kannst dir nicht vorstellen, ich bin nach Hause zu meiner Mutter damals, und habe gesagt, stell dir vor, ich habe es auf die Bühne vom Maxim Gorki Theater geschaut, und sie sagt so, ich war ernst, und sie war ja dann auch da, also als Besucher eingeladen und so, war für mich wirklich eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung auch, obwohl ich ja nur das gemacht habe, also ich brauchte ja nicht Schauspielern, sondern ich war der Mucker, und habe halt, da haben sich Umi und Julia dann in dem Club halt gesehen und getroffen, nebenbei wurde gespielt, und wir haben halt performt, aber eure Leistung, da überhaupt mal eine schauspielerische Leistung in Echtzeit mitzubekommen, war für mich eigentlich das größte Ding daran. Ich habe nie die Chance gehabt, irgendwie am Set mal einen Schauspieler begleiten zu dürfen, aber euch dann da zu sehen und zu peilen, was Schauspielkunst ist, da hast du und alle, die da dran beteiligt waren, dafür gesorgt, dass ich, das war open, das war mindblowing, und ich habe danach gesagt, so krass, das ist eine Kunst, und die sollte man auch zum Beispiel langsam mal respektieren, weil auch Schauspiel ist zu so einem komischen Ding geworden, dass, es werden, ja klar, es werden Filme gedreht, aber die sind hinter den Kulissen, oder, kijk dir mal, ich habe dann auch angefangen, mir so, wie sagt man, wie nennt man das, so hinter den Kulissen, wie behind it ist, zum Beispiel von DiCaprio halt anzugucken mal, der Typ, du hast das Gefühl, du kennst den, und dann guckst du dir so deine Professionalität an, wie der spielen kann, also, wie der wirklich spielen kann, und das ist ja, ich sag mal, das ist jemand, der da ganz oben auf dem Olymp steht, aber das heißt nicht, dass der Schauspieler, der hier in Kreuzberg auf die Schauspielschule gegangen ist, das nicht auch kann, also der kann auch spielen, ne, und, aber das halt mal, sich überhaupt in diese Welt zu bewegen, war sehr, 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 ja, das war, das war auch schon echt, sehr, 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 sehr geiles Projekt, weil man da so Hochkultur und, die Straße verbunden hat, das fand ich halt ziemlich cool, so, Wahnsinn, und Chanel 36 hat das auch immer ganz gut gemanagt, mit den anderen Künstlern, so, das war, das war echt ein geiles Projekt, aber ich fand's halt geil, weil ihr wart halt die Ersten, die ich angefragt hab, so, ne, Ja, danke, dass du überhaupt an uns gedacht hast, Ja, aber, also, der, also der Regisseur hatte so ein paar Leute gehabt, so, und, darunter war es auch ihr, ja, er hatte so vier, fünf Künstler gehabt, so, und dann meinte ich so, ey, Zorrilla, hab ich ein Connecte so, und der ist dope, Alter, wir müssen den erstmal anfragen, und das war echt, ich wusste schon, dass es Haudegen gab, sozusagen, habt ihr so, auch, ähm, mir davon erzählt, ähm, aber ich hab da von, da noch nicht so viele Mucke von euch gehört, aber, weil ihr ja von meintest so, wir können darauf auch eingehen, warum ist es auseinandergegangen, weil ich meine, du und Sven, ihr wart, als ich euch kennengelernt hab, so als Crew, sozusagen, das hat, hat da wie Arsch auf Eimer gepasst, sei mir nicht böse, aber das war, als ich auch bei euch, im Konzert war, das war einfach Hammer, Alter. Das ist ja auch so, das war richtig geil. Genau, ich, ich sag ja auch nichts Gegenteiliges, ich sag nicht, dass das nicht schön war, ich sag, es war auch eine geile Erfahrung, aber ich, ich, wir sind darüber, ähm, darüber übereingekommen, dass wir gesagt haben, wir schleppen unsere persönlichen Probleme nicht in die Öffentlichkeit. Ja. Und wir haben uns dazu entschlossen, im beiderseitigen Einvernehmen, das nach außen hin, nicht zu erzählen, meines Empfinden nach, ähm, hat es damit zu tun, dass ich halt Haudegen in Ehren und Würden einfach stehen lassen möchte, weil mir die Arbeit halt so unfassbar viel wert ist und weil mir einfach die Geschichten der Menschen, die diese Musik lieben, so viel wert sind und gerade die Leute, wenn du weißt, dass es so viele Menschen sind, die diese Musik berührt hat, die haben es nicht verdient, dass du über persönliche Probleme, ähm, das eben nicht weiterführen kannst, weil diese Menschen, du müsstest im Prinzip alles erzählen, um es den Leuten verständlich zu machen. Die Geschichte ist aber so lang und hat so einen langen Bart, dass du das nicht erzählen kannst. Ja, ja. Nicht in einem Podcast, nicht in einem, also, es geht nicht, es geht einfach nur so, dass ich halt sage, ähm, das ganze Ding hat, und da schließe ich mich auch ein, hat mit mir was gemacht, hat mit ihm was gemacht, meines Erachtens viel mehr mit ihm als mit mir, ähm, was dann später dazu geführt hat, dass er zu einem Menschen wurde, ähm, ich konnte einfach nicht mehr. Okay, also würdest du schon sagen, dass der Erfolg halt so krass eingeschlagen hat, dass es auch mit, äh, übergegangen ist in die, in die, in den Charakter. Das haben wir beide, den Erfolg haben wir, es gab Zeiten, da haben wir den Erfolg beide zu schätzen gewusst. Es kam dann aber irgendeine, äh, es kam dann eine Zeit, da hat er diesen Erfolg nicht mehr zu schätzen gewusst und hat vor allen Dingen auch den Respekt vor mir verloren. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, entweder ich mach das jetzt weiter und entscheide mich dafür, im goldenen Käfig zu leben und die Scheuklappen anzulegen und zu sagen, ist mir scheißegal. Man hört doch, guck mal, es ist doch auch so, man hört die wildesten Geschichten auch von anderen Bands, so Bands, die über 20 Jahre zusammen sind und man sich Geschichten erzählt, dass die auf der Bühne stehen und sich gar nicht mehr mögen. Ja, ganz normal, ich sag jetzt mal, ganz normale Story, was ich damit sagen will, ist, äh, es liegt in der Natur des Menschen, dass jeder Mensch sich in irgendeiner Art und Weise verändert und ich verändere mich auch, ich werde in 10 Jahren nicht der Gleiche sein, der ich heute bin, ähm, genau so ist es ihm widerfahren und entweder man findet einen Weg zusammen und versucht, ich habe oft genug auch versucht, ihn daran zu erinnern und mit ihm darüber zu reden, aber es, er hatte sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen und dieser Weg war nicht mehr vereinbarbar, sagt man das so, vereinbarbar, mit meinem Weg und ich wollte, wie gesagt, nicht zu einer Geisel von mir selbst werden, gerade weil ich, äh, ja der war, der ins Leben gerufen hat und er damals mein, mein, äh, mein Security war, mein Bodyguard sozusagen zu einer Zeit bei Agro, als es halt wirklich um die Wurst ging und ich schwere, wirklich Probleme hatte, weit vor dem Hip-Hop-Gossip, ähm, so dass man Security brauchte, ähm, und daraus ist es ja entstanden, und irgendwann ging es halt einfach nicht mehr und darüber zu reden, äh, ist nicht an der Zeit, also ist einfach nicht an der Zeit, weil wir uns, äh, darauf vereinigt haben, dass das nicht in die Öffentlichkeit gehört, viele Leute fragen sich, ähm, warum das so ist, aber ich kann das wirklich auch nur abkürzen, dass ich sage, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Haben die beide noch Kontakt zueinander? Gar keinen Kontakt mehr? Wir haben, es ging von heute auf morgen. Ja, okay. Es war eine Sache, es sind Dinge passiert, die ich nicht mehr gesehen habe, weil ich es auch für eine Selbstverständlichkeit hielt, bis ich dann, ja, in den Abgrund geguckt habe, und wirklich, äh, das, ja, eine meiner schlimmsten Erfahrungen einfach, also wenn du denkst, und in einer Welt lebst, in der du denkst, das ist alles in Ordnung, alles ist schön, und dann halt mal hinguckst, oder andere Menschen dich anstupsen und sagen, sag mal, hast du, hast du das gesehen, da passiert ist? Dann geht es halt nicht mehr. Oh shit. Und wenn diese Dinge so gravierend, und wenn diese Sachen so gravierend sind, Oh shit. dass du, dass du halt sagst, ach, also, es war so gravierend, dass ich in mein Studio hier ran bin, mir meine erste goldene geschnappt habe, die rausgeschmissen habe, aus dem Fenster, runtergerannt bin, auf dem Ding rum mir treten habe, und dir gesagt habe, ist alles kaputt. Wow. Alles kaputt, und das ist halt, das hat jemand halt kaputt gemacht, in meinen Augen, und das war halt der Moment, und das ist das, guck mal, Haudigen steht immer für einmal ein Wort, ne? Ja, ja, das ist so traditionelle deutsche Werte, und so, ja. nein, nicht mal deutsche Werte, einfach Werte für Menschen, so auf der ganzen Welt, so steht zu dem, Oder traditionelle Werte. Genau, traditionelle Werte. familiär traditionelle Werte. Genau, steht zu dem, was du sagst, und dann dachte ich, ja, in meinem Wort, jetzt musst du dazu stehen, was du sagst, und das geht nicht. Ja, ja, okay. Hier musst du den Stecker ziehen, und zwar sofort, und diesen Menschen halt auch sagen, bitte, geh aus meinem Leben, verschwinde aus meinem Leben. Das war, wie viele Alben, hattet ihr denn schon das letzte Album, das fünfte Album draußen gehabt, oder war das kurz davor? Lass uns einfach sagen, wir hatten genug Alben, ich kann gar nicht, wir hatten genug Alben, und wir hatten vor allen Dingen, wir haben es übertrieben, übertrieben. Also ich, aus dem Output, oder? Ja, genau, ich habe mich halt auch leiten lassen, übertrieben. Wir hatten einen sogenannten Pakt, da haben Menschen ein monatliches Abo bezahlt, um halt Vorzüge zu bekommen, also zum Beispiel Musik früher zu bekommen, und so. Und dieser Pakt, der hatte halt wirklich viele, viele Menschen, die ein Abo abgeschlossen haben, um Musik von uns zu bekommen. Und ich hatte meinen Katalog, also den Katalog an Musik, den ich geschrieben habe, das waren, glaube ich, über 2700 Songs, knapp 3000 Songs. Im Haudegen-Universum sozusagen? die ich auf Festplatten hatte, die ich erarbeitet habe. Dicker, dein Output ist crazy, Alter, du bist der Tupac des Ostens, Alter. Dafür habe ich viel zu wenig draußen. Ich habe aber so viele Festplatten, Wahnsinn. Aber was ich damit sagen will, ist, wir haben es halt überkriegen, weil du gehst so ein Ding ein und du gewöhnst dich an Sachen und du gewöhnst dich an Einnahmen, du gewöhnst dich an Chefarzt-Gehälter, die du dir auszahlst, du gewöhnst dich an Steuerzahlungen, du gewöhnst dich an einen Lifestyle und bist halt nur noch in so einem bedienen, 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 bedienen. Und dadurch, dass ich das schreibe, war irgendwann mein Katalog leer. Also der Katalog der Songs, die ich geschrieben habe, die hatten wir dann, die waren aufgebraucht. Es war jetzt so, ja, schreib mal neu. Schreib mal neu jetzt. Mach mal. Schreib mal jetzt. Mach mal. Ich will nicht sagen, dass das der Grund dafür war. Ich war immer ein sehr, sehr fleißiger Autor und ein sehr, sehr fleißiger Komponist. Also ich habe viel geschrieben, aber irgendwann ging es halt auch um fehlenden Respekt zum Beispiel. Ah, ich kann mir schon vorstellen. Ja, ich kann mir das so vorstellen. Es ging so um Selbstverständlichkeiten und man hatte sich an gewisse Sachen gewöhnt. Zum Beispiel die PS-stärksten Autos zu fahren und davon halt drei, vier zu haben und das ist alles ganz normal und alles fällt halt vom Himmel. Und irgendwann stehst du dann halt da und dann passieren halt Dinge, die wirklich, wo dir schlecht wird und dann sagst du halt, komm, ich muss hier jetzt Schluss machen. Und wie habt ihr das mit den Fans geklärt? Wie habt ihr das mit den Fans kommuniziert, dass es so etwas ist? Naja, er hat sich auf den Weg zu mir gemacht. Er hat sich auf den Weg zu mir gemacht und hat den Fans suggeriert, dass ich das Riesenarschloch wäre, was jetzt im Prinzip den Stecker zieht. Der Typ, der geldgeile Typ, der halt so... Ach, der geldgeile Typ zieht den Stecker. Aber ich dachte immer, der geldgeile Typ lässt den Stecker stecken. Ist doch auch egal. Manche Leute gehen Eis essen, Digga. Ja, okay. Was ich dir damit sagen will ist, er hat es so aussehen lassen, als wenn ich der Ursprung war und der Ursprung insofern war ich auch, weil ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Ich ziehe den Stecker. Ich kann das nicht mehr mit mir vereinbaren und mein Werteverständnis das funktioniert für mich nicht. Das ist für mich Abzieher-Scheiße. Also wenn du von der Straße kommst, dann wirst du vorne... Ja, ja, ja. Das gibt es halt hinterrücks ekelhaft, so. Und dann habe ich halt... Dann kam er... Dann wollte er sich auf den Weg zu mir machen, wollte mir aufs Maul hauen. Ich habe gesagt, na, dann musst du kommen. So. Und dann blieb er auf der halben Strecke stehen, weil ihn, glaube ich, jemand angerufen hat, der ihm ins Hierwissen gesprochen hat. Und dann hat er mich noch ein paar Mal belegt, aggressiv belegt und das war halt. Und dann war ich aber froh, dass er aus meinem Leben verschwunden war. Ja. Und dann habt ihr mit den Fans... Hast du noch eine Chance gehabt, mit den Fans zu kommunizieren, denen das zu sagen? Nee, weil ich halt... Die Leute haben mich für sehr, sehr kalt eingeschätzt, weil ich nichts dazu gesagt habe. Ah, okay. Also die Leute haben sich bestätigt... Ja, eine Menge Leute, die sich bestätigt gefühlt haben, weil ich nichts gesagt habe. Weil ich gesagt habe, okay, dann müsste ich es ja jetzt in den Abgrund reißen. Ich müsste das, was ich liebe, jetzt in den Abgrund reißen, indem ich erzähle, was alles vorgefallen ist. Das werde ich aber nicht tun, weil ich habe es ja aus freien Stücken geschrieben und mit einem Gefühl geschrieben, dass ich es gut meine. Ich lasse mir das ja nicht kaputt machen. Es sei denn, ich müsste jetzt die Wahrheit erzählen und mache das zu meinem Thema und gebe ihm auch noch diese Bildfläche. Ich möchte... Aber ich habe seitdem seinen Namen nicht mehr im Mund genommen. Ich möchte das nicht mehr. Aber gibt es eine Chance, dass du Hauding weitermachst? Auf gar keinen Fall. Nee? Nee. Ist wie schlimm das für mich ist, meine eigenen Songs nicht zu singen? Nicht singen zu können? Mann, da muss ja... Krass. Schreib mal ein Buch über diese ganze Geschichte. Ich kann kein Buch darüber schreiben, weil es mein Leben ist und weil mein Leben mir diese Geschichte an die Seite gestellt hat. Und genau das ist das, was ich meine. Manchmal ist dein größter Erfolg einfach dein größtes Scheitern. Also indem du das halt einfach verstehen musst und verstehen musst so, okay, das hat nicht sollen sein. Auch wenn ich an das Gute in jedem Menschen glaube, muss ich mich damit abfinden, dass das schlechter auch in jedem Menschen wohnt. Und das heißt für mich auch, einen Kompromiss einzugehen, aber ich fühle mich damit besser, weil ich halt sage, ich mache mein Leben ja nicht abhängig von Haudigen und von irgendeinem Erfolg, sondern ich mache mein Leben abhängig von meinen Songs. Und diese Songs schreibe ich weiterhin und diese Songs wissen Menschen zu schätzen. Aber die Geschichte, und das ist das, was ich verstehe, die Geschichte ist halt nicht erzählt. Viele Leute würden gerne wissen, weil sie gerne Teil des Scheiterns sein wollen, wieder gerne wissen würden, was war denn da genau und warum, die waren doch so dicke und die waren doch die besten Freunde. Ja, genau. Die besten Freunde. Manchmal sind die besten Freunde, die dir von hinten das Messer rinnen, rinnen, Und da bin ich noch nicht mal bei dem Thema Geld. Nee, noch nicht noch nicht mal dabei. Noch nicht mal. Es geht nur darum zu sagen, wir alle müssen wissen und lernen, dass Menschen sich in Zeit ihres Lebens einfach verändern und manche verändern sich zu Menschen und Kreaturen, die einfach, boah, nee, Alter. Wo du sagst, so wollte ich nie werden. Und vor allen Dingen, das Problem war immer, wenn jemand, und jetzt kommt's, nur um das mal auch abzuschließen, wenn, also stell dir vor, in der Haudegen-Bubble irgendjemand, ob ich oder er, irgendjemand baut Scheiße. Große Scheiße. Leute werden immer sagen, ja, die Haudegen hier, hast du gehört, was die Haudegen, was da passiert ist? Ja, ja, und ich hab irgendwann zu ihm gesagt, ich sag, verstehst du nicht, dass auch mein Name da mit dran hängt? Ach so, oh man, hör bloß auf. Dicker, hör bloß auf, ich muss gar nicht so viel wissen, Alter. Ja, ja, ich weiß schon. Mehr brauch ich nicht sagen. Ja, ja, Dicker, Dicker, ich sag einfach, Dicker, die Leute denken, hör auf damit. Ja, ja. Die Leute, die Leute, ich möchte das nicht, weil so bin ich nicht, hör auf damit. Oh man, Dicker, ich kann mich nicht vorstellen. Oh mein Gott. Genau, man kann ja jetzt darin interpretieren, was man will und genau das ist der Grund, warum ich es nicht öffentlich mache und weil ich, warum ich gesagt habe und das tue ich den Leuten da draußen auch nicht an, weil nochmal, meine Songs haben immer Herz und immer Leidenschaft und immer Liebe und Frieden in sich gehabt und genau das ist der Grund, warum ich sie weiterschreibe und weitermache und meinen Frieden damit auch gemacht habe und meinen Frieden gefunden habe und glücklich darüber bin, diese Zeit auch nicht verfluche, sondern mich an die schönen Seiten, an die schönen Sachen erinnere und am Anfang war das sehr schön. Das war, wie gesagt, über alles, was wir jetzt gerade gesprochen haben, was echt so ist, so wo du denkst, ah, das waren so die letzten, letzten zwei, drei Jahre, wo dann wirklich und am Ende, nur um das mal kurz abzuschließen, weil wir darüber geredet haben, das aber nicht breit latschen und am Ende stand ich mit dieser ganzen Scheiße, nenne ich es jetzt mal, alleine da, hab alleine aufräumen müssen, hab alleine Lagerhallen leerräumen müssen, hab alleine mit dem Besen da gestanden und hab den Jensen Kladderadatsch alleine sauber gemacht, währenddessen da erzählt wurde, was ich da erzählt wurde auf der anderen Seite, da würde ich von der anderen Seite... Deka, kennst du diese Geschichte nicht irgendwoher? Ja. Ich bin in einer ähnlichen Situation. Ja, ich wollte dich sagen, aber ja. Absolut ähnliche Situation, Alter. Digga, und ich frag dich, warum ist das so? Alter. Müssen wir diese, müssen wir, sollen wir diese Erfahrung machen? Ich glaube, wir müssen diese Erfahrung machen. Da bleibt, da geht nichts drum rum, so. Du bist in einer ähnlichen Situation? Ja, 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 ja. Ich bin in einer absolut ähnlichen Situation, also ziemlich klar, ziemlich ähnlich von den Verhältnissen her, so. Aber was ich, deswegen brauchtest du mir nicht so viel zu sagen, aber gerade das, was ich bei Haudegen mitbekommen habe, von der Qualität der Musik, ja? Also, dass ich dich erst mal singen höre und über diese Themen singen höre und so, mit einem anderen Dude zusammen, mit Sven zusammen und so. Das fand ich ja alles geil, aber es war vom Look auch on point. Verstehst du, was ich meine? Ihr sah zusammen gut aus, so auf der Bühne, denn mit den, diese Tattoo-Kultur und Lederjacken und so. Na klar, wir haben es halt gefressen. Ja, das war der Name, Haudegen und so. Ich war bei euch beim Konzert, hab euch interviewt und so einen Scheiß. Und, ähm, den kann ich mir aber selber zusammenreimen, wenn du sagst, ey, wir verkörpern bestimmte Werte. Wir haben eine gewisse Klientel. Wir waren der Inbegriff von Freundschaft. Genau. Und denn, wenn aber einer irgendwie was macht, was dem nicht mehr entspricht, dann kontaminiert man den ganzen Spirit der Sache. Genau. Und deswegen muss man einen Cut machen, weil entweder stehst du 100% zu dem, was du auch verkauft hast. Genau. Oder du willst damit nur Geld verdienen und machst einen auf diesen Scheiß auf. Genau. Crazy. Crazy, ja, ja. Nee, nee. Aber ich meine, ich weiß auch, dass ich mit so einen, mit so einen Geschichten, ich bin ja nicht, so wie du gerade oder ihr gerade sagt, ich bin damit nicht alleine. Das passiert jeden Tag irgendjemandem in einer ähnlichen Form. Es ist, immer bleibt es aber gleich tragisch, weil du halt denkst, sag mal, also, sag mal, womit habe ich das verdient? Ich habe doch, ich habe es doch, ich habe es doch nie so, ich habe es nie böse gemeint. Ich habe es immer nur gut gemeint. Und wenn das die Retourkutsche dafür ist, dass ich es immer nur gut gemeint habe, entschuldige. Also ich habe auch hier und da mal ein Oge zugedrückt. Ich habe auch hier und da mal gesagt, ja komm, mach der Laune. Ja. Und, aber ich habe immer, ob es der nötige Respekt gegenüber den Menschen ist, die diese Musik lieben, die die Menschen überhaupt respektieren, ich habe diese Menschen respektiert und habe nie, auch nur im Sinn gehabt, da irgendwie meinen Übervorteil draus zu ziehen, sondern im Gegenteil, ich habe immer versucht, demütig zu sein und demütig zu sein und das wurde halt auch ausgenutzt. Also das wurde erkannt und ausgenutzt und dann stehst du halt irgendwann da und fällst aus allen Wolken. Aber nochmal, ich nehme das Positive mit, ich nehme die Erfahrung mit. Ja, du machst auch keinen verbitterten Eindruck. Überhaupt nicht, weil ich es verstanden habe, weil es waren schwere Jahre. Also es waren schwere Jahre, in denen ich lernen musste und zum Glück nochmal habe ich Menschen um mich rum, die mir, die mir Liebe schenken und mich darin bestärken, zu sagen, alles klar, jetzt fangen wir dich auf. Das waren auch Menschen, die ich halt zu Rate gezogen habe und gesagt habe, ich muss allen klar sein, was das jetzt heißt. Wenn ich hier den Stecker ziehe, da hängen ja nicht nur meine Existenzen dran. Da hängen ja auch Existenzen dran. Das ist Verantwortung. Da hängen Menschen dran, die für dich arbeiten. Du hast eine ganze Entourage halt. Das war ja ein Riesending gewesen. Und dann trägst du diese Lastung auf deinen Schultern, so eine Entscheidung zu treffen. Nochmal, stehst du dann halt alleine, weil mir das auch wichtig war in diesem Prozess, alleine beim Ausfägen da und sagst dir wie so ein Mantra, du ratterst das immer wieder runter, sagst dir so, was passiert mir nie wieder. Nie wieder passiert, nie wieder lasse ich mich auf so was ein. Und egal wie oft du dir das sagst, du meinst immer wieder. Und warum? Weil du einfach zu gutherzig bist. Weil du zu gutherzig bist. Aber ich sage mir, ich werde ein Teufel tun und meine Gutherzigkeit nicht am Nagel hängen, sondern dann soll es so sein. Aber die Stiche, die ich da kassiert habe, die habe ich getragen wie ein Mann. Und ich kann hier sitzen, kann darüber reden und kann auch sagen, ich habe immer noch auch die Eier zu sagen, ich trage das nicht in die Öffentlichkeit. Ich habe es hier angerissen, einfach natürlich, weil viele Leute sich die Frage stellen und irgendwie ist es ja auch, ist eine Nachfrage da. Aber selbst, ich erlaube mir den Gedanken nicht zu sagen, ja, dann schreibe ich jetzt noch ein Buch darüber. Ja, ja, nee, okay. Ernst du? Ich finde, absolut, absolut. Ich finde, macht man nicht. Ich kann das, ich habe ein ganzes Album drüber gemacht, ich habe ein ganzes Album geschrieben zu diesem Thema, es heißt Plus Minus Null. Ich kann gleich mal noch ein bisschen Werbung machen. Ich habe ein Album drüber geschrieben unter meinem bürgerlichen Namen, Hagen Stoll, Plus Minus Null. Wenn man das Album gehört hat, versteht man alles. Gesangsalbum? Ja. Geil. Das ist im Prinzip... Deka, du solltest als Hagen Stoll alleine so deinen Gesangsschiff steht weiter. Ich habe heute gerade mein nächstes Akustik-Album abgeschlossen. Ich bin ja, ich mache ja weiter. Deka. Ich mache die Rap-Sachen auch weiter. Ich habe, Deka, ich habe Spaß und ich komme klar und ich mache meine Sachen, weil ich habe natürlich meine Fanbase. Man darf das jetzt auch nicht so sehen. Ich habe viele Menschen verloren dadurch. Viele Menschen verloren, die vielleicht auch der anderen Seite irgendwie auch Glauben schenken und sagen, okay, weil die andere Seite halt lauter war. Ja, ja. Oh ja, das kenne ich auch. Bin aber so humble, dass ich sage, ey, dann ist es halt so, ich bin, ich mache es mir jetzt nicht zur Aufgabe, die Leute wieder davon zu überzeugen, dass ich recht habe. Vielleicht haben die anderen sogar recht. Vielleicht bin ich sogar ein Arschloch. Kann sein. Ich glaube es nicht, weil ich denke, dass ich alles richtig gemacht habe. Aber wer bewertet das schon? Also bleibt mir doch nur übrig zu sagen, ich mache das weiter, was ich am besten kann, schreibe meine Songs, habe mein Katalog, schreibe meine Lieder, produziere meine Alben, tobe mich aus, habe zum Glück eine Fanbase, die auch aus Haudegen besteht, natürlich. Da sind genug Leute, die auch den Weg mit mir gehen. Schade nur, dass ich das so aufgeteilt habe. Ich habe auch kein Problem, wenn jemand sagt, nö, aber den kann ich nicht mehr hören, dem globe ich kein Wort mehr. Kann sein. Aber genauso geht es halt auch vielen, die auf meiner Seite sind und halt einfach sagen, so ey, ich weiß schon, warum der Typ den Mund hält. und vor allen Dingen halt auch zu seinen Prinzipien steht, weil ein Mann ein Wort, da wollte ich vorhin eigentlich drauf hinaus, ein Mann ein Wort heißt halt auch, auch wenn es so deinem Nachteil ist, sozusagen das Scheitern einzustehen und zu sagen, dann muss es jetzt so sein und dann musst du das jetzt tragen. Und entweder du gehst aus dieser Story mit erhobenem Haupt raus und sagst, du bist dein Prinzip in Treue geworden oder du bist halt auch nur eine Ratte und auch nur eine Schlange, die skrupellos da sein Ding macht. Ja, ja, ja. Aber weißt du, mich hat das halt so gefreut damals, als ich so, der mitbekommen hat, Pau-Ding ist so ein Ding und so, ne? Weil, ähm, du hast halt auch diesen ganzen Untergrund-Shit mitgemacht, ich hab dich auf Untergrund-Partys gesehen, auf billigen Freestyle-Bühnen, so, verstehst du, was ich meine, so von, weißt du, vom Anfang an sozusagen, genauso wie Sido und, und B-Tide und so, die kann ich ja auch noch damals von Rapper Mittwoch, Ufa-Fabrik und so, ähm, dass die so erfolgreich geworden sind oder Savas, der auf der, auf der, äh, hier, sagst du, bei Lost Elements, ähm, äh, Mixtape-Partys, seine, seine erste Lutschmein, ähm, 12-Inch verkauft hat aus dem Rucksack und so, ist da rumgerannt, weißt du, keiner hat sich für Savas interessiert, außer der Untergrund, verstehst du, guck dir an, was mit ihm geworden ist, weißt du, das ist geil, wie schön, oder? Das ist geil, und wenn, wenn du dann halt auch mal die Goldader triffst mit Haudegen und das Ding dann halt in die Luft geht, es, es ist halt, irgendwie schade, aber es gehört dazu. Ich hab dran, ich hab am Honigtopf schnuppern dürfen. Ja, alles geil, das hat Spaß gemacht. Und es gehört dazu und es ist auf jeden Fall so, ähm, die, ich hab, von der Goldenen geträumt, als ich Kind war, goldene Scheiplatte, war in den 90ern so, ey, dicker, eine goldene Schallplatte. Und darum war die erste einfach auch, die erste hat gereicht, also die erste hab ich mir hingehangen, den Rest wollte ich gar nicht mehr haben. hast du leider? Weiß ich nicht. Ich hab, ich, ich, so, aber was ich damit sagen will ist, ich hab das, was ich mir erträumt habe, erreichen dürfen. Ja. auch, auch weil ich dafür hart gearbeitet habe, ähm, aber ich hab's erreichen dürfen, weil ich, äh, zum Beispiel auch demütig mit gewissen Sachen umgegangen bin und immer, immer den Anstand und den Respekt gewahrt habe und den Leuten halt nie auch irgendeinen Scheiß erzählt habe, sondern ich hab's soweit gebracht, wie ich's gebracht habe und ich war noch nicht mal im, also Mainstream, Mainstream war ich auch nicht, ne? Also machen wir mal ganz kurz, also es, es war nicht so, dass wir hier jetzt bei ProSieben oder RTL-Koop sind. Aber der Weg war gelegt, Hobi. Der Weg war gelegt. 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 Ja, genau. Ja, genau. Wir haben ja dann, am Ende waren wir, waren wir dann sogar, ähm, auf dem Matapalos bei den Onkels eingeladenen, durfte ich noch vor 100.000 Menschen spielen. Also ich durfte es erleben. Ja, will heißen, ich hatte das auch schon in meinem Kopf, dass ich gedacht habe, irgendwann sagst du dir ja selber so, okay, wie weit soll das eigentlich noch gehen? So, wird aus dir noch, also meinst du, du hast das Zeug noch zu einem, nee. Also du bist schon auch in einem gewissen Alter ehrlich zu dir selbst und sagst, also bevor ich jetzt auf Krampf den jungen Mann hier mime, der mit einer Lederweste den Proleten mimet, ja, dann fühlst du dich auch irgendwann in deiner Rolle nicht mehr wohl. Na ja, gut, aber, aber, aber ich möchte jetzt ja, ich möchte jetzt ja noch unter Würde auch erwachsen werden dürfen und sagen können, ey, war schön, hat Spaß gemacht, ich hab's erleben dürfen, geil, danke für alle, danke für jeden, der mir dabei geholfen hat, weil das ist nämlich ohnehin ein Ding, dass du ja meistens, wenn du diesen Erfolg erreichst, denkst, du hast das alles alleine geschafft. Absoluter Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Also wer da alles mit involviert ist und dafür mit deinem Erfolg sozusagen verantwortlich dafür ist, dass du da oben stehst und scheinen darfst, ich, ich, wir waren auf einem Weg, da haben wir das alles vergessen. So, und was ich nur sagen will, ist, ich fass mir da auch an die eigene Nase und das ist halt das, was ich meine, ich hab auch zum Teil vergessen, ähm, wer ich war, wie ich mal war, was mir wichtig ist, welche Prioritäten ich setze, welches Verhältnis ich zu meinen Kindern habe, die Abzeiten, ja, der Erfolg, der kann einen schon ganz schön mitnehmen, ne, das ist schon crazy. Und darum sage ich halt auch, war schön, es ist geil, dass ich das abschließen kann und es ist auch vor allen Dingen auch wichtig, dass ich diese Entscheidung treffe und getroffen habe und zwar eine schlechte Erfahrung machen musste, aber das heißt nicht, dass das Leben schlecht ist, sondern ich darf mich ja zum Glück auch ein bisschen darauf ausruhen. Also, und wenn ich mir mein Leben heute angucke, wie mein Leben heute abläuft, damals schon, ja, bei Zeiten, wo ich gesagt habe, also die Hälfte von der Hälfte wäre schon in Ordnung. Und zum Glück verdiene ich das Geld, was mir zusteht und kann damit leben, habe zum Glück in Werte investiert, die stabil sind, sodass ich halt sagen kann, ey, du darfst dich jetzt auch mal ein bisschen zurück. Ja, muss auch sein. Du darfst einfach das machen, worauf du Bock hast. Du bist in keine Klammern mehr gefasst, mach einfach. Und wenn ich jetzt Bock habe, ein Akustikalbum, ich habe zum Beispiel, oder erlerne gerade ein Instrument zu spielen, das ist für mich ein ganz neues Ding. Also ich war ja immer nur der Sänger. Ich habe zwar immer auch schon komponiert, aber immer Sample-basierend und immer auf Autodidakt, aber jetzt lerne ich seit fünf Jahren Gitarre spielen. Und auf einmal merke ich nochmal ein ganz anderer Talk. Ja, nice. Ich mit einer Akustik-Klampfe, ich sage euch, säße ich jetzt hier und würde euch einen Song vorspielen mit all dem, was ihr jetzt meine Dinge über mich wisst. Ihr würdet sagen, das ist der Shit. ist ein geiler Typ. Ohne dass ich jetzt den soll nicht selbstverliebt klingen. Aber was ich damit meine ist, die Musik ist dann im Prinzip die Essenz daraus, aus der Geschichte, die gekommen ist. Und darüber freue ich mich, halt irgendwann alleine mit einer Gitarre mit einem gewissen Alter auf einer Bühne zu spielen. Und darauf bereite ich mich gerade vor. Darauf freue ich mich. Okay, dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne, Alter, wir haben jetzt zwei und eineinhalb Stunden oder so geredet. Voll schön. Voll geil. Schöne Gespräche. Wir sind schon bei drei Stunden. Meine Güte, nicht schlecht, nicht schlecht, Ist das schlimm? Nö. Nee, das ist überhaupt nicht. Ich finde halt, ich finde halt, auch danke, dass ihr mir den Raum gebt. Also danke auch dafür, dass ihr mir den Raum gebt, dass ihr mir die Monologe nachseht. Aber ich bin halt, was ich bin und manchmal brauche ich ein bisschen länger, um auf den Punkt zu kommen. Nee, das ist ja sehr geil. Also du hast ja auch Themenfelder auch gemacht, die geil sind. Wir haben ja dann auch ein bisschen über Gesellschaft geredet, was wir auch gerne machen. Über alles eigentlich. Genau. Eigentlich übers Leben. Ich kann halt auch nur sagen, ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch weiterhin spannende Gäste. Ja, danke dir. Ich wünsche euch, dass ihr weitermacht und vielleicht rennen wir uns dann nochmal über den Weg. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Also immer. Dicker, wir laufen uns immer über den Weg. Genau. Du warst bei unserer Film-Team-Premiere sozusagen. Wir haben Theater zusammen gemacht. Er war da, ja. Er war da mit seiner Vorbereitung. Hast du ihn gesehen, den Film? Ja. Er war da gewesen. Ich habe Pink Puzzle gesehen. Ja, klar. Aber an mir ist er vorbeigelaufen. Ich habe ihn gesehen. Aber auch so, ich muss jetzt nicht immer ... Ja, ja, alles klar. Ich habe es gar nicht gecheckt. Du hast ihn gesehen. Ich fass dir den Film nochmal ganz kurz. Mies. Also ich wusste, dass da was Gutes kommt, weil ich einfach dann ... Da sind wir wieder bei dem Maxing-Walking-Ding. Also ich wusste, was Mike für einen Anspruch hat zum Beispiel. Ja. Das habe ich seinem Spiel entnommen. Ja, danke. Was für einen künstlerischen Anspruch er hat und ich ... Also trotzdem noch underrated, meiner Meinung nach. Es hätte noch mehr gehen können, die Erfolge, die da waren. Aber das interessiert dich jetzt erstmal nicht. Es geht ja darum, wenn du mich fragen würdest, was hast du für eine Platte gemacht? Ja, ja. Du hast einen Film gemacht. Du hast einen Megafilm gemacht. Punkt. Und das auf deine Referenz zu schreiben, auch die Auszeichnung, die du dafür bekommen hast oder die ihr bekommen habt, ist grandios. Also eine spannende Geschichte. Geil umgesetzt. Was soll ich euch sagen? Also ihr habt schön gemacht. Ansehen, Pink Russell, so. Und nochmal, danke für alles und Spannung. Ja, Mann. Danke, dass du da warst. Danke auch nochmal für die Props, ey. Alles Gute. Checkt auf jeden Fall Joe Rillas Musik aus. Rilla hat jetzt gerade ein aktuelles Album draußen. Genau, das heißt. Ich habe, das aktuelle Album heißt gerade Thron aus Zement. Ruhig mal reinhören. Thron aus Zement, sehr, sehr stark. Jetzt kommt ein Polabo-Album mit dem Incognito, das heißt Gegenpol, das kommt dieses Jahr. Dann kommt noch ein Doppelalbum mit Man of Mayhem kommt noch. Also da kommt eine ganze Menge Stuff. Aber alles unter Hagen? Nee, teilweise unter Rilla. Teilweise unter Hagen Stoll. Da sind die Gesangssachen unter Hagen Stoll, unter meinem bürgerlichen Namen. Und die Rap-Sachen dann halt unter Rilla. Genau. Nice. Was du für ein Output hast, Alter, ist unfassbar. Nicht schlecht, Alter. Das ist doch das. Wenn man kreativ ist, oder? Ja, du musst halt Bock haben. Du musst halt sagen, okay, das bin ich. Das gehört zu mir. Es gibt auch genug Tage, wo ich die Füße mal hochlege. Aber dann gibt es Tage, da schreibe ich Saint-Songs. Okay, aber wenn das mal reicht. In diesem Sinne, ich würde jetzt mal hier die Sache beenden, sonst können wir noch zum nächsten zwei Stunden quatschen. So wie gesagt, wenn ihr angeregende Fragen habt oder irgendwelche Vorschläge für nächste Gesprächspartner und Themen, kommentiert gerne zu diesem Podcast. Wie fandet ihr den Podcast? Auch Rilla als Gast oder Hagen Stoll, je nachdem. Checkt auf jeden Fall seine Musik aus. Auch Haudegen, was er schon produziert hat, die unterschiedlichen Alben. Die Musik an sich ist sehr, sehr geil. Ansonsten ja, abonniert, kommentiert und teilt diesen Podcast. Und lasst Liebe da. Yes. Und lasst Liebe da. Bis dann. Peace. Peace.